Während Schroeder mit einem Team zum Schlachthof unterwegs ist, fahre ich zu Ariel Chancellor. Ich parke direkt vor ihrem Haus. Ich habe etwas länger gebraucht als erwartet. Die ersten Autofreaks, vor denen Schroeder uns gewarnt hat, lassen schon mal für die Nacht die Motoren warmlaufen. Detective Kent habe ich nicht mitgenommen, denn für die paar Fragen brauche ich keine Unterstützung. Außerdem muss ich die Sache schnell über die Bühne bringen, damit ich im Anschluss meine Frau besuchen kann. Wir bleiben 20 Minuten bis zu meinem 5-Uhr-Termin mit Dr. Forster und von hier aus fährt man mit dem Wagen 20 Minuten oder sogar noch länger, wenn die Autofreaks auf die Idee kommen, das Schwesternheim zu umkurven. Es wird wohl nicht schlimm sein, wenn ich erst 10 oder 20 Minuten später dazustoße. Forster wird etwa eine halbe Stunde brauchen, um meine Frau zu untersuchen. Damit bleiben mir 10 Minuten, um mit Ariel Chancellor zu reden. Ich klopfe an die Tür, doch niemand öffnet. Wenn ich noch Privatdetektiv wäre, würde ich jetzt vielleicht einbrechen. Ich wäge das ab gegen meine Pflichten als Polizist und diese wiederum gegen meine Pflichten als ein Mensch, der versucht, das Leben dreier junger Mädchen und ihres Vaters zu retten. All diese Überlegungen führen mich zur Seite des Hauses, wo meine Füße zur Hälfte im orastigen Rasen versinken. An den Rändern der Hintertür hat sich Schimmelbreit gemacht. Mit einem Satz Dietriche, die sich im Laufe der Jahre als nützlich erwiesen haben, öffne ich die Tür. Ich werde sie auch in Zukunft verwenden, auch als Polizist. Ich rufe eine Begrüßung, bevor ich eintrete. Im Innern ist es ein paar Grad kühler. Wäre es hier noch feuchter, bräuchte ich eine Badehose. Ich gehe ins Wohnzimmer. Zu rechten befindet sich eine Küche, wo neben der Spüle ein Stapel sauberes Geschirr steht. Der Boden vor dem Hirt ist voller Mäusescheiße und neben dem Mülleimer in einer Falle hängt eine zerquetschte tote Maus. Auf dem Esstisch liegen mehrere Fantasy-Romane. Offensichtlich helfen sie Ariel, der Vergangenheit und Gegenwart zu entfliehen. Daneben steht eine kleine Plastiktüte mit einem halben Dutzend weißer Tabletten, die regelrecht dazu einladen, sie mitgehen zu lassen oder in diesem Fall sie aufzufressen. Denn im Boden der Tüte sind mehrere Löcher. Einige Tabletten sind zerbröselt und auf dem Tisch liegt eine tote Maus. Offensichtlich ist sie ziemlich schnell heil geworden und an einer Überdosis gestorben, bevor sie ihren Fund mit ihren Freunden teilen konnte. Ich betrachte die Fotos, die ich vorhin bereits gesehen habe. Die Ränder haben sich im Laufe der Jahre nach oben gerollt und die Farben sind verblichen. Ich nehme ein Foto ab, auf dem Caleb Cole zusammen mit Jessica und Ariel zu sehen ist. Es muss aufgenommen worden sein, kurz bevor James Whitby ihr Leben zerstört hat. Ariel wirkt glücklich. Ihre Augen sind von einer Lebendigkeit erfüllt, die inzwischen längst daraus gewichen ist. Damals war sie ein zehnjähriges Mädchen, das von Ponys und Regenbogen träumte und sich im Fernsehen Zeichentrickfilme anschaute. Damals hatte sie eine beste Freundin. Ihr Leben war heiter und unbeschwert und sie war eine Prinzessin. Und dann verwandelte ein Verrückter dieses Leben in etwas Düsteres. Selbst im Alter von zehn Jahren hatte Ariel wohl schon verstanden, was passiert war. Mit elf dann umso mehr. Und auf der Highschool zerstörte es wahrscheinlich ihr Leben. Die Schuldgefühle, die Scham, das Wissen, dass sie davongekommen war und ihre beste Freundin nicht. Das Mädchen auf diesem Foto hatte keine Ahnung, was die Zukunft bringen würde und hatte nichts mit einer Welt aus Drogen und Prostitution zu tun. Und es musste auch nicht in einem heruntergekommenen Haus mit Mäusescheiße auf dem Boden und Löchern im Dach wohnen. James Whitby hat sie zwar nicht getötet, aber er hat Ariel ihr Leben genommen. Ich gehe durch das Schlafzimmer, als mein Handy klingelt. Es ist Schroder. Ich habe Neuigkeiten für dich, sagt er. Bist du im Schlachthof? In fünf Minuten. Hast du schon mit Ariel gesprochen? Ich biege gerade in ihre Straße. Was gibt's Neues? Das ist zwar jetzt keine Überraschung mehr, sagt er. Aber die Fingerabdrücke, die unter der Motorhaube des Wagens gefunden wurden, stimmen mit denen von Caleb Cole überein. Außerdem sind die Prozessakten eingetroffen. Rat mal, wer der Sprecher der Geschworenen war. Albert McFarlane? Versuch's nochmal. Herbert Poole. Bingo. Victoria Brown hat damals erklärt, Whitby sei auf dem geistigen Stand eines Zehnjährigen und nicht für sein Handeln verantwortlich. Dr. Stanton's Aussage war die Grundlage für ihre Verteidigung. Und jetzt halt sie fest. Sie hatte ein Leumundszeugen. McFarlane? Genau. Er war früher Whitbys Lehrer. Im Prozess hatte er erzählt, wie sehr Whitby sich verändert hat, nachdem seine Mutter ihn krankenhausreif geprügelt hatte. Er erklärte der Jury, dass Whitby im Grunde ein guter Mensch sei und dass seine Taten eine Folge der Misshandlung seien. Und Brad Hayward? Sein Name taucht nirgendwo auf. Offensichtlich hattest du recht. Er war letzte Nacht einfach nur irgendeiner von Ariel Chancellors Kunden, über den sich Cole geärgert hat. Hör zu. Einige unserer Leute bewachen die übrigen Geschworenen und sorgen dafür, dass ihn und auch all den anderen, die im Zusammenhang mit dem Fall genannt werden, nichts passiert. Wir haben Coles Polizeifoto an die Medien weitergegeben. Heute Abend kennt jeder sein Gesicht. Wir werden ihn bald finden. Also, ich muss Schluss machen. Wir sind jetzt am Schlachthof. Viel Glück, sage ich und lege auf. Ich stecke das Telefon in die Tasche. Schrode hat recht. Wir werden Caleb Cole bald finden. Denn als ich mich umdrehe, steht er direkt hinter mir. Und bevor ich überhaupt reagieren kann, schlägt er mir mit der Faust ins Gesicht. Seine Faust trifft mich seitlich am Kiefer und explosionsartig melden sich meine Kopfschmerzen zurück. Es tut noch sehr viel mehr weh als vor ein paar Monaten, nachdem er mir mit einem Einmachglas beinahe den Schädel eingeschlagen hatte. Ich taumle zurück. Erneut trifft mich die Faust, diesmal an der Stirn, und es fühlt sich an, als hätte man in meinem Kopf ein Blitzlicht ausgelöst. Eines von den Dingern, wie die Presse sie früher benutzte, die weiß aufflackern und beim Erlöschen Rauch ausstoßen. Zwei Sekunden lang kann ich nichts sehen, aber ich kann hören, wie er auf mich losgeht. Ich hebe die Arme, doch er schafft es mir, erneut einen Schlag zu verpassen. Ich falle aufs Bett, und aus einem Schleier dunkler Wolken schält sich langsam sein Gesicht heraus. Er wirkt so überrascht, wie ich es bin, und stürzt sich auf mich. »Wer bist du?« schreit er. Das Zimmer um mich herum dreht sich, und ich versinke mit dem Rücken in der Matratze. »Hä? Hast du sie auch gefögelt?« brüllt er. Er legt seine Hände um meinen Hals und drückt zu. Ich greife nach ihnen, schaffe es aber nicht, sie wegzustoßen. Irgendetwas in meinem Schädel versucht, sich loszureißen, trampelt herum und hämmert gegen seine Innenseite. »Schöp«, sage ich, und allein seinen Namen auszusprechen, kostet mich eine Menge Kraft, aber in meinem Kopf höre ich etwas anderes, und auch auf der Zunge fühlt es sich anders an. Caleb lässt von mir ab. Ich fasse mir an den Hals und massiere ihn. Er klettert von mir herunter und tritt einen Schritt zurück. »Was hast du gerade gesagt?« Ich stütze mich auf die Ellbogen und fange an zu husten, und jeder Huster lässt meinen Schädel erzittern. »Schuh«, sage ich mit pulsierender Kehle, außerdem ist mir schwindelig. »Was will er helfen?« Er tritt näher und holt erneut aus, doch ich blocke ihn ab. Trotzdem schafft er es, seine linke Faust in meiner Magengrube zu versenken. Die Luft weicht aus meinem Körper. Er dreht sich um und geht zur Tür, und ich springe leicht von übergebeugt auf die Füße. Mein rechter Arm hängt schlaff an mir herunter und schlabbert hin und her, während ich aus dem Schlafzimmer renne. Als ich den Flur betrete, ist er bereits in der Küche. »Halt!« Aber er bleibt nicht stehen. Als ich die Tür erreiche, klettert er im Garten schon den Zaun hinauf. Ich mache zwei Schritte, bevor sich um mich herum alles verschiebt. Die Bäume, der Zaun, alle Gegenstände bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, und ich sinke auf alle vier und übergebe mich. Die Kopfschmerzen lassen ein wenig nach. Und das Gefühl kehrt in meine Arme zurück. Ich massiere mir die Schläfen und schaffe es, die Augen zu öffnen. Von der anderen Seite des Zauns starrt Caleb's Gesicht auf mich herab, während er sich langsam herunterlässt. Dann ist er verschwunden. Ich rapple mich wieder auf, meine Beine tragen mich drei Schritte seitwärts und einen nach vorn, zwei seitwärts und zwei nach vorn, und dann geht es mehr vorwärts als seitwärts, bis ich schließlich den Zaun erreiche. Ich halte mich daran fest, hole Luft, klettere hoch und lasse mich in den Nachbargarten fallen, wo mir der Rasen bis zu den Knöcheln reicht. Cole hat schon fast den gegenüberliegenden Zaun erreicht. Dieses Ding in meinem Kopf hämmert immer noch, um sich bemerkbar zu machen, aber wenigstens trampelt es nicht mehr herum und zündet auch keine Leuchtkerzen der Verzweiflung mehr. Es lässt mich das hier erledigen und wartet auf die nächste Gelegenheit. Ich nehme mein Telefon und rufe Schroder an. Als ich den Zaun erreiche, hat er immer noch nicht abgehoben. Also lasse ich das Handy zurück in meine Tasche gleiten und klettere in den nächsten Nachbargarten. Während ich auf dem Boden lande, rennt Cole seitlich am Haus entlang. Erneut nehme ich das Telefon, inzwischen ist Schroders Voicemail angegangen. Ich lege auf und rufe im Revier an, um Verstärkung anzufordern, doch ich bringe kein gerades Wort heraus. Man bittet mich, das Gesagte zu wiederholen, was ich auch tue, aber es klingt immer noch unverständlich. Inzwischen bin ich auf der Straße und Caleb ist nach rechts gerannt. Ich folge ihm, doch er macht weiter Boden gut. Er läuft eine Gasse hinunter. Ich hole tief Luft und erkläre der Beamtin in der Telefonzentrale, wer ich bin und dass ich Caleb Cole verfolge. Aber keines der Wörter kommt raus, wie beabsichtigt. Trotzdem legt die Beamtin nicht auf. Brauchen Sie medizinische Hilfe? fragt sie. Ich versuche weiter, Verstärkung anzufordern. Sind Sie betrunken? Als ich die Gasse erreiche, ist Caleb bereits an ihrem Ende angelangt. Ich kriege kaum noch Luft. Nach vier Monaten im Knast und zwei Monaten falscher Ernährung bin ich so schlecht in Form wie nie zuvor. Und die Schläge auf den Kopf waren auch nicht gerade förderlich. Ich rudere noch heftiger mit den Armen und reiße die Beine noch schneller in die Höhe, doch ohne Erfolg. Caleb scheint keine Probleme zu haben. Ich liege mindestens zehn Sekunden zurück und mit jedem Schritt wird der Abstand größer. Er wirft einen Blick über die Schulter und offensichtlich ist er nicht ganz so überzeugt, dass ich das Rennen verliere, denn er legt einen Zahn zu. Ich versuche es ihm gleich zu tun, aber vergeblich. Die Beine wollen nicht mehr. Dann drosselt er langsam das Tempo. Er war 15 Jahre im Gefängnis und musste noch sehr viel länger den gleichen Fraß essen wie ich. Ich verringere den Abstand, hole eine Sekunde auf und noch eine, komme immer näher und dann kann ich nicht mehr. Ich werde langsamer. Mir brennt die Lunge. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Meine Kehle brennt, mein Kopf pocht und mein Gesicht fühlt sich so heiß an, als würde es gleich explodieren. Doch ich denke an die drei Mädchen und laufe weiter. Caleb merkt, dass ich aufgeholt habe. Am nächsten Haus biegt er ab und rennt seitlich daran entlang. Er stürzt durch ein Tor in den Garten eines Hauses, in dessen Auffahrt mehrere ramponierte Autos stehen. Während ich im Folge starren einige Leute aus ihren Fenstern. Andere treten vor die Tür und brüllen etwas. Caleb klettert den Zaun hoch. In diesem Moment öffnet sich die Hintertür des Hauses, ein Hund stürzt heraus und wetzt mir hinterher und jemand ruft ihm zu, er solle diesen Wichser ein Stück erreißen. Als ich den Zaun erreiche, schnappt der Hund nach meinem Bein und gräbt sein Gebiss in meine Wade. Ich stoße einen Schrei aus und klammere mich ans obere Ende des Zauns, trete mit dem anderen Fuß hinter mich und erwische den Hund am Kopf. Aber er lässt nicht los. Also verpasse ich ihm erneut einen Tritt, mit demselben Ergebnis. Ich ziehe mich nach oben und den Hund mit mir. Auf der anderen Seite steht Caleb direkt unter mir. Er packt mich am Hemd und zerrt mich nach unten. Ich bin jetzt das Seil bei einem Tauziehen zwischen Mensch und Tier. Der Hund hängt auf halber Höhe des Zauns und lässt erst los, als er gegen das obere Ende gedrückt wird. Ich lande unsanft auf dem Boden. Caleb verpasst mir einen Tritt in den Magen, macht einen Schritt zurück, kommt wieder näher und tritt mich erneut. Du, du bist der Typ von letzter Nacht, sagt er keuchend, die Hände auf die Knie gestützt. Bist du mir etwa gefolgt? Ich versuche etwas zu sagen, aber die Wörter kommen nicht so heraus, wie ich es möchte. Doch ich packe sie und presse sie heraus und sie klingen etwas verständlicher und auch die Kopfschmerzen verschwinden wieder. Caleb, sage ich, ich kann Ihnen helfen. Lass mich tun, was ich tun muss, brüllt er, um den Hund zu übertönen, der laut bellt und mit seinen Pfoten an der anderen Seite des Zauns kratzt. Der Geschmack des Blutes reicht ihm nicht. Offensichtlich hat sich mein Handy beim Sturz selbst aufgelegt, denn es klingelt jetzt. Sie dürfen, Sie dürfen, sage ich und ich muss ein paar Sekunden Luft holen. Sie Mädchen, Sie dürfen Ihnen nicht tun. Was für ein Monster hältst du mich? Er tritt mich erneut. Dann rennt er in Richtung Haus und seitlich daran entlang, dann ist er verschwunden. Ich hiefe mich auf die Knie, aber weiter komme ich nicht. Also rolle ich mich auf den Rücken und greife nach dem Telefon. Bevor ich drangehen kann, erscheinen die Köpfe der Bewohner aus dem Nachbarhaus über den Zaun. Du hast meinen Hund getreten, du Wichser, sagt einer von ihnen und schickt sich an, über den Zaun zu klettern. Einer seiner Kumpels folgt seinem Beispiel und sagt, Dafür wirst du bluten. Beide haben kahlrasierte Schädel mit Narben, die wie Ehrenzeichen wirken. Vielleicht ist das beim Spielen mit dem Messer passiert. Ich zücke meine Marke und zeige sie Ihnen. Sie schauen einander an und wissen offensichtlich nicht, was sie tun sollen. Ob es die Haftstrafe wert ist, die man kriegt, wenn man einen Polizeibeamten zu Tode tritt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich bereits für ihre Anwälte Fotos des Hundes präsentieren und erklären, warum es meine Schuld gewesen sei, dass er mich gebissen hat und warum diese beiden Menschen, Freunde, seine Ehre verteidigen mussten und dass nur jemand ohne Herz mir nicht die Seele aus dem Leib geprügelt hätte. Kissi da rein, fordere ich sie auf. Und jetzt hören sich die Wörter richtig an. Ich habe Verstärkung dabei, sage ich und weiß, dass ich übel dran bin, wenn sie mir nicht glauben. Geht sie da rein und macht keine Dummheiten. Schwein, sagt der eine und der andere spuckt mich an. Doch der Typ, der mich beleidigt hat, scheint sich zu ärgern, nicht zuerst gespuckt zu haben und spuckt mich, um es wieder wettzumachen, zweimal an. Dann klettern sie vom Zaun herunter, schnauzen den Hund an und bringen ihn zurück ins Haus. Inzwischen hat mein Handy aufgehört zu klingeln. Ich wische die Spucke am Rasen ab und gehe denselben Weg zur Straße wie Cole, wobei ich mein linkes Bein so wenig wie möglich belaste. Keiner der Bewohner tritt aus dem Haus. Meine Hose ist kaputt und als ich sie hochkremple, sehe ich eine Reihe von Löchern, aus denen Blut hervorsuppt. Erneut klingelt das Telefon. Cole ist nirgends zu entdecken und auch kein Streifenwagen ist in Sicht. Ich setze mich auf die Bordsteinkante und nehme das Telefon ans Ohr. Ja? Wir sind jetzt im Schlachthof, sagt Schroder, und ich muss mir einen Finger ins Ohr stecken, um den Hund nicht mehr zu hören. Stattdessen höre ich jetzt meinen Puls. Cole war hier und Dr. Stanton. Tate, eines der Mädchen, Cole, hat eines der Mädchen zurückgelassen, damit wir es finden. Es geht ihr gut. Sie ist ein wenig verängstigt, aber sonst hat ihr Cole nichts weiter getan. Calebs Hände schmerzen. Seit er sie diesem Typen um den Hals gelegt hat, tun seine Finger so weh, dass es bestimmt erträglicher wäre, wenn er sie abhacken würde. Dazu die Rennerei. Ein paar Schritte mehr und er wäre tot umgefallen. Seine rechte Hüfte fühlt sich an, als würde sie über Glassplitter scheuern und die Beine schmerzen, als hätte man ihm durch die Fußballen Metallstifte ins Schienbein getrieben. Er muss die Schmerzen unterdrücken, andernfalls wird es schwer werden, den Richter zu töten. Er hat keine Ahnung, wer der Mann ist. Wenn man ihn verfolgt, dann … Nein, er wurde nicht verfolgt. Der Mann war vor ihm in Ariels Haus. Er muss also ein Cop sein. Das heißt, dass die Polizei weiß, wer er ist. Und was war das auf dem Friedhof letzte Nacht? Ein Zufall? Der Mann hat ihn mit seinem Namen angesprochen. Caleb erreicht den Wagen des Arztes. Es wird langsam dunkler. Auf der Rückbank schläft Katie und Octavia hockt vorn auf dem Kindersitz unter einer Decke, die wie eine Art Zelt von der Kopfstütze bis zum Boden straff gespannt ist. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand sie entdeckt und die Polizei alarmiert. Er hat dem kleinen Mädchen ein winziges Stück Klebeband über den Mund geklebt, damit es ruhig bleibt. Katie liegt ebenfalls unter einer Decke. Und die Tabletten, die er ihr ins Getränk gebröselt hat, sorgen dafür, dass sie sich nicht beschwert. Bestimmt sind weitere Cops hierher unterwegs. Er lässt den Wagen an und fährt langsam los, darauf bedacht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Obwohl ihm sein Gefühl sagt, dass sie auf die Tube drücken und sie schleunigst aus dem Staub machen sollte. Er schaltet die Scheinwerfer ein. Wo bleiben die Bullen? Er kann sie nirgends entdecken und macht sie vom Acker, vergrößert den Abstand zwischen sich und dem Haus. Er lässt den Vorort hinter sich und fährt Richtung Stadt. Und dreimal muss er an einer grünen Ampel halten, weil die Kreuzungen von quietschbunten japanischen Autos blockiert werden, in denen junge Männer hocken und laute Musik hören. Immer noch keine Cops in Sicht. Er ist kein Monster. Und wenn das hier vorbei ist, werden die Menschen das begreifen. Er ist ein Mann, der versucht, die Welt wieder ins Lot zu bringen. Was ist mit dem nächsten Kinderschänder, der von Dr. Stanton behandelt und entlassen wird? Was ist mit dem nächsten Babymörder, der von Victoria Brown verteidigt wird und nach einer Strafe, die nicht schlimmer ist als ein Klaps auf den Hintern, wieder auf die Menschheit losgelassen wird? Nein, er ist kein Monster. Sie sind die Monster. Weil sie diese Leute verteidigen. Und sie sollen wissen, dass ihr Handeln nicht ohne Folgen bleibt. Der Richter hat dem Ganzen seinen Segen gegeben. Bereitwillig hat er James Whitbees Unterbringung für zwei Jahre in einer psychiatrischen Klinik angeordnet und dann die Sache nicht weiterverfolgt. Bereitwillig hat er sich der ganzen Angelegenheit entledigt, ohne Rücksicht auf die Folgen und sich dem nächsten Fall zugewandt. Und jetzt fallen die Folgen auf ihn zurück und nehmen nun ebenfalls keine Rücksicht auf ihn. Wenn die Polizei seinen Namen kennt, weiß sie da womöglich auch, auf wen er es noch abgesehen hat? Er ist zwei Blocks vom Haus des Richters entfernt, als er zu dem Schluss kommt, dass das nicht nur möglich, sondern äußerst wahrscheinlich ist. Er braucht einen anderen Wagen, aber er hat keine Ahnung, wie er ihn sich besorgen soll. Er hat im Knast Geschichten gehört, wie man ein Auto klaut. Das hörte sich kompliziert an. Einige meinten, man müsse bestimmte Kabel miteinander verbinden. Andere, man müsse einen Schlitzschraubendreher so tief wie möglich ins Zündschloss rammen, um es aufzubrechen und ihn dann als Schlüssel verwenden. Aber selbst wenn er wüsste, wie das funktioniert, wäre er dafür mit den Händen wohl nicht geschickt genug. Er könnte immer noch jemanden mit dem Messer bedrohen und ihm den Wagen abnehmen, allerdings kann er sich nicht vorstellen, dass das gut geht. Die Polizei würde ihn verfolgen und es gäbe unnötige Verletzte. Wie beinahe den Cop in Ariels Haus. Er hätte ihn erwürgen oder dem Hund überlassen können, doch den Mann trifft an der Sache keine Schuld. Es waren die Cops, die ihm vor 15 Jahren helfen wollten. Und sie waren es auch, die James Whitby zwei Jahre davor wegsperren wollten. Es ist jetzt Viertel nach fünf und die Straßenlaternen gehen an. Caleb fährt um den Block und parkt in einer Parallelstraße vor einem Haus, das dieselbe Nummer hat wie das des Richters. Er bleibt im Wagen sitzen und beobachtet, wie es langsam dunkel wird. Er schaltet sein Handy ein. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat er mindestens jeden zweiten Abend Pizza gegessen. Das war sein Lieblingsessen, bevor man ihn eingebuchtet hat und er holt jetzt nach, was er 15 Jahre lang entbehren musste. Er wählt die Nummer aus dem Gedächtnis, bestellt drei Pizzas mit Knoblauchbrot und Pommes frites und sagt, er zahle in bar. Die Person am anderen Ende wiederholt seine Bestellung, dann gibt Caleb ihr die Adresse des Richters durch. Man erklärt ihm, das Essen werde in 30 Minuten da sein, andernfalls sei die nächste Bestellung gratis. Aus einigen der Filme, die er in den letzten paar Wochen im Fernsehen gesehen hat, weiß er, dass die Polizei das Signal eines Handys innerhalb weniger Minuten zurückverfolgen kann. Manchmal muss sie auch mittels mehrerer Mobilfunkmasten in der Nähe den genauen Standpunkt bestimmen. Caleb hat keine Ahnung, wie kompliziert das tatsächlich ist. Trotzdem schaltet er das Handy aus, denn er möchte kein Risiko eingehen. Er weiß nicht mal, ob die Polizei überhaupt seine Nummer hat. Die Mädchen lässt er weiter zugedeckt. Es scheint nicht, als würde eines von ihnen in nächster Zeit aufwachen. Als Jessica noch klein war und nicht schlafen konnte, hatte sie immer in den Wagen gesetzt und ist mit ihr so lange um den Block gefahren, bis sie einnickte. Dann drehte er sichernshalber eine weitere Runde, setzte langsame die Auffahrt zurück und trug sie auf Zehenspitzen in ihr Zimmer. Über die Jahre hinweg hat er das bestimmt an die hundertmal gemacht. In seiner Erinnerung jedoch sind all die Fahrten zu einer einzigen verschmolzen. Und bei einem Gedanken daran muss er lächeln, als er 15 Minuten nach seinem Anruf aus dem Wagen steigt. Das hier ist ein freundliches Viertel. Dr. Stantons Wagen fällt nicht auf. Überall freundliche Häuser, freundliche Gärten und wahrscheinlich freundliche Menschen, die einem die Uhrzeit sagen, wenn man sie danach fragt. Das heißt also, er muss mehr aufpassen. Hin und wieder fahren Autos vorbei, Berufstätige, die von der Arbeit kommen. Freundliche Menschen neigen dazu, die Polizei zu verständigen, wenn ein fremder Mann vor dem freundlichen Haus ihres freundlichen Nachbarn herumlungert. Er mustert jedes Fenster in Sichtweite, um sich zu vergewissern, dass ihn niemand beobachtet und als keine weiteren Autos zu sehen sind, rennt er in den Vorgarten eines zweistöckigen Hauses mit großen Fenstern, deren Vorhänge zugezogen sind. Im Innern brennt Licht. Aber das ist in allen Häusern so, und ihm bleibt nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Er greift über das Tor an der Seite und schafft es, das Schloss zu entriegeln. Leise schwingt es auf. Er lauscht, ob es irgendwelche Lebenszeichen gibt, vor allem von einem Hund, aber da ist nichts. Direkt vor den Fenstern fällt Licht in den Garten, aber der Zaun liegt im Dunkeln. Dort geht er hin und läuft, dicht an den Sträuchern entlang, in die Ecke zu einem Baum, hinter dem er sich versteckt. Ein, zwei Meter entfernt bewegt sich etwas zwischen den Blättern, und er hält inne. Obwohl es sich wahrscheinlich nur um einen Igel oder eine Katze handelt, glaubt er für einen Moment, für einen kurzen Moment, dass sich gleich eine Taschenlampe auf ihn richten wird, und man ihn mit einem Gummiknüppel niederschlägt. Der Igel huscht davon, und Caleb klettert den Zaun hinauf. Von dort kann er über den Seitenstreifen des Nachbargartens hinweg zur Straße sehen. Das Haus des Richters befindet sich leicht versetzt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nicht schlecht geschätzt. Er bleibt auf dem Zaun sitzen und wartet. Inzwischen ist es dunkel geworden, und die Temperaturen sind gesunken. Während er das Gleichgewicht hält, reibt er sich die Hände. Zwei Minuten später hält vor dem Haus ein Auto. Caleb hört auf, sich die Hände zu reiben, und als die Innenbeleuchtung angeht, richtet er sein Augenmerk auf den Fahrer. Er schaut irgendwas nach, wahrscheinlich die Adresse, dann steigt er mit den Pizzas in den Händen aus. Aber er schafft es nur halb bis zur Tür, dann stürzen aus einem Wagen in der Nähe zwei Personen hervor, und gleichzeitig kommt jemand aus der Haustür gerannt. Sie umringen den Pizzaboten, worauf dieser die Schachteln fallen lässt. Caleb sieht sich das nicht länger an. Der Richter ist nicht da. Und selbst wenn er es wäre, gäbe es keine Möglichkeit, an ihn heranzukommen. Bei Whitbys Mutter wird es dasselbe sein. Kopfschüttelnd geht er zum Wagen zurück. Er schaltet das Radio ein, und während er fährt, hört er die Nachrichten. Die Polizei ist mittlerweile im Schlachthof gewesen. Sie haben Melanie Stanton lebend und gesund aufgefunden. Er schlägt aufs Lenkrad. Und Octavia wird wach. Er kann hören, wie sie durch das Klebeband weint. Caleb hat keine Ahnung, wo er als nächstes hinfahren soll. Meine Kopfschmerzen sind inzwischen verflogen, und mein Hemd ist voller Kotzflecken, obwohl ich versucht habe, sie mit meinen Fingern abzuwischen. Es ist halb sechs, als der erste von mehreren Streifen Wagen die Show dahergeschickt hat, in die Straße biegt. Demnach lehne ich seit 30 Minuten an meinem Auto. Ich winke den Wagen zu mir. Der Fahrer ist offensichtlich stinksauer und kurz davor, mich zu verhaften, bis ich ihm und seinem Partner meine Marke zeige, worauf er erst recht sauer wird. Ich bin ebenfalls sauer und will wissen, warum sie verdammt noch mal so lange gebraucht haben, und er erklärt es mir in einem Wort. Autofreaks. Wir fahren durchs Viertel, er steuert den Wagen und ich blute, während sein Partner in sämtliche Richtungen Ausschau hält und mit einer Taschenlampe aus dem Fenster hinaus in die Dunkelheit leuchtet. Keiner von uns sagt einen Ton. Die Gemüte sind immer noch erhitzt. Von Cole ist keine Spur zu sehen. Inzwischen helfen uns fünf weitere Streifenwagen bei der Suche. Auf den Straßen herrscht kaum Verkehr. Cole ist woanders hingefahren. Ich hatte die Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Ich war ganz dicht dran, ganz dicht dran, Stanton und seine beiden Töchter zu befreien. Irgendwann habe ich so starke Schmerzen und auf der Rückbank ist so viel Blut, dass wir ins Krankenhaus fahren. Mit einem Hundebiss ist nicht zu spaßen. Es ist fast sechs Uhr, als wir den Stadtrand erreichen und für die letzten paar Kilometer brauchen wir eine weitere halbe Stunde. Dank der Freaks mit ihren Autos und ihrem Bedürfnis, zu einer Gang zu gehören oder Teil eines Kultes zu sein, doch dem Rest von Christchurch geht das alles einfach nur mächtig auf die Eier. Ich bin sauer, weil ich den Termin mit Forster und Bridget verpasse. Wir halten vor dem Eingang der Notaufnahme und keine der Cops begleitet mich hinein. Das Gute an dem Biss ist, dass er mich wach hält. Das Schlechte, dass mein Schuh voller Blut ist. Das Wartezimmer ist mit Leuten gefüllt, bei denen heute irgendwann irgendwas schiefgelaufen ist. Entweder haben sie sich mit dem Hammer auf den Finger geschlagen oder sie haben sich beim Gitarrespielen verhaspelt und da sind Schulkinder, die sich beim Fußball den Arm gebrochen haben und Hausfrauen, die gegen die Tür gerannt sind, weil das Essen nicht rechtzeitig fertig war. Ich zeige meine Marke. Darum und wegen der Löcher in meinem Bein werde ich vorgezogen, sehr zum Leidwesen der anderen Patienten. Ich werde durch eine Doppeltür hinter einen Paravon gebracht und aufgefordert, die Hose auszuziehen. Ein paar Minuten später erscheint ein Arzt. Ohne große Anteilnahme betastet er die Wunde. Sieht nicht gut aus, sagt er. Und er selbst sieht auch nicht gut aus, mit den kümmerlichen Haarsträhnen auf seiner Halbglatze und den Blut unter laufenden Augen. Sein Atem riecht nach Kaffee. Sie dürfen in den nächsten Tagen das Bein nicht belasten. Außerdem bekommen Sie gleich ein paar Spritzen. Ich werde eine Schwester die Wunde säubern lassen und sie dann nähen und ich rate ihnen, sich von Hunden fernzuhalten. Die Schwester ist eine korpulente Frau mit freundlichen Augen und einem noch freundlicheren Lächeln. Sie meint, ich sehe aus, als käme ich gerade aus dem Krieg. Sie sagt, die Wunde werde wieder verheilen und dass der letzte Patient mit einem Hundebiss, um den sie sich gekümmert habe, seine Nase, eine Wange und ein Ohr verloren hat. Sie berichtet, wie traurig das war mit einem Lächeln, als würde sie mir gerade von ihren reizenden Enkeln erzählen. Sie gibt mir zwei Spritzen in den Arm und es tut weh. Als sie die Wunde fertig gesäubert hat, bin ich für zehn Minuten mit meinem pulsierenden Arm und meinem pulsierenden Bein allein. Dann kehrt der Arzt zurück. Im Flur gehen Ärzte und Schwestern vorbei. Einige wirken ausgeschlafen, andere als wären sie schon den ganzen Tag auf den Beinen. Er wirft einen Blick auf die Wunde und nickt. Dann betäubt er die Stelle und wartet eine Minute, bevor er mit einer Nadel hineinsticht. Spüren Sie das? Nein. Gut. Einige der Löcher sind tiefer als die anderen, einige breiter, aber alle sehen sie etwa gleich fies aus. Ich hatte vorhin Kopfschmerzen. Ohne aufzuschauen, näht er weiter. Was für Kopfschmerzen? Schlimme, sage ich und erzähle ihm von der Attacke mit dem Glas, dem Auslöser der Schmerzen und davon, was gestern passiert ist. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, erklärt er. Das tue ich doch gerade. Er schüttelt den Kopf. Sie wissen, was ich meine. Warum haben Sie nicht längst jemanden konsultiert? Ich dachte, die Schmerzen würden wieder verschwinden. Und jetzt schaut er auf, inmitten eines Stichs. Und wie ist es Ihnen dabei ergangen? Nicht gut, gebe ich zu. Nehmen Sie Schmerztabletten? Nein. Warum nicht? Ich bin suchtgefährdet. Ich wollte kein Risiko eingehen. Okay. Sie wollten also gar nichts dagegen unternehmen, sondern abwarten und jetzt erwähnen Sie es, weil Sie zufällig gerade hier sind. Gehen Sie nach dieser Devise auch bei Ihrer Arbeit vor, Detective? Nein, sage ich und blicke ihm nicht länger in die Augen. Ich wünschte, ich hätte das Thema nie angesprochen. Nein, genau. Sind es nur die Kopfschmerzen? fragt er und legt das Garn und die hakenförmige Nadel beiseite. Dann greift er in seine Brusttasche und zieht eine Taschenlampe heraus. Manchmal wird mir auch schwindelig und vorhin konnte ich nicht richtig sprechen. Wann hat sie geschlagen, oder? Ja. Er leuchtet mir mit der Lampe in die Augen. Beide Pupillen zeigen normale Reflexe, sagt er. Was noch? Nichts. Hatten Sie einen Filmriss? Sind Sie kollabiert? Vergessen Sie manchmal Dinge? Leiden Sie unter einem Verlust der motorischen Fähigkeiten? Nach dem Angriff konnte ich meinen Arm nicht bewegen, aber nur für eine Minute. Okay, sagt er und steckt die Lampe wieder in die Tasche. Okay? Wir werden jetzt Folgendes tun. Ich werde die Wunde zu Ende nähen und dann werde ich sie bei uns aufnehmen. Dafür habe ich keine Zeit. Wofür haben Sie denn Zeit? Fürs Sterben? Denn das könnte passieren, wenn wir Sie nicht genauer untersuchen. Sie haben heute ein Schädeltrauma erlitten, zusätzlich zu einem bereits vorhandenen Trauma von dem Schlag mit dem Glas auf Ihren Kopf. Offensichtlich haben Sie eine Hirnverletzung davongetragen. Der Schlag heute auf den Schädel hätte auch tödlich sein können. Wenn Sie morgen mit dem Kopf gegen die Wand knallen, kann Sie das umbringen. Und genauso gut können Sie heute Nacht im Bett sterben. Danke, dass Sie es mir so schonend beibringen. Hören Sie, ich werde vorsichtig sein, versprochen, und wenn dieser Fall abgeschlossen ist, komme ich wieder. Können Sie mir nicht einfach was verschreiben? Er seufzt und nickt dann langsam. Schön, sagt er und zieht ein Rezeptblock hervor. Er kritzelt etwas auf das oberste Blatt und gibt es mir. Darauf steht, Wenn Sie jetzt gehen, könnte Sie das umbringen. Er hat es unterstrichen. Ich falte das Blatt zusammen und lasse es in meine Tasche gleiten. Über 30 Stiche und 20 Minuten sind nötig, um sämtliche Wunden zu schließen. Als er fertig ist, kehrt die Schwester zurück und legt mir einen Verband an. Sie besteht darauf, mich im Rollstuhl in ein anderes Zimmer zu bringen. Es ist eine ruhige Fahrt. An den Wänden des Büros, in das sie mich schiebt, hängen Bilder des menschlichen Gehirns und Illustrationen von seinem Querschnitt und auf dem Schreibtisch steht das Modell eines Gehirns. Warten Sie hier, sagt sie. Ehrlich, es geht mir gut, sage ich. Schön. Dann haben Sie bestimmt auch verstanden, was ich gesagt habe. Habe ich. Sie verlässt das Zimmer und dann sitze ich in der Stille und horche in meinen Körper hinein, der mir sagt, dass er fürs Erste versorgt ist. Dass es Wichtigeres zu tun gibt. Seine Argumente überzeugen mich so sehr, dass ich aus dem Rollstuhl steige und in den Flur trete. Ich meide die Richtung, aus der ich gekommen bin und gehe in die andere, irre durch die Gänge, bis ich einen Ausgang gefunden habe und nach draußen trete. Und die ganze Zeit halte ich perfekt das Gleichgewicht. Vor dem Krankenhaus stehen mehrere Taxis und ich steige in das Vorderste und lasse mich zum Polizeirevier fahren. Offensichtlich verstopfen diese Autofreaks gerade den anderen Teil der Stadt oder sie sind nach Hause gefahren und holen sich zur The Fast and the Furious einen runter. Man hat den Wagen, den ich vorhin gefahren habe, für mich zurückgebracht. Beim Laufen tut mein Bein weh und weh tut es auch, wenn ich nicht laufe, allerdings nicht ganz so stark. Auf dem Weg ins Polizeigebäude rufe ich Dr. Forster an und muss erneut eine Nachricht hinterlassen. Als ich das Revier betrete, wird mir ein wenig schwindelig und während mich der Aufzug in den vierten Stock befördert, wird mir schlecht. Es fühlt sich an, als würde die Welt unter mir wegsacken, aber alles in allem geht es mir recht gut. Ich lehne mich gegen die Wand, um mein Bein zu entlasten. Sollte der nächste Auftrag von mir verlangen, mich in eine Volkstanzgruppe einzuschleusen, bin ich meinen Job vermutlich los. Die Fahrstuhltüren öffnen sich und geben den Blick auf mehrere Detektives frei, die alle dabei sind, Informationen zu sammeln. Sie telefonieren, sitzen vor dem Computer oder wälzen Akten. Schroder kommt von der Kaffeemaschine herüber und mustert mich. Muss das doch nicht amputiert werden? fragt er. Das siehst beschissen aus, sage ich. Fit sich, dasselbe wollte ich gerade zu dir sagen. Wo ist das Mädchen? In Kensbüro, sagt er. Wir müssen sie befragen, aber zunächst sollten wir was klären. Wir fahrenden nach Ariel Chancellor. Wir wissen immer noch nicht, wo sie steckt, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, stand bei deinem Eintreffen die Tür offen und du hast Drogen auf dem Tisch gesehen, darum bist du in die Wohnung eingedrungen. Hat es sich so abgespielt? fragt er mich. Aber das ist keine echte Frage. Er entwirft für mich das Szenario. Genau, dachte ich's mir doch. Gehen wir die Sache kurz mal durch. Wir marschieren in San Biron, das Schwindelgefühl aus dem Fahrstuhl ist verflogen. Ich gehe die Sache mit ihm durch, ändere ein paar Einzelheiten und erzähle, dass ich nicht eingebrochen, sondern durch die offene Tür marschiert bin und Hallo gerufen habe. Niemand aus der Gegend hat was gesehen, sagt er. Aber wir haben eine Beschwerde von einem der Nachbarn vorliegen. Die Leute behaupten, du hättest ihrem Hund gegen den Kopf getreten. Ich beiße die Zähne zusammen und unterdrücke die Wut, die plötzlich in mir aufsteigt. Die haben ihren Hund auf mich losgelassen. Die haben diesem verdammten Viech befohlen, mich anzugreifen. Also, sie wollen Anzeige erstatten. Sie werden die Sache vorantreiben, um Schadenersatz zu kriegen, ganz klar. Sie behaupten, du hättest widerrechtlich ihr Grundstück betreten, sie beleidigt und ihr Haustier angegriffen. Meine Hand krümmt sie zur Faust. Ich schaue zur Wand und würde am liebsten dagegen schlagen. Dort befinden sich bereits einige faustgroße Löcher. Unter den meisten stehen Unterschrift und Datum. Neben einigen sind Smileys gezeichnet. Eine Art Wall of Fame. Ich entspanne meine Faust wieder. Verarschst du mich? Er zuckt mit den Schultern. Ich wünschte, es wäre so. Ich lasse einen Zeichner hochkommen. Er soll mit dir reden. Damit wir ein aktuelleres Bild von Cole bekommen. Unfassbar, sage ich. Vergiss es, Tate. Es gibt jetzt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wie das Mädchen zu befragen. Genau, sagt er. Erinnerst du dich noch an Benson Barlow? Fragt er. Barlow ist ein Psychiater, den ich vor sechs Wochen draußen in Grover Hills getroffen habe. Die leer stehende psychiatrische Klinik, wo sich einer der ehemaligen Patienten mit einer Sammlung toter Körper und einer noch größeren Sammlung schlechter Ideen versteckt hatte. Was ist mit ihm? Er ist hierher unterwegs, um mit dem Mädchen zu reden. Schätze, das kann nicht schaden. Sie ist ziemlich traumatisiert. Sie spricht nicht viel, dafür zittert und weint sie umso mehr. Es ist eine Beamtin bei ihr, die versucht, sie zu trösten mit mäßigem Erfolg. Als wir die Ärmste gefunden haben, war sie mit Kunstblut beschmiert. Wahrscheinlich stammt es aus demselben Laden wie das Theatermesser. Ein Theatermesser? Ja, eines dieser Messer, bei denen die Klinge im Griff verschwindet. Er hat so getan, als würde er sie töten? Sieht so aus, sagt Schroder. Und das einzig Verständliche, was sie gesagt hat, immer wieder gesagt hat, sie sei diejenige, die man ausgewählt habe. Ausgewählt? Schroder zuckt die Achseln. Vielleicht findet Barlow heraus, was genau es damit auf sich hat, aber ich vermute, man hat sie ausgewählt, um sie zu töten. Oder zum Schein zu töten, wie sich er herausgestellt hat. Um den Arzt zu bestrafen? Warum sonst? fragt er. Wie gesagt, das ist das Einzige, was sie von sich gegeben hat, denn sie ist völlig verängstigt. Ich schätze, er hat sie vorher betäubt. Ich meine, es hat wenig Sinn, so zu tun, als würde man auf sie einstechen, wenn sie auf dem Boden liegt und sich bewegt, als wäre nichts passiert. Er hat mich gefragt, für was für einen Monster ich ihn halte, sage ich, und sehe ihn vor mir, wie er sich über mich beugt, nachdem er mir einen Tritt in den Magen verpasst hat. Caleb Cole mit seinem nabigen Gesicht und mit geballten Fäusten. Ich glaube nicht, dass er es fertig bringt, ein Kind zu töten, aber offensichtlich will er Stanton vom Gegenteil überzeugen. Naja, aber er ist trotzdem ein Monster und er hat immer noch die beiden jüngeren Mädchen. Was Melanie betrifft, er hat sie da draußen mit einer Tüte essen, etwas zu trinken und mehreren Decken zurückgelassen. Sie hätte dort einige Tage überleben können, solange sie nicht losmarschiert wäre, um Hilfe zu holen und in den Wäldern umgekommen wäre. Es hätte ihr alles Mögliche zustoßen können. Vielleicht wollte er ihren Aufenthaltsort telefonisch durchgeben. Vielleicht. Wir werden ihn fragen, wenn wir ihn geschnappt haben, sagt Schroder. Am anderen Ende des Ganges öffnen sich die Aufzugtüren und Barlow tritt in den Flur. Offensichtlich ist heute Halbglatzen-Dienstag, denn er hat dieselbe Frisur wie mein Arzt und wirkt genauso müde wie er. Barlow schaut nach rechts, dann nach links, ohne uns jedoch zu bemerken. Er hat mich über den Zaun gezerrt, sage ich zu Schroder. Was? Der Hund. Er hat sich in mein Bein verbissen und mich nach unten gezerrt. Ich sagte, dieses blöde Viech wollte mich in Stücke reißen und die Mistkerle aus diesem Haus haben dabei zugesehen. Cole hat meine Hand gepackt und mich weggezogen. Er hat mir den Arsch gerettet. Schroder starrt mich mit frostigem Blick an. Sag mal, Tate, gibt's da ein Problem? Was? Was für ein Problem? Mit dir und Cole. Besteht er für die Gefahr, dass du ihm sympathierend gegenbringst? Nein, natürlich nicht. Bist du sicher? Ich weiß, dass ihr Ähnliches erleiden musstet, als ihr eure Töchter verloren habt und ich weiß auch, dass ein Teil von dir für Cole Verständnis hat, wenn er diejenigen tötet, die seiner Meinung nach dafür verantwortlich sind. Aber er ist böse und tut unschuldigen Menschen weh. Ich werfe die Hände in die Luft. Mein Gott, Carl, das ist mir doch klar. Er starrt mich weiter frostig an. Bist du sicher? Ja, sage ich. Gut, sagt er und nickt langsam, um mir zu zeigen, dass er mir glaubt. Ich musste nur sicher gehen, denn es wäre echt scheiße, Tate, wenn du auf seiner Seite wärst. Er wartet einen Moment, damit es auch richtig ankommt, dann fährt er fort. Die Beweisstücke und Prozessakten zu beiden Whitby-Fällen sind eingetroffen, sagt er, von damals, als er die zwei Mädchen angegriffen hat. Inzwischen hat Barlow uns entdeckt. Sein Gesicht hält sich auf und er sagt oder formt mit den Lippen ein Ah, dass er niemand Bestimmtes gerichtet ist, dann kommt er in unsere Richtung. Sie sind im Konferenzraum, sagt Schwoder zu mir. Ich bin auch nicht dazu gekommen, sie mir anzusehen. Übrigens, wir haben da noch ein Problem. Haben wir? Mulea, du. Was zum Henker war mit dir los? Was meinst du? Ich habe in der Aufzeichnung deines Hilferufs gehört. Es klang, als hätte man dir einen Tennisball in den Mund gestopft. Caleb hat mir ordentlich eins verpasst. Offensichtlich. Bist du sicher, dass du in Ordnung bist? Du wirkst etwas wackelig auf den Beinen. Mir geht's gut. Okay. Also wenn ich dir das nächste Mal sage, dass du nicht allein gehen sollst, wie wär's, wenn du dann auf mich hörst? In diesem Moment tritt Barlow zu uns. Wir begrüßen uns und reichen einander die Hände. Er trägt einen Rollkragenpulli und karierte Hosen. Er sieht genauso aus, wie man sich einen Psychiater vorstellt, der auf dem Weg zum Golfplatz ist. Ich habe Whitbees Patientenakten gelesen, sagte er und setzte eine todernste Miene auf, während sich seine Stimme um eine Oktave senkt, und ich kann Ihnen versichern, dass ich so einen Mann nicht aus meiner Obhut entlassen hätte. Er war eine tickende Zeitbombe. Schätzte die Situation treffend ein, wie man es im Nachhinein immer so schön kann, und bestätigte damit meine Überzeugung, dass die Psychologie eine Wissenschaft ist, die sich aus einer Abfolge zahlloser Irrtümer entwickelt hat. Sagen Sie mir, in welchem Zustand wurde Melanie Stanton aufgefunden? Shoder erzählte es ihm. Melanie war in einer Decke gehüllt und ihre Kleidung mit Kunstblut beschmiert. Sie war betäubt. Als sie zu sich kam, sagte sie, dass sie diejenige sei, die man ausgewählt habe. Auf ihre Stirn hatte Caleb Cole »Es tut mir leid« geschrieben. Man hat sie ins Krankenhaus gebracht, sie gesäubert und ihr frische Sachen angezogen, als sie zu sich kam. Anschließend wurde sie aufs Revier gefahren. Bislang hat sie auf keine der gestellten Fragen geantwortet. »Haben Sie hier keine freundlichere Umgebung?«, fragt Barlow. »Wie zum Beispiel?« »Na ja, ein Zimmer mit Bildern und Buntstiften und mit Spielzeug wäre fürs Erste nicht schlecht. Ein Umfeld, in dem ein Kind sich wohler fühlt.« »Das hier ist eine Polizeiwache«, sagt Schroder. »Aber Sie befragen doch auch Kinder hier, oder?« »Wir hatten mal so ein Zimmer«, sagt er. »Aber wir mussten den Konferenzraum ausbauen. Hören Sie, das Büro ist das Beste, was wir haben«, sagt Schroder und gibt sich Mühe, nicht wütend zu klingen. »Wir dürfen keine Zeit verplempern.« »Wir müssen uns aber Zeit nehmen, Detective. Ich kann nicht einfach...« »Ich weiß«, sagt Schroder. »Aber es stehen weitere Menschenleben auf dem Spiel, Doktor. Darum habe ich Sie angerufen. Und ich bin mir sicher, dass Sie in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, Ihr Bestmögliches tun werden.« Barlow nickt. »Schön formuliert, Detective«, sagt er lächelnd. »Also, was ist mit Ihrer Mutter? Wie sieht es da aus?« »Sie ist auf dem Weg hierher. Sie war mit Ihrem Freund außer Landes. Mutter und Vater haben sich vor sechs Monaten getrennt. Sie hat ihn verlassen«, sagt er. »Wir sollten auf Sie warten«, sagt Barlow. »Vielleicht können Sie uns helfen.« Schroder schüttelt den Kopf, während ich sage, »Wir haben schon zu lange auf Sie gewartet.« »Wenn wir nicht viel Zeit haben, muss ich allein mit ihr sprechen«, sagt Barlow. »Und sollte Ihre Mutter eintreffen, lassen Sie sie erst zu ihr, wenn ich mit ihr fertig bin. Da Ihre Mutter die Familie im Stich gelassen hat, könnte Ihre Anwesenheit dazu führen, dass Melanie weiter zumacht.« »Ich muss Sie begleiten«, sagt Schroder. »Nein, das geht auf keinen Fall«, erwidert Barlow und schüttelt den Kopf. »Zwei erwachsene Männer, die versuchen, mit einem elfjährigen Mädchen zu sprechen?« »Das würde Sie nur noch mehr verängstigen und stressen, erst recht, wenn einer dieser Männer unbedingt Antworten braucht.« »Sie ist keine Verdächtige, sie ist eine Zeugin. Aber vor allem ist sie ein verängstigtes, kleines Mädchen, das nicht weiß, wo seine Familie ist. Vertrauen Sie mir, wenn ich allein da reingehe, besteht die Chance, dass ich Sie aus der Reserve locke. Wenn Sie mich jedoch begleiten, kann es sein, dass Sie eine Woche lang keinen Ton mehr von sich gibt. Falls Sie überhaupt noch mal was sagt. »Ich weiß, was ich Sie fragen soll, Detective. Sie wollen wissen, was der Mann, der Sie entführt hat, gesagt hat, was er Ihnen angetan hat und ob Sie gehört hat, wo er als nächstes hinwollte. Da er Sie am Leben gelassen hat, halte ich es allerdings für äußerst fraglich, ob Sie uns da weiterhelfen kann, Detektives. »Oder er hat sein Vorhaben schon umgesetzt, bevor wir irgendwas aus Sie herauskriegen, gebe ich zu bedenken.« Barlow nickt. »Gut möglich«, sagt er. »Also, meine Herren, Sie haben mich angerufen, damit ich Ihnen helfe. Wie wär's also, wenn Sie mich jetzt meine Arbeit machen lassen?« Barlow geht ins Show das Büro und ich betrete den Konferenzraum in der Aussicht auf ein Nickerchen, doch das Messer macht jede Hoffnung zunichte. Es handelt sich um einen Scherzartikel, dessen Klinge im Griff verschwindet. Es liegt in einer versiegelten Plastiktüte mitten auf dem Tisch. Als ich ein Kind war, hat einer meiner Schulfreunde zum Spaß mit so einem Messer ständig auf sich eingestochen. Das war damals schon nicht witzig. Und heute ist es das schon gar nicht. Dr. Stanton ist irgendwo da draußen überzeugt, dass seine älteste Tochter tot ist, weil man sie zum Schein mit einem Spielzeug umgebracht hat, das entworfen wurde, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Auf dem Tisch stapeln sich die Prozessakten. Zwei Detektives sehen Sie gerade durch. Wir achten darauf, dass die Akten zu Whitby und zu Cole auf getrennten Stößen bleiben. Ich setze mich hin und würde am liebsten meinen Kopf auf die Tischplatte legen und für ein paar Stunden abschalten. Doch die Warnung des Arztes geht mir nicht mehr aus dem Sinn und ich habe Angst, dass sollte mein Kopf etwas anderes als ein Kissen berühren, für immer die Lichter ausgehen. Ich finde ein Foto von Jessica Cole, das kurz vor ihrem Tod aufgenommen wurde. Dieses hübsche kleine Mädchen, das mich an meine eigene Tochter erinnert. Jessica wurde das Opfer einer vorsätzlichen Tat. Meine eigene Tochter, Emily, wurde das Opfer einer Dummheit. Der eine Mann war böse, der andere betrunken. Das Ergebnis war dasselbe. Aber vielleicht sind die Dinge auch nicht so schwarz-weiß. Der eine Mann war krank, der andere süchtig. Keiner der beiden Männer war ganz Herr seiner Sinne. Macht es das leichter, damit zurechtzukommen? Nein. Eher noch schwerer. Denn das bedeutet, man hätte einschreiten können, was aber niemand getan hat. Ärzte, Seelenklempner, Angehörige oder Freunde. Wo zum Henker waren sie, als es darum ging, Whitby die medizinische Behandlung zukommen zu lassen, die er brauchte, oder Quentin James, den Mann, der meine Tochter getötet hat, vom Trinken abzuhalten. In gewisser Weise hat Schroder recht. Ich kann mit Cole mitfühlen. Ich verstehe sein Bedürfnis nach Rache. Aber er hat es auf die falschen Leute abgesehen. Vor 15 Jahren hat er sich um James Whitby gekümmert. Und danach hätte Schluss sein sollen. Ich habe mich auch um Quentin James gekümmert, aber das war's dann. Obwohl ich der Gesellschaft die Schuld daran gebe, dass man ihn wieder hinter das Steuer eines Autos gelassen hat, und den Gerichten, dass sie nach seinen zahllosen Verurteilungen wegen Fahrens und Alkoholeinfluss nicht hinter Gitter gesteckt haben, reichte das nicht aus, um seinen Verteidiger zu töten oder den Richter, der es versäumt hatte, ihn wegzusperren oder den Barkeeper, der ihm seinen letzten Drink verkaufte. Wenn Cole sich darauf beschränkt hätte, James Whitby zu töten, dann hätte ich ihm zwar keine Medaille verliehen, aber ich hätte Verständnis für seinen Schmerz gehabt. Ich lege das Foto von Jessica Cole wieder zurück. In dem Pappkarton mit den Beweisstücken liegt auch die Mordwaffe. Sie ist schwer und das Blut daran ist rotbraun und verkrustet. Die ganze Klinge und der Griff sind damit beschmiert. Ich weiß noch, dass Whitby es in Jessicas Körper hat stecken lassen, als er fertig war. Der Polizeizeichner betritt das Zimmer ein großgewachsener Mann mit kräftigen Unterarmen. Vielleicht kriegt man solche Arme vom Zeichnen mit schweren Bleistiften. Wir verziehen uns in eine Ecke, er setzt sich mir gegenüber und richtet seinen Block auf, als würde er mich malen und überlegen, was seinen guten Hintergrund abgeben könnte. Vor ihm liegt ein Foto von Cole, das er als Grundlage benutzt und ich gebe ihm ein eher dürftiges Update. Er fügt die Narben hinzu, die gebrochene Nase und 15 Jahre. Auf dem einen Bild ist Cole jung und auf dem Neuen vom Leben gebeutelt. Sein Gesicht ist eine Karte der Zeit, die er im Knast verbracht hat. Als wir fertig sind, klingelt Schroders Handy. Er hebt ab und ich lausche seine Hälfte des Gesprächs. Es geht irgendwie um Pizza. Mein Magen fängt an zu knurren und ich hätte nichts dagegen, wenn er eine Pizza bestellen würde. Der Zeichner offenbar schon, denn er verlässt das Zimmer, um das neue Bild einzuscannen und an die Medien rauszugeben. Ein Moment später zeigt sich jedoch, dass Schroeder keineswegs etwas zum Abendessen bestellt hat. »Habt ihr im Restaurant angerufen?«, fragt er und lauscht der Antwort. Völlig reglos nimmt er die Informationen entgegen. Nur sein Gesicht verzieht sich langsam zu einer finsteren Mine. Er starrt aus dem Fenster auf einen Punkt irgendwo in der Ferne. »Und die Telefonnummer?« Er hört weiter zu, dann legt er auf und wendet sich mir zu. »Irgendjemand hat mit einem Prepaid-Handy einen Pizzadienst angerufen«, sagt er. »Vor fünf Minuten wurden mehrere Pizzas an Richter Lathams Adresse ausgeliefert.« »Ein Test, um zu sehen, ob wir ihn observieren?« »Ja, und es hat funktioniert.« »Unsere Leute haben den Pizzaboten hochgenommen, als er sich dem Haus näherte.« »Das heißt, der Täter weiß jetzt, dass wir seine Pläne kennen.« »Verdammt«, sagt Schroder und bricht seinen Bleistift durch. »Die Beamten vor Ort hätten es besser wissen müssen. Ich hätte es besser wissen müssen und selbst hinfahren sollen. Das werde ich beim nächsten Mal auch tun. Es gibt ja immer noch das Haus der Mutter.« Ich schüttle den Kopf. »Er wird es jetzt bei keinem der anderen Häuser mehr versuchen. Ihm ist klar, dass es eine Falle sein könnte.« »Er ist uns durch die Lappen gegangen,« sagt Schroder. »Wir haben's vergeigt.« »Ich weiß.« Ich starre aus dem Fenster auf denselben Punkt, den er zuvor fixiert hat. »Aber wir haben dem Richter das Leben gerettet,« sagt er, und er hat Recht. »Wir haben einem gesichtslosen Richter, den ich nicht kenne, und Schroder vielleicht auch nicht das Leben gerettet. Wir haben ihn davor bewahrt, vor den Augen seiner Familie getötet zu werden. Das scheint keine große Sache zu sein. Doch eigentlich ist es das. Momentan gelten unsere Gefühle allerdings den kleinen Mädchen. Auf sie konzentrieren wir uns jetzt. Sie sind die eigentlichen Unschuldigen in diesem Fall. Natürlich sind hier alle Opfer unschuldig, aber die anderen haben sich nicht gerade geschickt angestellt. Die Mädchen hingegen, sie sollten nicht darin verwickelt sein. Es fällt also schwer, sich über den Erfolg mit dem Richter zu freuen, wenn man ständig daran denken muss, dass wir Cole heute zweimal hätten schnappen können und es dennoch nicht geschafft haben. Wir sollten es als Sieg betrachten, als Häkchen für die Guten, sagt Schroder, aber er irrt sich. Wir sollten es nicht als Sieg sehen, sondern lediglich als Punktgewinn. Von den Akten erwarten wir uns Antworten. Und auch von Melanie. In der ganzen Stadt fahnden Polizisten nach Ariel Chancellor und nach Dr. Stantons Wagen. Sie suchen sämtliche Personen von einer Liste auf, die Schroder und ein paar andere Detektives vorhin erstellt haben, mit Namen von Leuten, die damals mit den Fällen zu tun hatten. Ich muss immer noch an die Pizza denken, die Cole bestellt hat, und frage mich, was wohl aus ihr geworden ist. Ich fange an, mich in die Sache hineinzusteigern, aber noch entscheidender ist mein Magen ebenfalls. Meine Auseinandersetzung mit Caleb Cole hat in mir zwar den Wunsch geweckt, mehr auf meine Ernährung zu achten und wieder Sport zu treiben, aber sowohl mein Magen als auch mein Gehirn sind sich einig, dass das bis morgen warten kann. Was glaubst du, wie lange braucht Barlow? frage ich und deute mit dem Kopf Richtung Büro, während ich überlege, ob noch Zeit bleibt, um etwas zu essen zu bestellen. Schroder zog die Achseln. Wenn ich das wüsste, Mann, wir haben einen Namen, wir wissen, was er will, aber wenn wir das hier alles durcharbeiten, sagte mit Blick auf den Tisch voller Beweisstücke, habe ich das Gefühl, wir würden gar nicht von der Stelle kommen. Trotzdem machen wir weiter. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir stoßen auf weitere Namen von Personen, die in die Fälle verwickelt waren. Auch wenn sie kaum als Opfer in Frage kommen, sind sie doch potenzielle Opfer. Die Polizisten, die Whitby verhaftet haben, die Detectives, die als Zeugen ausgesagt haben. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum es Cole auf einen von ihnen abgesehen haben könnte, denn sie waren auf seiner Seite. Trotzdem ist es durchaus möglich. Wir wissen, dass er Ariel Chancellor sucht, aber welche Bedeutung hat sie für ihn? Ist sie eine Tochterfigur oder beschuldigt er sie, ihre beste Freundin dem Tod überlassen zu haben? Ich schaue immer wieder auf mein Handy in der Hoffnung, dass Dr. Forster sich meldet. Ich rufe im Pflegeheim an, doch Schwester Hamilton hat bereits Feierabend gemacht. Hier stehen noch weitere Kartons mit Beweisstücken. Gegenstände von dem Autounfall, bei dem der Polizeibeamte Jeffrey Dale getötet wurde. Er war ein paar Jahre älter als ich damals. Er war der erste Cop, der im Dienst gestorben ist, nachdem ich bei der Polizei angefangen hatte. Und er sollte nicht der letzte sein. Ich kann mich noch erinnern, wie ich seine Frau in den Nachrichten gesehen habe und ihre Kinder, eine Familie, die auseinandergerissen worden war. Ein Mann wollte für Gerechtigkeit sorgen und tötete dabei aus Versehen einen unschuldigen Mann. Es war tragisch. Man konnte es verstehen. Und man hatte Mitleid mit dem toten Cop und seiner Familie und mit dem Mann, der ihn Ungewalt getötet hatte. All das war schwer zu ertragen. Ich gehe zum Warenautomaten im Flur, werfe mehrere Münzen ein und ziehe vier Schokoriegel, die zusammen mehr Kalorien haben, als ich zählen kann. In diesem Moment trifft Erin Stanton, die Frau des entführten Arztes, ein. Sie ist Anfang 40, ihr Make-up ist verwischt und ihr langes Haar völlig zerzaust. Sie trägt ein weißes Kleid und darüber eine Lederjacke und in der Hand hat sie einen Motorradhelm. Ich schätze, sie sind vom Flughafen nach Hause gefahren, haben ihr Gepäck ausgeladen und sind dann direkt hierher gekommen. Sie macht einen fahrigen Eindruck. Ihr Freund hält ebenfalls einen Helm in der Hand und trägt eine sehr viel dickere Lederjacke. Er wirkt nervös. Seine schwarze Jeans hat Löcher rund um die Knie und ein paar weitere am Hintern. Allerdings sind sie nicht der Mode geschuldet, sondern dem Verschleiß beim Tragen. Sein Haar ist genauso lang und zerzaust wie das bei seiner Freundin und er hat genauso viel Kajal aufgetragen wie sie nur, dass es bei ihm nicht verwischt ist. Direkt am Aufzug werden sie von Detective Kent in Empfang genommen. Sie bittet die beiden, sich etwas zu gedulden, doch sie wollen nicht. Aaron sagt, dass sie ein Recht habe, Melanie zu sehen, worauf man ihr erklärt, sie könne zu ihr, sobald die Befragung beendet sei. Die beiden sind damit nicht einverstanden. Doch dann erinnert man sie daran, weswegen Melanie befragt wird, weil man hofft, so ihre Schwestern und ihren Vater zu finden. Ich möchte nur, dass meine Kleinen in Sicherheit sind, sagt sie. Und ihr Mann ergänzt Kent. Er ist ein Arschloch, sagt der Freund. Was ist das hier für eine Mickey Mouse-Aktion, fügte er hinzu, um seine Überlegenheit zu demonstrieren, was ihm jedoch gründlich misslingt. Wenn ihr darauf angewiesen seid, dass ein elfjähriges Mädchen eure Arbeit macht. Detective Kent wirft ihm einen langen, strengen Blick zu, bis er irgendwann zur Seite schaut. Dann versucht Aaron, sich an ihr vorbeizudrängeln, dorthin, wo sie Melanie vermutet. Sie ruft nach ihr, doch Kent packt sie am Arm und führt sie fort. Ich habe das Recht, meine Tochter zu sehen, sagt Aaron. Lassen Sie sie los, sagt der Freund und reißt Kents Arm von ihr fort. Auf der Stelle wird er von zwei Detektives gegen die Wand gedrückt, während Detective Kent Aaron wieder zurück in Richtung Fahrstuhl führt. Tut mir leid, ich weiß, dass es schwer ist, aber Sie müssen uns vertrauen, sagt sie zu Aaron. Geben Sie uns noch ein paar Minuten, dann können Sie so viel Zeit mit ihr verbringen, wie Sie wollen, versprochen. Ich gehe zurück zum Konferenzzimmer. Einen der Schokoregel behalte ich, die anderen drei verteile ich an meine Kollegen. Sie wissen die Geste zu schätzen, vor allem Detective Hutton, der aussieht, als hätte er sich die letzten zehn Jahre ausschließlich von Süßigkeiten ernährt. Ich habe das Gefühl, jetzt wieder zum Team zu gehören. Sie wollen wissen, was mein Bein macht, und ich erzähle es ihnen. Sie freuen sich, dass ich wieder mit an Bord bin. Wenn alles gut läuft, habe ich mit diesen Leuten eine gemeinsame Zukunft. Vereint werden wir gegen Verbrecher kämpfen und rechtschaffende Bürger beschützen. Während wir die Schokoriegel essen, kommen wir uns näher und schalten etwas ab. Wir machen zehn Minuten Pause, unterhalten uns über unsere Familien und das Wetter und über alles, was nichts mit der Stadt oder der Verbrechensrate zu tun hat. Es sind die besten zehn Minuten, die ich seit langem hatte. Punkt halb zehn. Über eine Stunde nachdem Barlow Schroders Büro betreten hat, kommt er wieder heraus und schließt die Tür hinter sich. Wir eilen zu ihm hinüber, in der Hoffnung, dass er etwas hat, was uns hilft, Dr. Stanton und seine Familie noch lebend aufzuspüren. Vor sechs Jahren hat er im Gefängnis einen Mann sterben sehen. Allerdings war es nicht der einzige Häftling, der während seiner Zeit dort gestorben ist. Die meisten starben eines natürlichen Todes, viel an einer Überdosis, einige an den Folgen von Schlägen. Ständig wurden verbotene Waren in die Zellen geschmuggelt. Es gab einen großen Markt für Drogen und Nadeln, Zigaretten, Lebensmittel und Flachmänner mit Wodka oder Gin. Die Sachen wurden in Handys oder Zeitschriften mit nackten Frauen hereingeschmuggelt. Einmal auch in einer Zeitschrift über Landschaftsgärtnerei. In diesem Fall war es ein Dachnagel. Der Häftling, dem er übergeben wurde, rammte ihn einem anderen in voller Länge in den Körper. Niemand weiß, wie er von der Außenwelt in die Innenwelt seines Kopfes gelangte, wie er durch seinen Gehörgang mitten ins Schwarze gewandert war. Es ging alles ganz schnell, niemand hat es mitgekriegt. Allerdings war der Mann nicht sofort tot. Er schrie und schlug am Boden liegend, wild mit den Beinen um sich, während die anderen Häftlinge um ihn herumstanden und ihm dabei zusahen. Keiner kam ihm zur Hilfe. Keiner zeigte sonderlich viel Mitgefühl. So, als würden sie alle bei einem Fußballspiel zuschauen, dessen Ausgang sie nicht interessierte. Als die Wärter dazu kamen, hatte der Typ aufgehört, sich zu bewegen. Sie hoben ihn auf und eilten mit ihm zur Krankenstation. Danach hat Caleb ihn nie wiedergesehen und niemand verlor groß ein Wort darüber. Keiner hatte ihn richtig gekannt. Und auch sein Tod endete daran nichts. Während Caleb das Blut auf dem Boden sah und die Todeszuckungen dieses Mannes, akzeptierte er zum ersten Mal, dass er nichts fühlte, wenn er einem anderen Menschen beim Sterben zuschaute. Als er James Whitby tötete, hatte er allerdings schon etwas gefühlt. Wut und Erleichterung, Abscheu und Euphorie und blanken Hass. Ja, er hatte das Gefühl, er könnte die ganze Welt ermorden. Beim Anblick des Häftlings hatte er nichts gespürt. Das war eine feine Sache. Etwas, das er sich zunutze machen konnte. Das er brauchen würde, wenn man ihn aus dem Gefängnis entließ. Und es hat sich tatsächlich als nützlich erwiesen. Doch jetzt gerade verspürt er Wut. Weder den Richter noch die Mutter dieses Miststück kann er sich vornehmen und erneut stürzend seine Gefühle auf ihn ein. Er weiß nicht, wo er hinfahren soll. Seit er beobachtet hat, wie der Pizzabote überwältigt wurde, ist er eine Stunde lang ziellos umhergegurkt und hat eine weitere Stunde am Strand geparkt, dort, wo er früher mal gewohnt hat, als er seine Frau kennenlernte. Jetzt fährt er wieder ziellos durch die Gegend und hört die Nachrichten. Die Reporter bezeichnen ihn inzwischen nicht mehr als Sensenmann, sondern benutzen seinen richtigen Namen. Sie fordern die Leute auf, nach Caleb Cole Ausschau zu halten. Er sei gefährlich und wahrscheinlich bewaffnet. Wer ihn sehe, solle die Polizei verständigen. Octavia Obsolet schläft und während sie atmet, bläht sich an ihrem linken Nasenloch ein Rotzbläschen und zieht sich wieder zusammen. Kätzchen Katie schläft ebenfalls. Caleb steht an einer roten Ampel, den Fuß aufs Bremspedal gedrückt. Er lauscht Octavias Atem und wartet darauf, dass das Bläschen unter ihrer Nase platzt, als neben ihm ein violetter Wagen mit Neonlichtern und einer Beule in der Beifahrertür zum Stehen kommt. Von der Musik ist lediglich der wummernde Bass zu hören und die beiden Jungs vorn können kaum älter als 16 sein. Sie schauen zu ihm herüber. Der Beifahrer zieht die Augenbrauen hoch und nickt ihm einmal heftig zu. Erst geht sein Kopf nach oben und dann nach unten, während er die ganze Zeit die Augen auf Caleb gerichtet hat. Der Fahrer lässt den Motor so laut aufheulen, dass Calebs Wagen erzittert und Octavia aufwacht und zu schreien beginnt. Der Fahrer lässt den Motor noch viermal aufheulen, bevor die Ampel grün wird und sie losfahren, worauf sich der Beifahrer aus dem Fenster lehnt und Arschloch brüllt. Alles in Ordnung, sagt Caleb zu Octavia. Doch sie schreit jetzt aus vollem Hals und ihr Gesicht läuft rot an. Und es scheint, als würde ihr genauso schnell die Puste ausgehen wie diesem Land, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Auf der Rückbank mummelt Katie etwas vor sich hin. Die Wirkung des Betäubungsmittels lässt nach. Caleb fährt über die Ampel und dann rechts ran. Er weiß, was in dieser Situation helfen könnte. Er öffnet ein weiteres Glas Babynahrung und hält Octavia einen Löffel davon hin. Und während sie weiter schreit, schafft sie es irgendwie, ihn in ihren Mund zu befördern und das Essen runterzuschlucken. Nicht lange, und er wird es mit einem dicken Baby zu tun haben. Wenigstens hat sie heute noch nicht in die Windel gekackt. Als das Gläschen leer ist, fällt ihm ein, dass er Octavias Plastikbecher im Schlachthof zurückgelassen hat. Er hat jetzt nichts mehr, was er ihr noch geben kann, und zwei Sekunden später ist Octavia das ebenfalls klar. Und sie schreit noch lauter. Caleb wirft einen Bick auf den Rücksitz, doch da ist nichts. Dann schaut er im Handschuhfach nach. Dort liegt eine kleine, halbvolle Wasserflasche. Er schraubt den Deckel ab und schnuppert daran. Das Wasser riecht okay, es kann höchstens ein paar Tage alt sein. Oder ein Jahr. Er wirft die Flasche wieder zurück. Octavia strampelt mit den Armen und schaukelt sich immer weiter hoch. Caleb lässt den Wagen an. Wie damals bei Jessica hat das Motorengeräusch eine beruhigende Wirkung auf das Baby. Er kennt sich hier in der Gegend aus. Ein paar Blocks von hier befindet sich ein Kiosk. Dort fährt er jetzt hin und hält er vor. Er schließt den Wagen ab, rennt hinein, kauft eine kleine Tüte Orangensaft und läuft wieder nach draußen, während er dem Besitzer sagt, er könne das Kleingeld behalten. Er steckt den Strohhalm in die Tüte und reicht sie Octavia, die bei ihrem Anblick sofort aufhört zu schreien und ein schmatzendes Geräusch von sich gibt, bevor sie an dem Strohhalm zu nuckeln beginnt. Gut? fragt er. Sie antwortet nicht und starrt ihn an, während sie trinkt. Ihre Wimpern sind verklebt und sehen aus wie die Anhängsel eines Seesterns. Caleb lässt den Wagen an. Katie bewegt sich inzwischen ein wenig mehr. Der Arzt wird ebenfalls bald wach werden. Caleb kann so nicht weiterfahren. Er muss eine Entscheidung treffen und ein Versteck finden. Einen Ort, an dem die Polizei nicht suchen wird. Das heißt, einen Ort, der keinerlei Bedeutung für ihn hat. Einen verlassenen Ort. Wo er ein wenig schlafen und seine Batterien wieder aufladen kann und wo er sich überlegen kann, wie er Mrs. Whitby und den Richter doch noch dran kriegen kann. Es muss in Christchurch jede Menge verlassene Orte geben. Es gibt hier stillgelegte Industrieanlagen von Firmen, die pleite gegangen sind. Und in jedem Viertel leer stehende Häuser, deren Bewohner ihre sieben Sachen gepackt und sich aus dem Staub gemacht haben. Er kann nicht einfach neben einem Park halten und in seinem Wagen schlafen. Er kommt an einem Spirituosenladen vorbei, in dem er manchmal nach der Arbeit eine Flasche Wein für sich und Lara zum Abendessen gekauft hat. Er drosselt das Tempo und versucht, sich zu erinnern, wann er das letzte Mal hier war, aber er weiß es nicht mehr genau. Er weiß nur noch, dass er immer wieder mal im Laden vorbeigeschaut hat. Warum sollte er sich auch an Einzelheiten erinnern? Es ist bloß ein Spirituosenladen. Er hat 15 Jahre lang nicht daran gedacht. Vor dem Geschäft parken vier Autos. Er fährt daran vorbei, tritt auf die Bremse, macht einen U-Turn und hält am Straßenrand. Sämtliche Autos sind leer, die Leute sind alle im Laden. Caleb nimmt das Messer, steigt aus dem Wagen und rennt zu dem Fahrzeug hinüber, das ihm am nächsten steht. Ein violettes Auto mit Neonlichtern und einer Beule in der Beifahrertür. Er geht in die Hocke und sticht mit dem Messer in den Hinterreifen, krabbelt ein Stück vor und sticht dann in den Vorderreifen. Die andere Seite sparte sich. Aber er will noch das Wort Arschloch in die Motorhaube ritzen. Es geht schwerer als gedacht. Er kriegt die Bögen im S nicht hin, nicht mit seinen kaputten Händen, sodass es aussieht wie ein spiegelverkehrtes Z. Als er nach der Hälfte des Cs bemerkt, dass mehrere Leute im Begriff sind, das Geschäft zu verlassen, gibt er es auf. Er fährt weiter. Und so langsam dämmert ihm, dass seine Route gar nicht so zufällig ist, wie zunächst angenommen. Denn er kannte den Kiosk. Er hat sich an den Spirituosenladen erinnert. Und jetzt steuert er das Haus an, in dem er gewohnt hat, als alles noch so war, wie es sein sollte. Es wurde verkauft. Kurz nachdem er in den Bau gewandert war. Von dem Geld hat er nicht einen Cent gesehen. Davon musste die Hypothek bezahlt werden und was übrig blieb, ging für die Beerdigungskosten und die Anwaltshonorare drauf. Am Schluss stand er mit leeren Händen da. Sämtliche Möbel wurden verkauft, seine Kleidung und all seine Habseligkeiten verschabelt oder entsorgt. Damals war ihm das egal. Es war nur irgendwelcher Krempel. Seine Familie war tot. Warum sollte er sich darüber Gedanken machen, dass sein Fernseher oder sein Lieblingssofa ein neues Zuhause fanden? Langsam schiebt sich das Haus, das einmal ihm gehört hat, ins Blickfeld. Als er es das letzte Mal gesehen hat, saß er auf der Rückbank eines Polizeiwagens. Seine Hände waren auf den Rücken gefesselt, seine Haare waren noch nass von der Dusche und unter seinen Fingernägeln klebte Blut. Er dachte, dass er bald wieder zurückkehren würde. Denn er wusste nicht, dass der Polizeibeamte, den er verletzt hatte, gestorben war. Der Polizeibeamte. In den ersten paar Jahren musste er unablässig an ihn denken. Manchmal hat er nachts aufgeschrien, ein andermal wachte er schweißgebadet auf und er brach sich auf den Zellenboden. Als er im Knast Zugang zum Internet hatte, saß er vor dem Computer, die Finger auf der Tastatur, kurz davor, den Namen des Cops einzutippen, doch er hat es nie getan. Er wollte nicht wissen, ob er eine Familie hatte, ob er Kinder zurückgelassen hat. Er hätte das nicht ertragen. Der Grund dafür, dass er keine weiteren Selbstmordversuche mehr unternahm, war dieser Cop. Cop? Caleb begriff, dass er für seine Taten eine Strafe verdient hatte, wie jeder andere auch. Sich umzubringen? Nein, den Polizisten schuldete er mehr. Er war es ihm schuldig, für seine Tat zu büßen, doch jetzt, nach 15 Jahren, hat er genug gebüßt. Wie Jessica, Lara und sein ungeborener Sohn ist dieser Cop gestorben, weil Dr. Stanton sich für den falschen Mann eingesetzt hat. Caleb hat keine Ahnung, ob die Leute, die jetzt sein Haus bewohnen, dieselben sind, die es vor 15 Jahren gekauft haben. Der Zaun ist neu, das Dach wurde gestrichen und der Garten sieht völlig anders aus als damals. Einige der Bäume, die er gepflanzt hat, stehen noch, aber der Großteil wurde herausgerissen und ersetzt. Im Großen und Ganzen ist das Haus aber immer noch dasselbe. Im Inneren brennt Licht. Am liebsten würde er klingeln und fragen, ob er es sich mal anschauen darf. Hinter diesen Wänden verbergen sich Erinnerungen, kurze Momente seines Lebens, unbedeutende Tage, die ihm dort wieder ins Gedächtnis kämen. Und für einen Augenblick, wenn auch nur für eine Sekunde, wäre die Welt wieder in Ordnung. Wo sind wir? Katies Stimme reißt ihn aus seinen Gedanken. Er dreht sich um und sieht, wie sie sich mit dem Handrücken die Augen reibt, so wie Jessica es auch immer getan hat, wenn sie bei Fahrten im Auto länger als eine halbe Stunde eingeschlafen war. Sie beugt sich nach vorne und umklammert die Hand ihrer Schwester, die immer noch schläft. Leg dich wieder hin, sagt Caleb zu ihr mit leiser Stimme. Ich bin nicht müde. Wo ist Melanie? Sie ist nicht hier. Wo ist sie? Melanie war ein artiges Mädchen, darum habe ich sie gehen lassen. Sie hat aufgehört zu reden und den Mund gehalten, als ich es wollte, und sie hat nicht ständig Fragen gestellt. Wo ist Daddy? Das ist ein schlechter Einstieg, Katie, sagt er. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass du nicht besonders gut den Mund halten kannst. Ich halte sofort den Mund, wenn ich weiß, wo Daddy ist. Er verdreht die Augen. Jessica war früher genauso. Es ging immer schneller, wenn man ihre Fragen beantwortete. Er ist im Kofferraum. Warum? Weil ich nicht wollte, dass er mit dir zusammen auf der Rückbank sitzt. Warum? Weil da nicht genug Platz ist. Er hätte auf dem Beifahrersitz sitzen können und Octavia hier bei mir. Ich wollte ihn nicht auf dem Beifahrersitz haben, sondern im Kofferraum da, wo er jetzt liegt. Er hätte hier hinten auch Platz gehabt. Du hörst mir nicht zu. Ist das da dein Haus? Vielleicht geht es doch nicht schneller. Weißt du, was das heißt, den Mund halten? Sie nickt. Er nickt ebenfalls und seufzt. Ja, hier habe ich mal gewohnt. Mit deiner Frau? Ja. Und deiner Tochter? Ist lange her. Bis ein böser Mann sie dir weggenommen hat. Sie beißt sich auf einen Fingerknöchel und nuckelt ein paar Sekunden daran. Dann nimmt sie ihn heraus und legt ihn auf die Unterlippe. Bist du auch ein böser Mann? Ja, sagt er. Aber er ist kein Monster. Hast du Melanie was angetan? Nein. Schwörst du? Ja. Wirst du Octavia was tun? Nein. Wirst du meinem Dad was tun? Ja. Aber das darfst du nicht, sagt sie. Er versucht, etwas für das Kind zu empfinden, etwas Mitgefühl. Ist er schon so jenseits von allem, dass er nichts mehr fühlt? Er durchforstet sein Inneres, gründlich. Und er wünscht sich, dass da irgendetwas ist. Es muss doch etwas da sein, wenn sie ihn an Jessica erinnert. Aber er ist nicht mehr der Mann von damals. Katie fängt an zu weinen, so laut, dass er ihr Gesicht zudecken muss. Und hinten fängt Stanton an, gegen den Kofferraum zu hämmern. Der Scheißkerl ist wach. Katie blickt auf. Ihre Augen sind rot, und ja, sie tut ihm leid. Sie trifft keinerlei Schuld. Ihr Vater hat sie da reingeritten. Aber sie ist ein Mittel, ein Mittel zum Zweck. Er sollte das besser nicht vergessen. Daddy! schreit sie. Halt die Klappe! sagt Caleb mit tiefer, schroffer Stimme. Noch ein Wort, und es passiert was. Verstanden? Sie hört auf zu schreien. Aber das Hämmern im Kofferraum wird lauter. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann, ist, dass es jemand hört. Er wirft einen Blick auf das Messer mit den violetten Lackresten an der Spitze, lässt es jedoch auf dem Sitz liegen. Stattdessen steigt er aus dem Wagen und öffnet den Kofferraum. Stanton ist immer noch gefesselt, und als Caleb auf ihn hinunterschaut, hört er auf, gegen die Karosserie zu treten. Wenn du das nicht lässt, sagt Caleb und wiederholt die Ansprache, die er vor ein paar Sekunden gehalten hat, dürfen deine beiden verbliebenen Töchter es ausbaden. Dann mache ich mit Katie, was man mit meiner Tochter gemacht hat, und zwar alles. Anschließend werde ich sie in winzige Stücke hacken und sie dir in den Rachen stopfen. Ist die Botschaft angekommen? Der Arzt mummelt etwas und nickt dann. Caleb knallt den Kofferraum wieder zu. Eine der Nachbarn starrt ihn aus dem Fenster an. Derek Templeton, 15 Jahre älter und 15 Jahre dicker als bei ihrer letzten Begegnung. Er hat ihm mal bei der Montage einer Küche geholfen. Das meiste haben sie allein hingekriegt. Nur die Arbeitsplatte mussten sie von Profis anbringen lassen. Sie haben dafür jede Menge Elektrowerkzeuge gebraucht und alles zusammengehämmert. Es ging ziemlich drunter und drüber, aber das Endergebnis konnte sie sehen lassen. Derek spendierte Pizza und Bier, und sie hockten mit ihren Frauen draußen auf der Veranda und stießen auf gute Zeiten an. In diesem Moment macht Derek ein Gesicht, als könnte er nicht glauben, wen er da anstarrt. Er winkt langsam und mechanisch herüber, nur aus dem Handgelenk, ohne den Arm zu bewegen. Caleb ertappt sich dabei, wie er zurückwinkt, einem menschlichen Instinkt folgend wie sein Gegenüber. Beide bewegen sich wie Marionetten. Caleb senkt seinen Arm, und Derek hört auf zu winken. Sie starren einander über die Straße hinweg an wie zwei Revolverhelden, bereit zu ziehen. Dann verschwindet Derek vom Fenster, und Caleb steigt wieder in den Wagen. Er weiß nicht mal, warum er überhaupt hergekommen ist. Wahrscheinlich hat er gehofft, er würde das Haus so vorfinden, wie er es verlassen hat. Man hätte die Möbel zurückgebracht, sie wären mit Staub bedeckt, und der Duft vom Parfum seiner Frau und der Geruch ihres Körpers würden noch in der Luft hängen. Und das Haus würde ihn, obwohl es verlassen wäre, in einem lange zurückliegenden Abschnitt seines Lebens willkommen heißen. Egal, welcher Teil seiner Persönlichkeit geglaubt hatte, er könnte in sein altes Zuhause zurückkehren, er hätte nicht gründlicher daneben liegen können. Die Vergangenheit ist Vergangenheit, und man kann sie nicht ändern. Caleb weiß das besser als jeder andere. Bevor wir etwas sagen können, hebt Benson Barlow die Hände in die Höhe wie ein Pressesprecher, der gleich eine Erklärung dazu abgeben wird, warum man seinen Klienten vor einem Restaurant in der Stadt splitternackt aufgegriffen hat. Während er auf uns zukommt, machen wir ein paar Schritte zurück, sodass Melanies Mutter und ihr Freund hinter ihm das Büro betreten können. Man kann hören, wie Erin aufgeregt auf ihre Tochter einredet, während ihr Freund offensichtlich nicht weiß, was er sagen soll. Man kann es förmlich hören, wie ihre Mutter sie fest in den Arm nimmt. Doch von Melanie dringt kein Laut zu uns heraus. Die Sache setzt ihr ganz schön zu, erzählt uns Barlow. Ich habe sie zwar zum Reden bringen können, aber... Also, es wird schwer für sie werden, das alles hinter sich zu lassen. Was, fange ich an, doch er unterbricht mich. Ich glaube, ich habe die Antworten auf ihre Fragen. Sie wollen wissen, was Cole zu den Mädchen gesagt hat und ob sie woanders hingefahren sind und wenn ja, ob sie mitgekriegt hat, wohin. Und? fragt Schroder. Sie sagte, er habe ihnen eine Geschichte über ein kleines Mädchen namens Tabitha erzählt. Ein böser Mann namens James habe Tabitha wehgetan, doch Dr. Stanton habe allen erklärt, James sei in Ordnung und würde niemandem jemals mehr weh tun. Offensichtlich hat Caleb ihr eine Menge erklärt. Sie weiß, dass Tabitha überfallen wurde und dass der Mann, der das getan hat, dank ihres Vaters wieder auf freiem Fuß kam, auch wenn ihr die Zusammenhänge nicht ganz klar sind. Und sie weiß, dass der Mann anschließend Jessica Cole getötet hat. Sie hat erzählt, Caleb habe sie und Katie gezwungen, von einer komisch schmeckenden Cola zu trinken. Er habe partout darauf bestanden und dann seien sie eingeschlafen. Warum hat er Melanie dagelassen? frage ich. Es ist furchtbar, sagt Barlow mit leicht zitternder Stimme. Sie haben beide selbst Kinder, sagt er und dann sieht er mich an und schüttelt den Kopf. Tut mir leid, ich habe nicht daran gedacht. Er hält einen Moment inne so lange, wie er es anscheinend für angemessen hält, dann fährt er fort. Melanie hat gesagt, setzt er an und hält erneut inne diesmal, um sich zu sammeln. Er lächelt angestrengt, wie es Menschen tun, wenn etwas zu schrecklich ist, um es zu erzählen. Melanie hat gesagt, Cole habe ihrem Vater heute Morgen erzählt, dass er sie und ihre Schwestern töten würde. Barlow nestelt am Kragen seines Hemdes herum und blickt uns direkt in die Augen. Sie hat gesagt, es würde heute Nacht passieren, draußen im Schlachthof. Caleb habe mit leiser Stimme gesprochen, damit sie ihn nicht hörten. Trotzdem hat sie Teile davon verstanden. Sie hat erzählt, es sei über Mittag weg gewesen und am Nachmittag voller Hektik zurückgekehrt, wobei er einen panischen Eindruck gemacht habe. Dann hat er ihnen die Cola gegeben. Er hat sie betäubt, sagt Schroder. Barlow nickt. Melanie spürte, wie sie langsam müde wurde und wusste, dass er ihr ein Betäubungsmittel verabreicht hatte und sie tat so, als würde sie einschlafen. Bevor sie dann tatsächlich das Bewusstsein verlor, hörte sie einen Teil des Gesprächs, das Cole mit ihrem Vater führte. Er erklärte Stanton, dass sie einer seiner Töchter zurücklassen würden und dass diejenige sterben müsste. Stanton sollte auswählen, welche. Für einen Moment versuchen wir uns das vorzustellen. Wir drei versetzen uns in die aussichtslose Lage zu entscheiden, wer sterben und wer leben soll. Mein Magen und mein Brustkorb fühlen sich plötzlich sehr leer an. In meinem Nacken bildet sich kalter Schweiß. Nach welchen Kriterien soll man so eine Entscheidung treffen? Wie kann man das überhaupt? Das geht nicht. Es scheint allerdings so, als hätte Caleb damit gedroht, alle Kinder zu misshandeln oder zu töten, bis Stanton eine Entscheidung trifft. Aber selbst dann ist es unmöglich. Wie soll man jemanden auswählen? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und trotzdem hat es Stanton irgendwie geschafft. Er war stark genug, einen Namen zu nennen, um die beiden anderen zu retten. Stärker als ich es je gewesen wäre. Vielleicht sogar als irgendjemand in diesem Zimmer. Er hat sich für einen Namen entschieden, um die beiden anderen Mädchen zu retten. Nicola Stanton steht wahrscheinlich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Melanie schrie laut auf, als sie das hörte, tat aber weiter so, als würde sie schlafen. Cole sagte zwar, wenn eine von ihnen sich schlafen stellen würde, würde er sie bestrafen, dennoch verriet sie sich nicht. An das, was danach passierte, kann sie sich kaum erinnern. Sie weiß nur noch, dass sie große Angst hatte. Und dann kam sie im Krankenhaus wieder zu sich. Das arme Schwein, sagt Schroder. Barlow nickt. Sie betrachten es von Stantons Standpunkt aus, und das ist nur zu verständlich. Sie sind ja Selbstvater. Aber betrachten Sie es mal aus Melanies Perspektive. Sie hat eins und eins zusammengezählt. Die Sache mit dem Kunstblut, das Betäubungsmittel. Hier ist klar, dass Cole ihren Tod nur inszeniert hat. Und das heißt, sie weiß, dass ihr Vater sich entschieden hat, sie statt einer ihrer Schwestern dazulassen. Sie hat zwar überlebt, aber für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Sie ist diejenige, die ihr Vater dazu bestimmt hat, zu sterben. Scheiße, Mann, sagt Schroder. Wird sie je wieder in Ordnung kommen? Würden Sie das? Wohl kaum. Glauben Sie, dass Cole den anderen Töchtern etwas antut? Frage ich. Barlow starrt mich für ein paar Sekunden an, während er darüber nachdenkt. Er wackelt dabei zögernd mit dem Kopf. Unwahrscheinlich, sagt er schließlich. Er hat ihr auf die Stirn, es tut mir leid, geschrieben. Sie sagt, dass er ihren Vater zwar schlecht behandelt habe, dass er aber versucht habe, zu ihr und ihren Schwestern freundlich zu sein, dass er sie nur angeschnauzt habe, wenn er unter großem Stress stand. Ich denke, dass ihm die Kinder aufrichtig leidtun. Trotzdem wird er sie dazu benutzen, sein Ziel zu erreichen. Und das wäre? Barlow zuckt mit den Schultern. Wenn er es nur darauf abgesehen hätte, Stanton zu töten, hätte er das längst getan. Und wenn er Stanton davon überzeugen will, dass alle drei Mädchen tot sind, dann hätte er das inzwischen ebenfalls getan. Er hat irgendetwas anderes vor, da bin ich mir sicher. Ich habe nur keine Ahnung was, außer Stanton möglichst viel leiden zu lassen. Vielleicht will er ihm eine kleine Kostprobe von dem geben, was er damals durchgemacht hat, als er seine Tochter verlor. Wozu? fragt Schroeder. In diesem Moment verlässt Melanie das Büro. Sie knallt die Tür hinter sich zu und schaut zu uns herüber. Sie weint. Ich möchte nach Hause, sagt sie. Du solltest, beginnt Barlow, doch er wird von Erin Stanton unterbrochen, die gerade aus dem Büro kommt. Melanie, sagt sie. Du bist nicht meine Mutter, sagt Melanie an sie gewandt, dann wiederholt sie in unsere Richtung. Ich möchte nach Hause. Aber ich weiß nicht mehr, was mein Zuhause ist. Melanie, sagt Erin erneuternd, beugt sich zu ihrer Tochter hinunter, um sie in den Arm zu nehmen. Doch Melanie wendet ihr den Rücken zu und ihre Mutter hält sich schluchzend die Hände vors Gesicht, während sie sich wieder aufrichtet. Ihr Freund steht noch in Schroders Büro und beobachtet die beiden beklommen. Er hält sich an seinem Helm fest und wirkt von der Situation überfordert. Ich möchte nach Hause. Bald, sagt Barlow und nimmt ihre Hand. Versprochen. Aber erst einmal musst du mit deiner Mutter hier warten. Sie hat uns sitzen gelassen. Es tut mir leid, Schätzchen, sagt Erin. Ich mag sie nicht. Bitte sag sowas nicht, Schätzchen. Mein Dad mag ich auch nicht, sagt Melanie. Er wollte, dass ich sterbe. So war das nicht, Melanie, sagt Barlow und versucht sie zu beruhigen. Ich weiß, wie es war, sagt sie. Er wollte es so gut machen, wie er konnte. Er wollte nicht, dass irgendeine von uns stirbt, aber er hat eine von uns ausgewählt und das war ich. Ich bedeute ihm am wenigsten. Komm mit nach Hause, sagt Erin. Nein, erwidert Melanie. Du bist noch schlimmer. Erin versucht erneut, ihre Tochter zu umarmen, aber Melanie reißt sich los. Komm mit uns, Melanie. Ich halte das für keine gute Idee, meint Barlow. Hören Sie, warum gehen Sie nicht zurück ins Büro und warten dort, sagte zu Erin. Ich werde etwas später mit Melanie zu Ihnen kommen und dann werden wir über alles reden, okay? Wir brauchen keinen Psychiatriker, der uns erzählt, wie wir unsere Kinder wieder hinkriegen, sagt Erins Freund. Es heißt Psychiater, du Idiot, sagt Melanie. Selbst Erin verdreht bei der Bemerkung ihres Freundes die Augen, bevor sie Barlow erneut widerspricht. Sie ist meine Tochter, sagt sie. Ich denke, ich weiß am besten, was jetzt gut für sie ist. Sie sollte jetzt bei ihrer Familie sein. Sie sollte jetzt bei jemandem sein, der sie nicht verlassen hat, entgegnet Barlow. Leck mich doch, sagt sie. Ich wollte sie nicht verärgern, sagt Barlow, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass sie sich schutzlos und verlassen fühlt und momentan, darum sollte sie mit uns nach Hause kommen. Geben Sie mir noch etwas Zeit mit ihr, sagt Barlow. Darum bin ich hier. Lassen Sie mich ihr helfen. Erin seufzt demonstrativ, doch dann verschwinden sie und ihr Freund im Büro und Barlow drückt Melanie einen Zehn-Dollar-Schein in die Hand. Los, hol uns was aus dem Automaten, sagt er. Ich sterbe vor Hunger. Was wollen Sie? Das gleiche wie du. Und Melanie zieht ab. Barlow fordert uns jedoch nicht auf, uns zu verstecken, bevor sie zurückkehrt. Welch Wiedersehensfreude, sagt Schroder. Mir sind die Tränen gekommen, sage ich. Glauben Sie, sie können ihr helfen? Sie meinen, ob ich glaube, einem elfjährigen Mädchen erklären zu können, was für ein Miststück ihre Mutter ist, weil sie ihre Kinder im Stich gelassen hat? Dann müsste ich ihr auch noch erklären, warum ihr Vater sich für sie statt für eine ihrer Schwestern entschieden hat. Er schüttelt den Kopf. Alles, was ich damit erreichen würde, wäre Melanie in ihren Gefühlen zu bestärken. Trotzdem, ich werde sehen, was ich machen kann. Seit Sie hier sind, ist sie sehr viel zugänglicher, sagt Schroder und deutet mit dem Kopf in Richtung des Automaten. Hat sie eine Vermutung dazu geäußert, was Cole so in Panik versetzt haben könnte, dass er seine Pläne über den Haufen geworfen hat? Nein. Sie hat nur gesagt, dass er heute Morgen noch vorhatte, sie später in der Nacht im Schlachthof zu töten und dass er am Nachmittag überstürzt zurückkehrte und es sich anders überlegt hatte. Als wir den Wagen gefunden haben, war dort alles voller Reporter, sage ich. Wahrscheinlich haben die Nachrichten die Neuigkeit schon gebracht. Vielleicht ist das der Grund für seinen Stimmungswandel. Wahrscheinlich ist er völlig abhängig von der Berichterstattung in den Medien, sagt Barlow. Er wird versuchen, alles in Erfahrung zu bringen, was er kann, um der Polizei weiter einen Schritt voraus zu sein. Ihm muss klar sein, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man ihn schnappt. Wenn er ständig Nachrichten hört, können wir uns das irgendwie zunutze machen, frage ich. Können wir irgendwelche Informationen durchsickern lassen, echte oder falsche, die ihn dazu bringen, einen Fehler zu begehen oder sich zu erkennen zu geben? Ich weiß nicht, sagt Barlow. Vielleicht. Überlegen wir doch mal, wie. Detective Hutton kommt zu uns herüber und unterbricht uns. Wir haben einen Zeugen, der Cole gesehen haben will, sagt er und wirft einen Blick auf seinen Notizblock. Ein Typ namens Derek Templeton. Er war vor Jahren Caleb Coles Nachbar. Er sagte, er habe ihn vor ein paar Minuten vor seinem früheren Haus gesehen. Er meint, Cole habe mit jemandem im Kofferraum seines Wagens gesprochen, bevor er weggefahren sei. Er sähe inzwischen zwar anders aus, aber der Mann ist sicher, dass er es war. Schick einen Streifenwagen rüber. Aber die Beamten sollen sich da mal umschauen und dann vor dem Haus Posten beziehen, sagt Schroder. Außerdem haben sich mehrere Hellseher bei uns gemeldet, seit wir Coles Foto mit den Informationen an die Medien rausgegeben haben. Jones? Unter anderem. Sie sagen alle das Gleiche. Sie hätten Informationen. Sagen Sie auch was für Informationen? Nein. Aber Sie wollen alle mit jemandem weiter oben in der Nahrungskette sprechen und Sie würden sich wünschen, dass man ihnen etwas Anerkennung für ihre Bemühungen entgegenbringt. Einige meinten, du würdest es nicht bereuen, wenn du zurückrufst. Und? Tust du's? Was glaubst du wohl? Hatten nickt und zieht ab, während er seine Taschen durchsucht, wahrscheinlich nach etwas Essbarem. Ist es ein ehemaliges Haus? fragt Barlow. Ich nehme an, es gehört ihm jetzt nicht mehr. Es wurde verkauft, als er in den Bau gewandert ist, sagt Schroder. Ich glaube kaum, dass die jetzigen Bewohner in Gefahr waren, sagt Barlow. Aber sein Auftauchen dort ist interessant. Da seine Pläne sich geändert haben, ist es gut möglich, dass er nun nicht weiß, wo er hin soll. Er kann keinen seiner früheren Aufenthaltsorte aufsuchen, die uns bekannt sind. Und er will sich weiter Zugang zu den Leuten verschaffen, die noch auf seiner Liste stehen. Wo sollen wir also suchen? fragt Schroder. An Orten aus seiner Vergangenheit, aus dem Leben seiner Tochter, die Tatorte aus dem Whitby-Fall. Vielleicht stehen die Antworten in ihren Akten. War er früher nicht mal Lehrer? Dann versuchen sie es an seiner Schule und auf dem Friedhof, wo seine Familie liegt. Im Haus seiner Kindheit, in der Schule, die er besucht hat. Hat er früher Sport gemacht? Dann klappern sie die Sportanlagen und Vereinsheime ab. Jessica wurde im Schlachthof ermordet, aber wo wurde sie entführt? Versuchen sie es dort. Und natürlich bei James Whitbys Mutter. Barlow schaut uns beide ernst an. So ernst, wie das seinem Mann mit einer überkämmten Halbglatze eben möglich ist. Dann fährt er fort. Alles hängt davon ab, wie wichtig es Cole ist, diese Leute büßen zu lassen, sagt er und hält inne. Und ab wann er bereit ist, sich seiner Niederlage einzugestehen und die Sache mit Dr. Stanton zu beenden. Müsste ich einen Tipp abgeben, würde ich sagen, er ist erst zufrieden, wenn er die Mutter hat. Denn hinter jedem Serienmörder steckt letztlich eine dominante Mutter oder Mutterfigur und das trifft in jedem Fall auch auf James Whitby zu. Wenn Sie bedenken, was diese Frau ihrem Sohn angetan und was sie aus ihm gemacht hat, diese Frau, diese Frau, sagte er und weiß offensichtlich nicht, wie er den Satz beenden soll. Und was ist mit Ariel Chancellor, frage ich. Vermutlich will er Kontakt zu ihr aufnehmen. Wenn Sie sie finden, finden Sie vielleicht auch ihn. Bisher war die Suche nach ihr erfolglos. In den letzten drei Stunden haben Streifenwagen nach ihr Ausschau gehalten, sagt Schroder. »Haben Sie schon Ihre Eltern aufgesucht?«, fragt Barlow. Schroder sieht mich an und ich zucke die Achseln. »Ein Versuch ist es wert,« sage ich. »Mehr als das,« erwidert Barlow. »Wenn Ariel und Jessica beste Freundinnen waren, dann kannten sich ihre Eltern. Vielleicht ergibt sich da was. Vielleicht kennen sie einen möglichen Aufenthaltsort.« »Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück,«, sagt Schroder. »Das ergibt alles keinen Sinn. Wenn Cole so tut, als würde er die beiden anderen Mädchen töten, ist das was anderes als das, was ihm selbst angetan wurde. Denn Stanton wird herausfinden, dass man ihn getäuscht hat. Es ist nicht dasselbe.« »Er wird es nicht erfahren,«, sagt Barlow. »Denn wenn Cole mit den Mädchen fertig ist, da bin ich mir sicher, wird Nicholas Stanton sterben. Und ich bin mir sogar sicher, dass Nicholas um seinen Tod flehen wird, nach dem, was er glaubt, gesehen zu haben. Ich meine, wer würde das nicht?« »Aber warum ist das nicht schon längst passiert?« »Wenn Cole weiß, dass wir sämtliche Personen bewachen, die an dem Fall vor 15 Jahren beteiligt waren, warum bringt er es dann nicht jetzt zu Ende?«, frage ich. Barlow zuckt die Achseln. »Wer sagt, dass er es nicht bereits getan hat?« »Das ist ein entsetzlicher Gedanke.« »Aber falls er es noch nicht getan hat, kann das nur heißen, dass er etwas anderes vorhat,«, sage ich. Barlow nickt. »Und Caleb ist der Einzige, der weiß, was das ist.« Caleb parkt in einer ruhigen Straße hinter einem Wagen, der bis zur Farbe genauso aussieht wie der, den er gerade fährt, und steigt aus. Er hüllt sich dichter in seine Jacke und taucht in seine Hände. Mit der Safttüte in der Hand starrt Octavia ihn durch das Fenster an. Katie beobachtet ihn ebenfalls. Über ihm unter den Glühbirnen der Straßenlaternen hängen vereinzelt ein paar Nebelschwaden. Nach einer Minute hat er mit Hilfe des Taschenmessers, das er im Handschuhfach gefunden hat, die beiden Nummernschilder abgeschraubt. Seines befestigte er am anderen Fahrzeug in der Hoffnung, dass der Besitzer es nicht sofort bemerkt. Aus seinem früheren Leben weiß er noch, dass es bei Montagearbeiten immer eine Schraube gab, die viel zu festgezogen war und beim Versuch, sie zu lösen, abbrach, sodass sie nicht mehr zu gebrauchen war. Jede handwerkliche Tätigkeit, die normalerweise in zwei Minuten erledigt war, wurde für ihn zu einer halbstündigen Tortur. Diesmal nicht. Selbst die zwei rostigen von insgesamt acht Schrauben lassen sich leicht herausdrehen. Er betrachtet das als positives Zeichen. Warum auch nicht? Er hat einige davon gut. Der Arzt im Kofferraum bleibt still. Caleb steigt wieder in den Wagen. Eigentlich sollte das hier alles inzwischen vorbei sein. Letzte Nacht hatte er es vermasselt. Er hätte sich seine Kräfte besser einteilen sollen, statt sich um das Arschloch aus der Stadt zu kümmern, das Ariel bezahlt hat. Er hätte einfach in seinen Wagen steigen und wie ein Vertreter von Tür zu Tür marschieren sollen, um den Leuten, die für all das hier verantwortlich sind, den lange, überfälligen Tod anzudrehen. Er wollte die Sache eigentlich im Schlachthof zu Ende bringen, aber wenn es sein muss, kann er es auch am Straßenrand tun. Richter Latham? Wenn er auf einen der beiden verzichten müsste, dann auf ihn. Der Richter hat seine Entscheidung aufgrund der Fakten getroffen, die man ihm vorgelegt hat. Allerdings hat er dem Verteidiger und dem Arzt geglaubt. Und darum hat er eine Strafe verdient. Vielleicht bekommt er sie in einem anderen Leben. Die Mutter. Bei ihr bleibt ihm keine Wahl. Er muss sie sich vornehmen. Aber wenn er den Arzt und seine zwei Töchter mit seinem Wagen herumkutschiert, fordert er das Schicksal heraus. Der Arzt wird nur noch für eine gewisse Zeit stillhalten. Er braucht Hilfe. Er kann nicht zum Haus von Whitbys Mutter fahren und nochmal den Trick mit der Pizza abziehen. Und wahrscheinlich hat sein ehemaliger Nachbar inzwischen die Bullen gerufen. Er hat niemanden, an den er sich wenden kann. Auf dem Sitz hinter ihm richtet Katie sich auf. Sie sagt immer noch nichts. Sie presst die Lippen aufeinander, um zu demonstrieren, dass sie den Mund hält. »Schnell dich an«, fordert er sie auf. Er rechnet damit, dass sie fragt, warum, doch sie tut, was er von ihr verlangt. »Ist dir kalt?« Sie nickt. Er schaltet die Heizung an und richtet die Lüftungsschlitze auf die Rückbank. Vielleicht stimmt es nicht, dass ihm niemand helfen wird. Es gibt da eine Frau. Er wollte sie eigentlich mal besuchen, um zu sehen, ob es ihr gut geht, aber er hat es nie getan. Er hatte das Gefühl, dass sein Besuch nur im Schorf ihres Lebens herumstochen und alte Wunden aufreißen würde. Sie ist eine einzige Chance. In seinem Handy ruft er ihre Adresse auf. Vor der Wache wartet die versammelte Medienmeute und ich muss mitten durch sie hindurch, um zu Ariel Chancellors Eltern zu gelangen. Ich nehme meinen eigenen Wagen, denn die anderen sind alle unterwegs. Ich fahre durch die Tore und durch der Sperrfeuer aus Fragen und grellen Scheinwerfern, während ich gegen die Versuchung ankämpfe, die Reporter auf ihre Eignung als Bremsschwellen hinzutesten. Es ist inzwischen 8.10 Uhr. Die Stadt ist von den Lichtern der Straßenlaternen und Nachtclubs erleuchtet und der Alkohol fließt jetzt in Strömen. Im Laufe der nächsten Stunden werden immer mehr Autofreaks die Straßen bevölkern. Jugendliche, die keine bessere Bleibe oder nichts Besseres zu tun haben, allesamt Sklaven des aktuellen Trends in kürzester Zeit möglichst viel in sich hineinzuschütten. Einige werfen bereits Flaschen aus ihren Autos. Sie landen im hohen Bogen vor den Füßen vorbeilaufender Passanten oder vor entgegenkommenden Fahrzeugen. Ich muss ein paar Mal auf die Bremse steigen, um nicht in Gruppen Betrunkener zu rasen, die unvermittelt auf die Straße wanken. Ich fahre nach Hause und beseitige ein wenig die Spuren meines Zusammenstoßes mit dem Hund. Meine Hose knülle ich zusammen und werfe sie in den Müll. Dann ziehe ich eine Frische an. Und ich will schon wieder zur Tür raus, als mein Handy klingelt. Es ist Dr. Forster. Sie haben unseren Termin versäumt, sagte er mit seiner sanften Stimme. Während er mit einem redet, gibt Forster einem das Gefühl, man wäre sein Freund. Wäre er Sänger, würden ihm beim Klang seiner Stimme wahrscheinlich possierliche Waldtierchen hinterherlaufen. Ich weiß. Ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Arbeiten sie wieder? Ich versuch's. Sie arbeiten an diesem Caleb Cole-Fall, oder? Ja. Schreckliche Sache, sagt er. Wie kann ein Mensch nur sowas tun? Ich bin mir nicht sicher, ob er eine Antwort erwartet, also sage ich nichts und er fährt fort. Ich war bei ihrer Frau, sagt er. Und? Ich habe sie untersucht. Eine Stunde lang. Körperlich ist sie in bester Verfassung. Die Schwestern machen Übungen mit ihr. Sie leisten wirklich ganze Arbeit. Sie kümmern sich gut um sie. Ich weiß, sage ich. Aber haben sie irgendwas gefunden? Ich habe für sie einen Termin im Krankenhaus gemacht, sagt er. In drei Wochen kann ich sie dort untersuchen. Sie haben was gefunden, oder? Sage ich und versuche mich nicht von meiner Aufregung überwältigen zu lassen. Sie reagiert auf blinkende Lichter, sagt er. Schwester Hamilton hat erzählt, sie habe letzte Nacht am Fenster gestanden und auf die Lichter der Polizeiwagen gestarrt. Im Laufe der Nacht haben die Schwestern sie immer wieder dort angetroffen, bis sie ihr schließlich ein Beruhigungsmittel gegeben haben. Ich wusste nicht, dass sie immer wieder ans Fenster gegangen ist. Mein Herz fängt an zu rasen. Und? Frage ich, denn ich weiß, es gibt weitere Neuigkeiten. Zumindest hoffe ich es. Und heute Morgen am Teich, ich halte es für durchaus möglich, dass sie in das Sonnenlicht gestarrt hat, das sich in der windgekräuselten Oberfläche spiegelte. Ebenfalls blinkende Lichter. Also habe ich eine Stablampe vor ihren Augen hin und her wandern lassen. Sie hat keinerlei Reaktion gezeigt. Doch als ich ein paar Minuten später den Test wiederholt habe, sind ihre Augen dem Licht gefolgt. Das hat sie noch nie getan. Nein. Ich setze mich. Das ist gut, nicht wahr? Ich weiß es nicht, sagt er. Bei Verletzungen des Gehirns ist immer eine Menge in Bewegung. Oder eben nicht. Man kann einfach nicht hineinschauen. Manchmal bildet das Gehirn neue Vernetzungen, manchmal verkümmert es. In drei Wochen wissen wir hoffentlich mehr. Das Wort hoffentlich ist so wenig verlockend wie die angekündigte Wartezeit. Drei Wochen? Warum nicht morgen? Weil Bridget nicht meine einzige Patientin ist, Theodor. Sollte es bei ihr eine neue Entwicklung geben, wird mich Schwester Hamilton darüber informieren. Sie dürfen allerdings nicht mehr hineininterpretieren, als tatsächlich passiert ist. Ihre Sehnerven haben Reflexe gezeigt und ihre Augen sind im Licht gefolgt. Ich habe während der Stunde, die ich da war, den Test fünfmal wiederholt, ohne dass sie nochmal darauf reagiert hätte. Aber die Tests? In drei Wochen machen wir die Tests, dann wissen wir mehr. Es besteht also die Chance, dass... Theo, es gibt immer eine Chance. Wunder geschehen jeden Tag, aber es sind eben Wunder. Ich werde Ihnen alle Informationen zu Ihrem Termin zusenden. Nachdem er aufgelegt hat, gehe ich nach draußen und mir ist klar, dass die nächsten drei Wochen langsamer vergehen werden als die vier Monate Knast. Zum Haus der Chancellors fährt man mit dem Wagen zehn Minuten, die Straßen sind fast leer. Ein paar Leute gehen Händchen halten, spazieren, sie sind in Jacken gehüllt, einige führen einen oder zwei Hunde an der Leine. Bei den sinkenden Temperaturen ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Jacken dicker und die Spaziergänge kürzer werden. Es gefällt mir, wie Hunde jeden Gegenstand anstarren, als würden sie ihn gerade zum ersten Mal sehen, ihre Begeisterung für einen Baum, einen Laternenpfahl, einen Stock, der geworfen wird. Wir haben unsere Tochter zum letzten Mal vor zwei Jahren gesehen, sagt Harvey Chancellor, während er meine Marke begutachtet. Und ich wage es kaum zu fragen, was Ariel diesmal ausgefressen hat. Nichts, erkläre ich. Es wird langsam kalt hier auf der Türschwelle, trotzdem bittet er mich nicht ins Haus, einen Bungalow mit einem Vogelhäuschen im Vorgarten. Darunter hocken drei Katzen, aber keine Vögel. Sie können uns vielleicht helfen, eine Person zu finden, nach der wir suchen. Wen? Caleb Cole? Alle suchen nach ihm und wo sie schon mal hier sind, kann ich ihnen auch sagen, dass wir ihn kannten. Mehr aber auch nicht. Wir können ihnen da nicht weiterhelfen. Darf ich reinkommen? Vielleicht können sie uns etwas erzählen, das uns bei der Suche nach Ariel oder Caleb weiterhilft. Er nickt langsam. und sein dichtes, graues Haar federt auf und ab. Andere Männer in seinem Alter beneiden ihn bestimmt um seinen Schopf. Okay. Im Haus ist es warm, es ist modern beleuchtet und in den Farben einer Musterwohnung eingerichtet. Als ich im Wohnzimmer Platz nehme, würde ich am liebsten die Füße auf den Tisch legen und ein Nickerchen machen, nur ganz kurz, höchstens sechs, sieben Stunden. Mr. Chancellor setzt sich mir gegenüber und seine Frau betritt das Zimmer und tockt sich neben ihn. Beide sind Ende 50 und die Kleidung macht sie zehn Jahre älter. Mrs. Chancellor trägt einen Morgenmantel, der vom Hals abwärts jeden Quadratzentimeter ihrer Haut bedeckt und aussieht, als könnte man damit wunderbar seinen Wagen putzen. Sie hat braunes Haar, das von ein paar grauen Strähnen durchzogen ist und an einer Seite steckt eine Haarklammer, die so riesig ist, dass sie sich den Hals damit verletzen könnte. Sie bietet mir einen Kaffee an und ich nehme dankend an. Ich habe es fast einen halben Tag geschafft, auf Kaffee zu verzichten. Ich schätze, das ist eine reife Leistung. An den Wänden hängen Bilder von Ariel, allerdings hat sie darauf keinerlei Ähnlichkeit mit der Frau, die ich heute Morgen gesehen habe. Das hier sind Bilder von einer anderen Ariel, von einer Tochter aus einem anderen Leben. Im Wohnzimmer ist es heiß, eine Klimaanlage bläst warme Luft herein. Im Fernseher läuft ein Krimi. Die Kriminaltechniker darin sind äußerst vielseitig, im einen Moment entdecken sie unter dem Mikroskop mehrere Haare und im nächsten treten sie schon mit dem Fuß eine Tür ein. Der Ton ist ausgeschaltet. Darum müssen sie ihren Verdächtigen bis auf weiteres stumpf verhaften. Ariel geht auf den Strich, sagt Harvey. Schon seit einer Weile. Wir haben versucht, sie davon abzuhalten und ihr Hilfe zu besorgen, sicher. Ich meine, welche Eltern würden das nicht? Ich erzähle das, weil es uns wichtig ist, dass sie das wissen. Damit sie nicht denken, wir hätten unsere Tochter im Stich gelassen. Doch je mehr wir uns bemühten, desto schlimmer wurde es. Sie ist oft von zu Hause weggelaufen. Nicht direkt nach dem Vorfall mit Jessica, aber etwa ein Jahr später. Innerhalb weniger Monate ist sie ein anderer Mensch geworden. Jessica auf diese Weise verloren zu haben, hat sie verändert. Doch erst als sie 13 war, hat sie angefangen, sich die Schuld daran zu geben. Ich denke, damals hat sie überhaupt erst begriffen, was eigentlich passiert war. Sie hasste James Whitby und sie hasste sich selbst. Er will sich zu seiner Frau umdrehen, dann lächelte er. Offensichtlich ist ihm eingefallen, dass sie im Moment nicht da ist. Der Kaffee kommt gleich, sagt er. Ich nicke wortlos, denn ich möchte, dass er weitererzählt. Einer der Kriminaltechniker auf dem Bildschirm hat gerade jemanden erschossen. So ist das im Fernsehen. Meist gehen die bösen Jungs am Schluss drauf. Ich frage mich, ob es für Caleb auch so enden wird. Wir haben sie dazu überredet, eine Therapie zu machen, aber die hat nicht geholfen. Man hat ihr Antidepressiva verschrieben und sie hat sie alle auf einmal geschluckt. Wir haben es gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft. Die Ärzte meinten, ein paar Minuten später und sie wäre tot gewesen. Es sei ein Wunder, dass sie überlebt habe. Ich denke erneut über das Wort Wunder nach und ein Teil von mir fürchtet, dass die Zahl der Wunder in dieser Welt begrenzt ist und dass Ariel Chancellor das eine aufgebraucht hat, das eigentlich für meine Frau bestimmt war. Es ist eine alberne, egoistische Vorstellung, aber genau das geht mir gerade durch den Kopf. Nach diesem Vorfall hat sie sich nachts oft aus dem Haus geschlichen und kam dann betrunken wieder zurück. Sie machte mit den Jungs in der Schule herum. Mit 15 wurde sie dann von der Highschool geworfen, nachdem man sie dabei erwischt hatte, wie sie in einem der Labors für ein paar Dollar mit zwei Schülern gleichzeitig Sex hatte. Wir haben sie auf eine andere Schule geschickt, doch zwei Wochen später passierte dort dasselbe. In immer kürzeren Abständen ist sie von zu Hause abgehauen und jedes Mal, wenn wir sie fanden, war sie noch zu gedröhnter als beim Mal davor. Nach ihrem 17. Geburtstag haben wir sie dann kaum noch gesehen. Er erzählt mir das alles mit einer Offenheit, die nur jemandem möglich ist, der die Geschichte schon so oft erzählt hat, dass er sich dabei nicht mehr schämt. Nicht, dass sie sich dafür schämen mussten, was ihre Tochter getan hat. Sie ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen, aber vielleicht dafür, dass sie ihr nicht helfen konnten. Er klingt jedoch weder frustriert noch verärgert. Er akzeptiert einfach, dass sich die Dinge eben so entwickelt haben. Er hat ihr geschrieben, sagt er. Caleb, aus dem Gefängnis. Was denn? Wie sehr er sie liebt und wie sehr er sie hasst. Über das Leben im Knast, über seine Tochter, über den Sohn, den er nie hatte, über seine Frau. Haben Sie die Briefe noch? Er nickt. Wir wollten sie eigentlich wegwerfen, aber wir dachten, dass sie eines Tages noch nützlich sein könnten. Seine Frau kommt ins Zimmer zurück, sie trägt ein Tablett mit drei Tassen. Ich hole sie, okay? Ich glaube, sie sind im Wandschrank, sagt er, auf dem obersten Brett hinter den Puzzlespielen. Sie sind im Gästezimmer, sagt sie, in einer Schachtel unter dem Bett. Sie stellt das Tablett ab und geht wieder raus. Harvey verdreht leicht die Augen und zuckt die Achseln. Darum ist es in meinem Alter so wichtig, dass man verheiratet ist, sagt er. Ich nicke. Wenn ich so alt bin wie er, werde ich auch verheiratet sein. Und bis zum heutigen Tag dachte ich, Bridget wäre niemals wieder in der Lage, mir zu sagen, wohin ich mein Lieblingst-T-Shirt verlegt habe. Aber vielleicht kommt ja alles ganz anders. Ich sehe, Sie verstehen, was ich meine, sagt er und lacht leise. Bitte? Sie haben eben gelächelt, sagt er. Erzählen Sie mir von den Briefen. Die ersten waren noch okay, sagt er. Caleb schreibt darin, wie leid es ihm tut, was Ariel durchmachen musste und wie dankbar er sei, dass nicht beide Mädchen gestorben sind. Aber dann wurden sie immer wütender. Ich habe mich gewundert, dass er sie überhaupt verschicken durfte. Ich habe mich deswegen beschwert, doch die Gefängnisverwaltung meinte, sie könne nichts dagegen tun, weil er die Briefe nach draußen geschmuggelt habe und sie deshalb nicht überprüft wurden. Das würde ständig passieren. Die Häftlinge würden die Briefe anderen Häftlingen zustecken, die Besuch von ihrer Familie bekommen. Man erklärte uns, es wäre eine Verletzung seiner Rechte, ihm das Schreiben zu verbieten. Unfassbar, was? Ein Mann schreibt Ariel, dass er sich wünscht, sie wäre anstelle seiner Tochter vergewaltigt und ermordet worden und die Gefängnisleitung erklärt, es ginge um seine Rechte. Bei den letzten Worten zucke ich zusammen. Das hat er geschrieben? Und noch schlimmere Sachen, das können Sie mir glauben, sagte er und nickt dabei ein wenig und das reicht, um die Wörter schneller aus ihm heraus sprudeln zu lassen. Ständig änderte sich der Tonfall der Briefe. In einem stand, dass er Ariel keinerlei Schuld gebe und im nächsten bezeichnete er sie als Schlampe und gab ihr die Verantwortung für den Tod seiner Tochter. Wenn sie wirklich ihre Freundin gewesen wäre, wäre sie nicht abgehauen und hätte sie nicht dort zurückgelassen. Aber das Schlimmste war, also das Schlimmste war, dass wir sie trotzdem gelesen haben. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht warum. Ich nehme an, dass Ariel die Briefe nie zu Gesicht bekommen hat. Nein, sagt er. Mrs. Chancellor bringt die Briefe und gibt sie mir. Es ist ein dicker Packen, zusammengehalten von einem Gummiband. Die Ecken und Ränder sind vergilbt und geknickt. Der Kaffee ist immer noch zu heiß zum Trinken. Ich ziehe den obersten Brief heraus. Coles Handschrift ist kaum zu entziffern. Wegen seiner gebrochenen Finger, sagt Chancellor und deutet mir den Kopf auf die Briefe. Als ich Caleb auf dem Friedhof die Hand geschüttelt habe, nachdem ich ihm Starthilfe gegeben hatte, ist er zusammengezuckt. Und am folgenden Tag waren diese Hände stark genug, um sich um meinen Hals zu legen. Bevor das alles passiert ist, wie gut kannten sie ihn da? Er zuckt leicht mit den Schultern. Zurückhaltende Gesten sind offensichtlich typisch für Harvey Chancellor. Ein dezentes Nicken, ein leichtes Achselzucken. Ich hoffe für seine Frau, dass er das in anderen Bereichen ausgleicht. Wir kannten ihn und seine Frau, weil unsere Töchter beste Freundinnen waren. Sie wissen ja, wenn Kinder zusammen aufwachsen, lernt man automatisch ihre Eltern kennen. Caleb war ein feiner Kerl. Ich mochte ihn. Ich kannte ihn nicht besonders gut, aber wir haben uns hin und wieder auf Geburtstagsfeiern und Schulveranstaltungen gesehen. Und mehr oder weniger jedes Wochenende lieferte einer von uns sein Kind zum Spielen im Haus des anderen ab. Er liebte seine Familie, keine Frage. Sie schmiedeten Pläne für die Zukunft. Seine Frau war schwanger, das weiß ich noch. Seine Frau, mein Gott, was für eine reizende Person. Wirklich reizend, sagt Mrs. Chancellor. Sie sitzt neben Harvey auf der Armlehne des Sofas. Und sie sah umwerfend aus. Sie war eine echte Schönheit. Sie hatte über die anderen Eltern und Schüler nie ein böses Wort verloren, obwohl sie bestimmt reichlich Anlass dazu gehabt hätte. Manche Kinder sind richtige Arschlöcher, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, sagt sie. Aber so ist es doch. Haben Sie je ein Ehepaar gesehen, das so glücklich ist und sich so innig liebt, dass sie das Gefühl hatten, die beiden hätten sich noch nie gestritten? Eine Ehe bedeutet immer Arbeit, das wissen Sie bestimmt, sagt sie, während sie den Ehering an meiner Hand betrachtet, ohne die geringste Ahnung, wie viel Arbeit meine Ehe tatsächlich bedeutet. Aber auf sie schien das nicht zuzutreffen. Das ist selten und wenn man den Leuten davon erzählt, sagen sie, man irre sich. So eine Ehe gäbe es nicht, aber ich schwöre, bei den beiden war es so. Der Caleb, den wir damals kannten, ist zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter gestorben. Der Mann, der diese Briefe geschrieben hat, ist nicht der Mann, den wir kannten. Er ist ein Fremder, ein Monster und wir beten für ihn, Detective. Wir beide beten für ihn. Die Leute, die er getötet hat, sagt Harvey. Warum Sie? Wer sind diese Leute? Ich zähle ihm die Namen auf. Ich kenne sie nicht, sagt er. Sollten wir denn, fragt seine Frau. Einer davon war Whitbees Anwalt, sage ich. Ein anderer, war der Sprecher der Jury. Der dritte war der Leumundszeuge der Verteidigung. Die vierte Person, das nehmen wir zumindest an, kannte ihre Tochter von der Arbeit. Und Dr. Stanton ist derjenige, der meinte, James Whitby sei heilbar. Harvey wird plötzlich ganz blass. Die armen Mädchen, sagt Mrs. Chancellor. Sie müssen zu Tode erschrocken sein. In den Nachrichten hieß es, dass eines von ihnen unverletzt aufgefunden wurde. Stimmt das? Ja, sage ich zu ihr und sehe dabei Harvey an. Er wirkt körperlich krank, als würde er von innen heraus zerfressen werden. Als er meinen Blick bemerkt, schluckt er leicht und sagt, ich weiß weder, wo Ariel noch Caleb sich aufhalten könnten. Er sucht nach ihr, erkläre ich. Wenn wir Ariel finden, finden wir vielleicht auch ihn. Sie denken wahrscheinlich, dass wir sie inzwischen aufgegeben haben, sagt Mrs. Chancellor, weil wir es zulassen, dass sie auf den Strich geht, aber das stimmt nicht. Wir lieben sie und wenn wir sie nach Hause holen könnten, würden wir das tun. Sie wird auf der Straße sterben, sagt Harvey mit leichtbrüchiger Stimme und zeigt zum ersten Mal echte Gefühle für seine Tochter. Ein Teil von ihm sieht in ihr bestimmt noch das kleine Mädchen von den Bildern an der Wand. Da bin ich, sagt er und verlet die Fassung, aber nur ein bisschen, weil das nun mal so Harvey Chancellors Art ist. Da bin ich mir sicher. Seine Frau wirft ihm einen vieldeutigen Blick zu, signalisiert ihm so, dass sie ihn liebt, dass er ihr Leid tut und dass sie wünschte, er würde nicht so denken, obwohl sie beides tun. Wenn sie sie finden, sagen sie ihr, dass sie nach Hause kommen soll, ja? sagt Mrs. Chancellor, den Blick immer noch auf ihren Mann gerichtet. Ich tue mein Bestes. Ich bringe sie zur Tür, sagt Harvey und wir stehen auf. Als ich ins Freie trete, folgt er mir und schließt die Tür hinter sich und ich drehe mich zu ihm um. Einer der Namen hat sie ziemlich irritiert, Harvey. Warum erzählen Sie mir nicht, was Sie vor Ihrer Frau nicht sagen wollten? Hören Sie, sagt er, doch es kommt nichts und das Einzige, was ich höre, ist die Nacht mit ihren Geräuschen. In der Parallelstraße fährt ein Wagen vorbei, irgendwo läuft Wasser und da hinten wird eine Tür zugeschlagen. Ich lasse ihn mit dem ringen, was er zu sagen hat. Sollte er es jedoch nicht ausspucken, werde ich es aus ihm herausprügeln. Ich höre, sage ich, nachdem zehn endlos lange Sekunden verstrichen sind. Es ist so, ich habe sie in den letzten Jahren immer wieder in den Nachrichten gesehen, sagt er, und ich frage mich, wohin das führt und ob ich mich gleich verteidigen muss. Zwei Serienmörder sind umgekommen und jedes Mal waren sie bei ihnen, als es passierte. Außerdem ist der Mann, der ihre Tochter getötet hat, gestorben. Er hat das Land verlassen, erkläre ich. Ich werfe ihnen nichts vor, sagt er, aber die Sache ist die, ich habe das Gefühl, dass sie ein Mann sind, der das Richtige tut, auch wenn es nicht unbedingt legal ist. Habe ich recht? Worauf wollen sie hinaus? Beantworten sie einfach die Frage, mein Sohn, sagt er. Ich merke, dass ich die Luft anhalte und atme geräuschvoll aus. Mr. Chancellor Harvey, wenn sie etwas... Beantworten sie einfach die Frage, mein Sohn, das würde die Sache um einiges beschleunigen. Das Richtige. Immer. Das war meine Antwort. Was wollen sie mir also sagen? Es gibt noch einen weiteren Brief. Was? Chancellor nickt, während er redet. Diesmal ist seine Geste allerdings ausladender. Caleb hat meiner Tochter noch einen weiteren Brief geschrieben. Was für ein Brief? Das war vor sechs, sieben Jahren. Meine Frau weiß nichts davon. Keiner. Es steht etwas darin, das ich damals der Polizei hätte mitteilen sollen, aber ich wollte nicht, dass noch einer weiteren Person wehgetan wird. Wem? Wenn ich Ihnen den Brief zeige, geben Sie mir dann Ihr Wort, dass Sie ihn nur dazu benutzen, Caleb zu finden und zu sonst nichts? Ich kann das nicht versprechen, ohne ihn gesehen zu haben, sage ich. Dann vergessen Sie, was ich Ihnen gerade erzählt habe, sagt er. Ohne sich umzudrehen, greift er hinter sich nach der Tür. Und bevor Sie mir drohen, ich habe den Brief nicht. Ich habe ihn weggeworfen und kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was drin steht. Und wenn Sie Ihre Zeit damit verschwenden, ihn sich zu besorgen, kommt sowieso jede Hilfe zu spät. Es steht das Leben zweier Mädchen auf dem Spiel, rufe ich ihm ins Gedächtnis. Eines davon ist acht, das andere erst ein Jahr alt. Ich weiß. Und die Zukunft eines weiteren Mädchens. Ich sage das nicht einfach nur dahin, Detective. Sie haben mir keine Vorstellung, wie oft ich das im Laufe der Jahre durchgespielt habe, bis ich eine Antwort für mich gefunden hatte, nur um mir die Frage erneut zu stellen, gerade wenn ich glaubte, ich wäre zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen. Machen Sie schon. Geben Sie mir Ihr Wort und Sie können losziehen und Sie retten. Ich habe keine Ahnung, was in dem Brief steht, aber ich weiß, dass ich ohne ihn hier nicht weggehen werde. Okay, ich verspreche, dass die Sache zwischen uns beiden bleibt. Er starrt mich wortlos an. Ich meine es ernst, sage ich. Ich verspreche, dass die Sache zwischen uns beiden bleibt. Warten Sie hier. Er verschwindet im Haus. Und ich stehe auf der Türschwelle und fange an zu frieren. Mehrere Minuten verstreichen. Keine Frage, dort, wo er den Brief vermutet, ist er nicht. Ich gehe auf dem Weg von der Straße zu seiner Haustür auf und ab. Meine Hände und Füße sind kalt. Ich würde mich in meinen Wagen setzen und warten, wenn es dort etwas wärmer als draußen wäre. Stattdessen setze ich mich auf die vorderste Stufe und betrachte die Briefe, die Harvey Chancellor mir gegeben hat. Ich habe Probleme, sie zu lesen, weil ich sie nur verschwommen erkennen kann, bis ich sie weiter von meinem Gesicht weghalte, so wie es mein Vater immer getan hat, bevor er endlich eine Brille bekam. In den Briefen steht, was Harvey erzählt hat. Den ersten hat Cole drei Monate, nachdem er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, war geschrieben. Darin sagt er, dass Ariel ein tapferes Mädchen sei, weil sie mit dem umgehen muss, was sie durchgemacht hat und dass er stolz auf sie sei, weil sie nach Hause gerannt ist und ihrer Mutter gesagt hat, sie solle die Polizei verständigen. Im zweiten steht fast genau dasselbe wie im ersten, nur mit dem Zusatz, dass er sich gewünscht hätte, sie wäre schneller gerannt oder hätte das nächstgelegene Haus aufgesucht, statt bis ganz nach Hause zu laufen. Im dritten Brief beschreibt er das Leben im Knast. Seine Erfahrungen dort unterscheiden sich stark von meinen. Wir waren in verschiedenen Bereichen des Gefängnisses untergebracht. Ich im Trakt für psychisch gestörte Täter, zusammen mit Pädophilen und anderen Häftlingen, die zum Abschuss freigegeben waren. Er im Trakt für Gewaltverbrecher, denn er hatte einen Cop getötet. Mit dem vierten Brief ändert sich der Tonfall. Daran fragt er, was Ariel an besagtem Tag getragen und mit wem sie geflirtet habe, warum sie den Überfall provoziert habe und dann abgehauen sei, ohne sich um Jessica zu kümmern. Seine Worte sind nun voller Hass und Wut und Mr. und Mrs. Chancellor hatten allen Grund, sich bei der Gefängnisverwaltung zu beschweren. Im nächsten Brief verzeiht er ihr, nur um im Darauffolgenden seine Meinung wieder zu ändern. Im Gefängnis hatte er viel Zeit nachzudenken. Das hat ihn verrückt gemacht. Er nennt sie Engel, Schlampe, Prinzessin, Hure. Schließlich öffnet Harvey Chancellor hinter mir die Tür. Ich stehe auf und er reicht mir den Brief und erinnert mich an mein Versprechen. Worum geht es in dem Brief, frage ich. Victoria Brown, sagt er. Wir haben ihren Namen heute in den Nachrichten gehört, aber er sagte uns nichts. Ihr Beruf allerdings schon. Sie wird in dem Brief zwar nicht namentlich genannt, doch sie kommt darin vor. Er hat ihn nach dem Überfall auf sie geschrieben. Und Sie haben der Polizei nichts davon erzählt? Nein, ich bin nicht zur Polizei gegangen, Detective Inspector, sagte er und klingt als wäre er sauer auf mich, weil die Person, von der Sie überfallen wurde, ebenfalls unschuldig war. Auch sie war ein Opfer. Aber Sie glauben doch an Rache, oder? Darum erzähle ich Ihnen das alles und darum werden Sie Ihr Versprechen auch halten. Weil, frage ich und betrachte den Umschlag, weil die Person, die daran schuld ist, dass Victoria Brown im Koma liegt, sagt er. Das kleine Mädchen ist, mit dem das hier alles angefangen hat. Tabitha Jenkins. Die Tür öffnet sich und Tabitha Jenkins lächelt ihn an. Es ist sieben Jahre her, dass Caleb sie zum ersten und einzigen Mal gesehen hat. Sie hat sich die Haare gefärbt. Sie waren mal blond, jetzt sind sie dunkelbraun. Der Schnitt ist immer noch derselbe und die Frisur steht ihr. Die Haare bedecken ihre Wangen und er kann nicht erkennen, ob sie immer noch die Narbe hat, die Whitby ihr verpasst hat. Sie ist sonnengebräunt, vielleicht von der Gartenarbeit, denn der Garten ist voller liebevoll gepflegter Pflanzen. Sie trägt eine abgewetzte Jeans und ein enges T-Shirt und das kleine Mädchen, das ihn vor Jahren im Knast besucht hat, ist inzwischen erwachsen. Sie hingegen erkennt ihn nicht, zumindest nicht sofort. Sie glaubt, dass sie es mit einem völlig Fremden zu tun hat. Sie lächelt immer noch und das Lächeln wird breiter, als sie Katie bemerkt und erst recht bei Octavias Anblick. Die Kleine, er hält sie auf dem Arm, ist wieder eingeschlafen und liegt an Caleb's Brust geschminkt, den Kopf auf seiner Schulter. Über seiner anderen Schulter hängt eine Tasche mit Windeln und Tüchern. Als Tabithas Blick zu ihm zurückwandert, gefriert ihr Lächeln. Kann ich helfen? setzt sie an, ihre Wörter bilden kleine Wolken in der Luft und dann kapiert sie. Caleb merkt es daran, dass sich ihre Augen langsam weiten. Es wundert ihn schon, dass eine Frau wie sie, die so ungeheuer viel durchgemacht hat, überhaupt die Tür geöffnet hat. Hallo Tabitha. Caleb? Er nickt. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Auf ihrem Gesicht zeichnen sich in kurzer Folge eine Vielzahl von Gefühlen, ab bevor es bei einem Ausdruck von Verwirrung verharrt. Wann bist du aus dem Gefängnis gekommen? Ist schon etwas her. Ich muss mit dir reden, sagt er. Ich hab Hunger, sagt Katie, und mir ist kalt. Können wir reinkommen? Tabitha geht vor ihr in die Hocke und lächelt. Octavia murmelt irgendwas in Calebs Hals und er spürt, wie ein Faden Sabber seiner Haut berührt, doch sie wacht nicht auf. Mein Name ist Tabitha, sagt sie, und wie heißt du? Katie mit Y, sagt sie. Wow, fängt der Name mit dem Y an? Nein, Blödi, es kommt am Ende. Freut mich, dich kennenzulernen, Katie mit Y am Ende, sagt sie und reicht ihr die Hand und Katie mit Y ergreift sie. Ich hab Angst, sagt Katie. Angst vor mir? Es gibt keinen Grund, vor mir Angst zu haben. Vor ihm, sagt Katie und deutet auf Caleb, worauf Tabithas Lächeln verschwindet. Ich weiß nicht, wo Melanie ist und mein Vater ist im Wagen eingesperrt und ich muss Pipi, sagt sie, verschränkt ihre Beine und hüpft auf und ab, dringend. Tabitha richtet sich wieder auf. Caleb, wovon redet sie? Hast du nicht die Nachrichten gesehen? fragt er. Sie schüttelt den Kopf. Ich schaue grundsätzlich keine Nachrichten. Nie. Warum? Wer sind diese Mädchen? Er hat uns entführt, sagt Katie, und ich muss echt dringen, Pipi. Die Toilette ist da runter, Schätzchen, sagt Tabitha und tritt zur Seite und Katie verschwindet im Flur. Sie schauen ihr beide nach, dann dreht Tabitha sich rasch zu Caleb um. Wovon verdammt noch mal redet sie? Können wir reinkommen? Nein. Hast du sie entführt? Ich habe ihnen kein Haar gekrümmt. Caleb? Es sind Dr. Stantons Kinder. Was? Dr. Stanton. Ich weiß, wer Dr. Stanton ist, sagt sie. Wo ist er? Im Kofferraum. Mein Gott, sagt sie. Was hast du vor? Ich bestrafe die, die uns wehgetan haben. Uns? Die Leute, die dich nicht beschützt haben, sagt er. Die Leute, die Jessica haben sterben lassen. Wovon redest du? Er erzählt ihr von dem Anwalt, dem Lehrer und dem Sprecher der Jury und von Victoria Brown. Tabitha fängt an zu zittern. Er erzählt ihr, dass sie die Kinder zum Schlachthof gebracht und eines von ihnen dort zurückgelassen hat. Mein Gott, sagt sie, als er fertig ist. Diese Leute haben Jessica auf dem Gewissen, sagt er. Nein, Caleb, das haben sie nicht. James Whitby hat deine Tochter getötet. Diese Leute, diese Mädchen. Bitte, Tabitha, lass uns rein. Ich werde es dir erklären. Nein, ich kann dich nicht reinlassen. Bitte. Lass mich nachdenken, sagt sie und hält sich die Hand ans Gesicht. Nach ein paar Sekunden nickt sie. Ich werde mir die ganze Geschichte anhören, sagt sie. Aber nur, wenn du die Mädchen bei mir lässt. Okay, sagt er. Und es wird heute nicht das letzte Mal sein, dass er lügt. Sie führt ihn ins Wohnzimmer. Es ist eine hübsche Wohnung. Mit hübschen Möbeln, nicht teuer, aber gemütlich. An den Wänden hängen zahlreiche Bilder, sehr viel mehr als bei Ariel und sie sind gerahmt. Jede Menge Familienfotos und jede Menge Bilder von Freunden und auf allen lächeln die Menschen. Keines von ihnen zeigt Tabitha in trauter Zweisamkeit mit einem Mann, aber auf vielen ist sie mit einer anderen Frau zu sehen. Auf manchen umarmen sie sich, auf anderen halten sie Händchen und lächeln in die Kamera. Und immer hat sie das Gesicht leicht von der Kamera weggedreht, um die Narbe zu verbergen. Er versteht das nicht. Wie kann sie nur so normal sein? Wie konnte sie all die Jahre nur so glücklich sein? Er legt Octavia auf die kastanienbraune Couch. Sie hat die Augen immer noch geschlossen. Ich hole ihr eine Decke, sagt Tabitha. Sie beugt sich hinter die Couch, greift nach einer Wolldecke und will sie damit zudecken. Kannst du erst die Windel wechseln? fragt Caleb und stellt die Tasche auf den Boden. Was? Die Windel, sie ist nass. Warum tust du es nicht? Ich kann das nicht so gut. Und warum glaubst du, dass ich es kann? Weil, weil was? Weil ich eine Frau bin? Ja. Schön, sagt sie und nimmt die Sachen aus der Tasche. Dann legt sie die Decke auf den Boden und öffnet die Windel. Du wirkst so normal, sagt er. Du hast tatsächlich ein neues Leben angefangen? Ja, sagt sie. Wie hast du nur vergessen können, was dir passiert ist? Ich habe es nicht vergessen, sagt sie und erhebt zum ersten Mal die Stimme. Das gehört zu der Tabitha, die ich jetzt bin. Sie hebt die Hand und fährt sich damit über ihre Narbe, während sie gleichzeitig die Haare zurückschiebt. James Whitby hat sie ihr mit einem einzigen Stich seines Messers zugefügt. Sie verläuft von ihrem linken Ohr über ihre Wange bis zum Kinn. Als sie sich dabei ertappt, wie sie sie berührt, nimmt sie schnell die Hand wieder runter. So kann ich anderen Menschen helfen, sagt sie. Anderen Frauen und Kindern, denen ähnliches passiert ist. Ich betreue Vergewaltigungsopfer. Schließlich weiß ich, was diese Frauen durchgemacht haben. Ich kann nicht gut in sie hineinversetzen und ihnen dadurch helfen. Du umgibst dich mit dem Schmerz anderer Leute? Weißt du noch, was du mir im Gefängnis erzählt hast? fragt sie und wirft die dreckige Windel in eine Plastiktüte. Sie reibt das Baby trocken, schmeißt das Tuch zu der Windel und knotet die Tüte zu. Dann legt sie die neue Windel an. Gut so? Er nickt. Er kann sich noch an alles erinnern. Sie war nach einer langen Phase der Einsamkeit die erste Besucherin, die er hatte und sie sollte auch die letzte bleiben. Zunächst haben ihn seine Eltern regelmäßig besucht, dann kam sie immer sporadischer und schließlich machte der Tod der Sache ein Ende. Seine Freunde haben ihn anfangs ebenfalls regelmäßig besucht, bis es einfach zu peinlich wurde. Vor sieben Jahren holte ihn dann ein Wärter aus seiner Zelle. Er habe Besuch. Caleb dachte, es wäre ein Reporter oder jemand, der ein Buch schrieb oder ein Anwalt, der gekommen war, um ihm irgendwas zu erzählen, was er nicht hören wollte. Auf diese Weise konnte er immerhin etwas Zeit totschlagen und im Knast gab es unangenehmere Möglichkeiten als diese. Du hast mir gesagt, ich sei es Jessica schuldig für uns beide weiterzuleben, sagt sie. Ich müsse doppelt so viel erleben, um all die Sachen zu tun, die sie nicht mehr tun kann. Du hast gesagt, ich müsse gut zu den Menschen sein, ihnen helfen. Weißt du noch, warum du mich besucht hast? fragt er. Natürlich. Sag's mir. Warum? Wozu? Weil ich hören will, wie du es sagst. Damit du dich daran erinnerst, dass wir auf derselben Seite stehen. Sie schüttelt den Kopf. Die Windel sitzt jetzt und sie zieht sie zurecht, dann legt sie Octavia aufs Sofa. Sie hüllt sie in die Decke, die sie ihr Biss unter das Kinn zieht. Damit du dich daran erinnerst, dass du kurz davor warst, wegen eines Unfalls dein Leben wegzuwerfen, der Es war kein Unfall, sagt sie. Im Gefängnis hat sie ihm erzählt, sie erinnere sich kaum an das, was passiert sei, nachdem Whitby sie entführt hatte. Dass die Ärzte meinten, sie habe es verdrängt und es würde ihr eines Tages schon wieder einfallen. Er fand, die Ärzte hätten keine Ahnung, wovon sie redeten. Andernfalls wäre Jessica noch am Leben. Tabitha sah das genauso und er war froh darüber. Er mochte sie. Dann hat sie ihm erzählt, wie sie eine Woche zuvor mit einer Freundin in einem Einkaufszentrum shoppen war. Dort war sie auf die Toilette gegangen und vor dem Spiegel stand Victoria Brown und richtete ihr Make-up ab. Sonst war niemand im Raum. Ohne nachzudenken trat Tabitha hinter Victoria Brown und stieß sie so fest sie konnte mit dem Kopf gegen den Spiegel. Das machte sie Caleb nur noch sympathischer. Sie hatte wegen der Sache ein schlechtes Gewissen. Es war nicht ihre Absicht gewesen, die Frau ins Koma zu befördern. Sie hatte es nicht geplant. Sie wusste nicht mal, woher diese Wut gekommen war. Sie und Caleb waren sich daran einig, dass die Ärzte recht gehabt hatten, dass der Schmerz über das, was ihr passiert war, in diesem Moment in ihr hochgekommen war. Caleb meinte, sie müsse kein schlechtes Gewissen haben. Aber das habe sie nun mal, sagte sie. Und darum wolle sie zur Polizei gehen. Wenn sie sich stelle, erklärte Caleb ihr, würde das Victoria auch nicht helfen. Es sei richtig gewesen, dass sie jemanden davon abgehalten habe, sein Geld mit der Verteidigung von Kinderschändern zu verdienen. Und wenn Tabitha dafür ins Gefängnis gehe, erwache Victoria auch nicht wieder aus dem Koma. Er sagte, sie würde nur ihr Leben wegwerfen. Doch das war ihr egal. Er glaubte ihr zwar, aber aufgrund seiner eigenen Erfahrung wusste er, dass ihr nicht klar war, was es bedeutete, sein Leben wegzuwerfen. Damals, sagte er, und für einen Moment ist er wieder im Gefängnis mit seinen kalten Wänden. Sie hatte ihm wortlos gegenüber gesessen und dennoch spürte er völliges Einvernehmen zwischen ihnen. Es war kein unangenehmes Schweigen. Dann lächelte sie und ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Es war ein trauriges Lächeln, doch durch die Bewegung der Muskeln unter ihrer Haut verschwand die Narbe. Tabitha sah jetzt wunderschön aus. Oh ja, wunderschön. Und bei dem, was sie dann sagte, fühlte er sich zum ersten Mal nicht mehr ganz so allein. Du hast dich bedankt für das, was ich getan habe, sagt er. Du hast dich dafür bedankt, dass ich James Whitby getötet habe. Wenn er jetzt noch am Leben wäre, würdest du dann wollen, dass ich ihn umbringe? Nein. Ich glaube dir nicht. Meine Eltern waren sehr stark. Sie haben sich um mich gekümmert und mir jede nur erdenkliche Hilfe zukommen lassen. Und jetzt gebe ich etwas davon zurück, indem ich anderen helfe. Ich wünschte, du hättest deiner Familie gegenüber auch diese Stärke gezeigt. Das habe ich. Ich habe getan, was sonst niemand tun wollte. Und diese Stärke hat dir und deiner Familie geholfen, den Blick nach vorn zu richten. Das war keine Stärke. Sieh nur, wohin dich das geführt hat. Du hättest dir mit deiner Familie eine Zukunft aufbauen können. Eine Zukunft? Meine Tochter ist ermordet worden. So etwas kann man nicht einfach hinter sich lassen. So habe ich das nicht gemeint, sagt sie. Einige kommen damit zurecht, andere weniger. Man vergisst nicht, was passiert ist, aber nach einer gewissen Zeit kann man trotzdem ein ganz normales Leben führen. Ein normales Leben, sagt er. Etwas anderes hat er nie gewollt. Doch es gibt keine Normalität mehr, wenn man am Telefon erfährt, dass die eigene Tochter verschwunden ist. H, B, D, B, F, C, sagt Ketion, starrt vom Flur aus zu ihnen herüber, das Gesicht zur Hälfte hinter dem Türrahmen verborgen. Als sie mitkriegt, dass die beiden sie bemerkt haben, tritt sie ins Zimmer. Das Haus ist schön, sagt sie, aber kleiner als meines. Haben Sie Kekse? Wir haben welche da, sagt Tabitha. Welche mit Schokolade? Ja. Ich mag die mit Schokolade, aber Daddy gibt sie uns nicht so oft. Dein Daddy ist ein kluger Mann, sagt Tabitha. So klug auch wieder nicht, sagt Caleb. Tabitha wirft ihm erneut einen wütenden Blick zu. Wenn sie nicht sparsamer damit umgeht, findet Caleb, wird sie bald keinen mehr übrig haben. Sie hebt die Plastiktüte mit der Windel auf, nimmt Katys Hand und führt sie in die Küche. Dort wirft sie die Tüte in den Müll, wäscht sich die Hände, holt aus der Speisekammer eine Packung Kekse und reißt sie auf. Sie bietet Katie einen an und Caleb ebenso, doch der winkt ab. Gibt es hier Spielzeug? fragt Katie. Im Schlafzimmer sind ein paar Plüschtiere. Wie wär's, wenn du rübergehst und damit spielst? Katie verschwindet und Caleb und Tabitha gehen ins Esszimmer. Er lehnt sich gegen die Wand und zieht sich an den Tisch. Hast du eine Freundin? fragt er, während er eines der Fotos neben sich betrachtet. Was tut das jetzt zur Sache? Ist sie hier? Nein, aber sie wird bald zurück sein. Was hast du mit dem Mädchen vor? Nichts. Wirst du ihren Vater töten? Nein. Nein? sagt sie und auf ihrer Stirn bildet sich ein halbes Dutzend Falten. Er hat bestimmt noch nie jemanden gehört, der so misstrauisch klang. Ich habe in den letzten zwei Tagen vier Menschen getötet, sagt er, worauf sie vor ihm zurückweicht. Es gibt keinen Grund zu lügen. Vier? Letzte Nacht ist noch einer dazugekommen. Wer? Niemand von Bedeutung. Ich bin mir sicher, dass er jemandem etwas bedeutet hat. Mir nicht, sagt er. Offensichtlich hat er dir so viel bedeutet, dass du ihn getötet hast. Damit hat sie nicht ganz Unrecht. Wenn du den Arzt nicht töten willst, wozu brauchst du ihn dann? Er zuckt mit den Schultern. Ich möchte, dass sich Stanton eine Weile in mich reinversetzt. Er soll wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seine Tochter verliert. Und darum tust du seinen Kindern weh? Nein. Das kapiere ich nicht. Er soll nur glauben, dass ich es tue. Er glaubt also, dass du dem Mädchen, das du im Schlachthof zurückgelassen hast, etwas angetan hast? Ja. Sie blickt jetzt noch finsterer drein. Er glaubt, dass sie tot ist? Ja. Mein Gott, Caleb. Das ist ja schrecklich. Ist das wirklich nötig, damit er sich in dich hineinversetzen kann? Ja, sagt er. Und das ist sicher tausendmal besser als das, was Jessica erleiden musste. Und um ihm das klarzumachen, brauchst du Katie und Octavia, aber danach willst du sie gehen lassen und ihn auch? Ja. Sie setzt sich an den Esstisch. Das ist krank, das weißt du, oder? Es war notwendig. Du hast vier Menschen getötet. Schlechte Menschen. Es waren rechtschaffende Menschen, weil sie getan haben, was sie für richtig hielten, sagt sie. Wir brauchen Leute wie sie, um die Welt wieder ins Lot zu bringen. Wenn du das wirklich glauben würdest, hättest du Victoria Brown nicht ins Koma befördert. Sie senkt den Kopf und spricht in Richtung Tisch. Ich habe mich geändert. Caleb geht auf sie zu, legt seine Handflächen auf die gegenüberliegende Seite des Tisches und beugt sich vor. Du hilfst anderen Menschen, das ist bewundernswert. Und jetzt ist es an der Zeit, mir zu helfen. Wobei? Zunächst einmal könntest du dich daran erinnern, wie sehr du Mrs. Whitby gehasst hast. Ich möchte, dass du mir hilfst, an sie ranzukommen, sagt er, auch wenn er weiß, dass sie darauf niemals eingehen wird. Aber deswegen ist er auch nicht hergekommen, sondern weil er einen Unterschlupf braucht. Doch im Moment will er sie einfach nur auf seiner Seite haben. Und eines hat ihn das Leben gelehrt. Wenn man mehr verlangt, als man eigentlich will, kriegt man am Ende vielleicht genau das, was man will. Bitte was? Sie wird von der Polizei bewacht. Ich komme nicht in ihre Nähe. Du schon. Du willst, dass ich auf Mrs. Whitby losgehe, dass ich sie töte? Ist es das, was du willst? Ja, sagt er, völlig im Klaren darüber, wie das klingt. Dafür gehe ich 10, 20 Jahre in den Knast? Nein, gehst du nicht. Dafür werde ich sorgen. Und wie willst du das anstellen? Du wirst ihnen erzählen, dass ich dich dazu gezwungen habe. Und wie sollst du mich dazu gezwungen haben? Ganz einfach. Du wirst ihnen erzählen, dass ich die Kinder bedroht habe. Sie wirft ihm einen so unerbittlichen Blick zu, dass er die Hände vom Tisch nimmt und sich aufrichtet. Hast du, hast du gerade diese Kinder bedroht? fragt sie. Nein, natürlich nicht. Ich werde dir nicht helfen, Caleb, sagt sie. Er nickt. Dann möchte ich, dass du uns bei dir aufnimmst. Es dauert vielleicht ein, zwei Tage, dann werden die Ermittlungen ins Stocken geraten und die Polizei wird einen Teil ihrer Wachen abziehen und dann komme ich an sie ran. Aber heute Nacht und morgen habe ich keine Chance und ich kann nirgendwo anders hin. bitte Tabitha. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du kannst nicht hierbleiben. Außerdem kommt Wendy bald nach Hause. Was soll ich ihr dann erzählen? Die Wahrheit. Erzähl ihr, dass du das tun musst, dass du mir das schuldig bist, weil ich der Polizei nicht verraten habe, dass du Victoria Brown ins Koma befördert hast. Ich hätte es der Polizei selbst sagen sollen. Aber das hast du nicht. Es wäre unangenehm, wenn sie davon erfahren würde. Tabitha sieht ihn an, versteht seine unausgesprochene Drohung und plötzlich hat er ein schlechtes Gewissen, das gesagt zu haben. Er hebt die Hände. Damit wollte ich nicht sagen, dass ich es Ihnen erzählen werde. Das gilt wohl nur, solange ich dir helfe. Nein, egal was passiert, ich werde Ihnen nichts erzählen. Du bist die einzige Person, die das Richtige getan hat. Du kannst nicht hierbleiben, Caleb, sagt sie. Ja, und ich hätte damals zur Polizei gehen sollen. Dann würdest du dieses Leben hier, sagt er und breitet die Arme aus, jetzt nicht führen. Deine Freundin wäre jetzt mit jemand anderem zusammen und die Fotos von ihr würden an der Wand einer anderen Frau hängen. Die Menschen, die deine Hilfe suchen, würden zu jemand anderem gehen oder es würde sich gar keiner um sie kümmern, zumindest nicht so, wie du das tust. Die Menschen, denen du hilfst, willst du sie wirklich im Stich lassen? Ist es das, was du willst? Ich will, dass du gehst, und zwar allein. Sie erhebt sich vom Tisch und tritt auf ihn zu. Die anderen können bleiben. Nein. Bitte, Caleb, sagt sie und legt ihm die Hand auf den Arm. Und das erinnert ihn an jenen Tag im Gefängnis, als sie anfing zu weinen, nachdem er ihr gesagt hatte, dass er auch für Jessica leben müsse. Er hatte ihr die Hand auf die Schulter gelegt und dann war der Wärter herübergekommen und hatte sie getrennt. Caleb stieß ihn daraufhin zurück. Der Wärter ging zu Boden und Caleb hatte fünf Sekunden Zeit, um Tabitha zu umarmen. Sie erwiderte seine Umarmung. Es war ein großartiges Gefühl. Sie versprach ihm, Jessica niemals zu vergessen und ihr ein ehrendes Andenken zu bewahren. Dann wurden sie von zwei Wärtern getrennt. Die beiden brachten Caleb unter Gewaltanwendung in seine Zelle und verprügelten ihn dort, brachen ihm eine Rippe. Er war froh über ihren Besuch gewesen. Sie kam nie wieder. Bei der Berührung ihrer Hand entspannt er sich, fühlt sich nicht mehr ganz so allein. Du kannst nicht so weitermachen. Du wirst dabei draufgehen. Das ist der Plan. Was? Nichts. Sie zieht ihre Hand fort und hält sie sich vor den Mund. Mein Gott! Du willst das hier gar nicht überleben, oder? Er kann hören, wie Octavia im Wohnzimmer leise schnarcht. Katie steht mit dem Keks in der Hand im Flur und starrt sie an. Sie hat ein Stück abgebissen, aber sie kaut nicht. Regungslos lauscht sie ihrem Gespräch. Er fragt sich, wie viel sie mitbekommen hat. Sie darf ihrem Vater nichts erzählen. Das Einzige, wofür ich noch lebe, ist Gerechtigkeit. Wenn ich für Gerechtigkeit gesorgt habe, ist nichts mehr übrig. Willst du dich umbringen? Nein, natürlich nicht. Was dann? Spielt keine Rolle. Für mich schon. Ich kann nicht zurück in den Knast. Deine Taten haben eine Vorgeschichte. Du kannst auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Du kannst... Nein, sagt er. Beim letzten Mal gab es auch eine Vorgeschichte. Caleb. Ich werde mich nicht umbringen, sagt er. Was dann? Können wir hierbleiben oder nicht? Nein. Aber die Kinder wirst du nicht wieder mitnehmen. Er schüttelt den Kopf. Sie kommen mit mir. Tabitha versperrt ihm die Sicht auf Katie. Ehrlich, versprochen. Ich werde nicht die Polizei rufen, zumindest nicht sofort. Ich gebe dir 30 Minuten. Dann hast du reichlich Zeit, irgendwo hinzufahren und dir zu überlegen, was du als nächstes tun willst. Ich brauche sie. Du brauchst nur ihren Vater und den sollst du haben. Ein Teil von mir hasst ihn immer noch. Ich weiß, was er dir angetan hat. Darum biete ich dir meine Hilfe an, Caleb. Gegen die Sicherheit der Kinder. Du kannst ihren Vater mitnehmen, wenn du die Mädchen hier lässt. Auch wenn du nicht vorhast, ihnen wehzutun, kann ihnen trotzdem etwas passieren. Was, wenn die Polizei versucht, dich aufzuhalten und du mit dem Wagen einen Unfall baust? Oder es wird auf dich geschossen und eine von ihnen kriegt eine Kugel ab? Was, wenn Katie vor lauter Angst abhaut und sich dabei verletzt? Ihnen wird nichts passieren, sagt er. Das kannst du nicht wissen. Was passiert ist, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Du machst diesen Kindern Angst, Caleb, glaub mir. Wie wär's damit, sagt er. Du rufst Wendy an und erzählst dir. Sie beugt sich vor und zunächst glaubt er, dass sie ihm eine Scheuern oder mit den Fäusten gegen seine Brust trommeln wird. Er stellt sich fest auf den Boden, um es geschehen zu lassen. Doch sie umarmt ihn nur. Er riecht ihre Haare und ihre Haut und es gefällt ihm. Der Geruch erinnert ihn an Lara und macht ihm klar, wie lange es her ist, dass er zuletzt eine Frau im Arm gehalten hat. Er spürt, wie seine Wut langsam verfliegt. Ich werde dir nicht dabei helfen, einem anderen Menschen wehzutun, sagt Tabitha in einem sanften, beruhigenden Tonfall, der sich warm auf seiner Haut anfühlt und er stellt sich vor, dass sie so mit den Menschen redet, denen sie hilft. Bitte, Caleb, lass uns mir und Jessica zuliebe dafür sorgen, dass keine weiteren Kinder verletzt werden. Er nickt. Verletzte Kinder sind das Letzte, was er will. Wann kommt Wendy nach Hause? fragt er. Bald. Wie bald? Jede Minute. Er löst sich von ihr und schiebt sie an den Schultern von sich. Du lügst, sagt er. Bitte sag mir die Wahrheit. Sie ist zu Besuch bei ihren Eltern. Sie ist in Auckland. Ich werde sie morgen Abend vom Flughafen abholen. In diesem Fall hat sich mein Plan gerade geändert, sagt er. Packt sie am Arm, und bringt sie ins Schlafzimmer. Schroder ruft mich an, während ich vom Haus der Chancellors zu meinem Wagen gehe. Er tagt mir mit, dass sie Caleb Cole immer noch nicht verhaftet haben. Damit hatte ich eigentlich auch nicht gerechnet. Und er sagt, es gebe immer noch kein Lebenszeichen von Ariel Chancellor. Das wundert mich genauso wenig. Er erzählt mir nichts, was ich nicht schon wusste, als ich vorhin das Revier verlassen habe. Ständig rufen uns dieselben bescheuerten Hellseher an, weil sie mit uns sprechen wollen. Hast du irgendwas rausgefunden? fragt er. Er klingt verzweifelt, allerdings nicht verzweifelt genug, um die Hellseher zurückzurufen. Vor einem Tag war ich nur jemand, der einen betrunkenen Detektiv zu einem Tatort gefahren hat. Heute erhofft er sich Antworten von mir. Ich habe herausgefunden, dass Hundebisse hellisch wehtun, sage ich und berichte ihm dann von den Briefen. Vielleicht ergibt sich daraus eine Spur. Ich bin gleich bei dir, sage ich und steige in meinen Wagen. Ich verzichte darauf, die Briefe durchzusehen, die ich mir vorhin vor dem Haus der Chancellors nicht angeschaut habe. Ich lege sie beiseite, außer den Umschlag, den Harvey mir nachträglich gegeben hat. Ich öffne ihn und ziehe den Brief heraus, in der Hoffnung, dass ein Inhalt dazu beiträgt, diesen Wahnsinn zu beenden. Liebe Ariel, ich weiß, es ist schon etwas länger her, seit ich dir das letzte Mal geschrieben habe und mir ist klar, wie du über mich denken musst. Zunächst möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ich habe dir in den letzten Jahren einige ziemlich gemeine Briefe geschrieben, aber jetzt habe ich mich wieder im Griff. Ich habe einige Dinge für mich verarbeitet und mir ist klar geworden, dass nichts von all dem deine Schuld war. Zu keiner Zeit. Ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen, weil ich dir die Schuld gegeben habe, obwohl auch andere dafür verantwortlich sind. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Ich bitte dich, vergiss Jessica nicht und bewahre ihr ein ehrendes Andenken, in dem du ein möglichst guter Mensch wirst. Du bist wie eine Tochter für mich, ein Tochterersatz vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich liebe dich von ganzem Herzen und wünsche dir alles Gute. Das Leben im Knast ist hart. Bedauere ich deswegen, was ich getan habe? Nein, natürlich nicht. Ich habe noch sieben Jahre abzusitzen, aber da draußen gibt es 16, 17, 18-jährige Mädchen, die jetzt tot wären, wenn ich mich nicht um James Whitby gekümmert hätte. Gut möglich, dass du eines von ihnen bist. Whitby war besessen von dir und wer weiß, was er angestellt hätte. Nach zwei weiteren Jahren in Dr. Stantons Klinik wäre er als geheilt und lebenstauglich entlassen worden und hätte ungestört weiter seine Obsessionen frönen dürfen. Selbst dann noch, wenn man ihn zu einer Haftstrafe verurteilt hätte. Womöglich hätte man ihn wieder in deinem Viertel untergebracht und was dann? Es gibt schon das ein oder andere, was ich bereue. Ich hätte ihm am Tag seine Entlassung auflauern, ihn töten und seine Leiche verschwinden lassen können. Ich hätte versuchen können, ungestraft davon zu kommen, aber es ist nun mal anders gelaufen. Außerdem informieren die Gefängnisse und Krankenhäuser die Öffentlichkeit nicht darüber, wann genau die Insassen entlassen oder wo sie untergebracht werden. Darauf baue ich ebenfalls, wenn ich selbst wieder auf freien Fuß komme. Heute hat mich ein Mädchen besucht. Sie war mal genauso wie du. Wunderschön, intelligent, mitfühlend. Zwei Jahre bevor Whitby Jessica getötet hat, hat er dasselbe bei ihr versucht. Deswegen hätte er eigentlich in den Knast wandern müssen, aber das ist nicht passiert. James Whitby hat sie verletzt wie so viele andere Leute, die sie im Stich gelassen haben. Ich weiß, dass du wütend bist wegen dem, was Jessica widerfahren ist. Darum wirst du das hier auch für dich behalten. Das Mädchen hat die Frau, die Whitby im Prozess verteidigt hat, verletzt. Sie ist genauso wütend wie wir und diese Wut wird mich durch die nächsten sieben Jahre tragen. Wenn ich hier rauskomme, das schwöre ich, werde ich diejenigen büßen lassen, die Jessica und diesem Mädchen und in gewisser Weise auch dir wehgetan haben. Ich weiß, dass du Schuldgefühle hast wegen dem, was passiert ist. Wie sollte es auch anders sein? Und es tut mir leid, dass meine beschissenen Briefe, die ich dir in den letzten Jahren geschickt habe, das nur noch schlimmer gemacht haben. Ich hasse dich nicht und gebe dir keinerlei Schuld. Der Besuch des Mädchens war wie ein Zeichen für mich. Rache ist alles, was mir noch bleibt. Der Knast verändert mich. In meinem Innern wächst etwas heran, das ein Mithäftling von mir die Dunkelheit nennt. Er glaubt, dass ich zum Zeitpunkt meiner Entlassung zu allem fähig sein werde, dass dann die Dunkelheit ein Verlangen entwickelt hat, das sich Befriedigung sucht. Ich würde dich gerne treffen, wenn ich entlassen werde. Ich würde gerne sehen, was aus dir geworden ist. Du warst die beste Freundin meiner Tochter und für deine Freundschaft zu ihr bin ich dir wirklich dankbar. Ich hoffe, du schreibst mir zurück. Ich fände es schön, wenn du mich irgendwann mal besuchst, aber ich kann auch verstehen, wenn du das nicht willst. Ich bin kein Monster. Ich würde dir nie etwas antun. Ich bin ein Vater und leide. Ich habe Jessica so sehr geliebt. Ich habe meine Frau geliebt und diese Leute haben sie mir genommen. Sie werden weiteren Menschen wehtun und sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich wünsche dir alles Gute und ein wunderschönes Leben. Caleb Wenn Harvey Chancellor den Brief der Polizei gegeben hätte, hätten all die Toten verhindert werden können. Oder wir hätten nach Coles erste Mord sofort eine Verbindung herstellen können und Tabitha Jenkins wäre verhaftet worden und in den Knast gewandert. Das wäre der Preis dafür gewesen. Die Verhaftung einer Frau hätte vier Menschenleben gerettet, vielleicht sogar mehr. Mein Wagen verfügt nicht über die technische Ausstattung eines Streifenwagens. Darum kann ich auch nicht auf einem eingebauten Computer Tabithas Adresse nachschauen. Doch seit zwei Jahren habe ich die Angewohnheit, ein Telefonbuch mit mir herumzukutschieren. Ich schlage ihre Anschrift nach und auf dem Weg dorthin rufe ich Harvey Chancellor an. Sie hätten viele Menschenleben retten können, sage ich zu ihm. Ich weiß. Haben Sie gar kein schlechtes Gewissen? Die Kinder des Arztes tun mir leid, sicher, aber die anderen? Nein, scheiß auf sie, sagt er und klingt anders als der Harvey Chancellor, dem ihr Kaffeeschlürf und dem Wohnzimmer gegenüber saß. Diese Leute haben ihr Leben zerstört, Detective, und vergessen Sie nicht, was Sie versprochen haben. Ich will morgen nicht in den Nachrichten lesen, dass Sie Tabitha verhaftet haben. Sie haben mir ihr Wort gegeben. Wir werden Sie nicht verhaften, erkläre ich. Aber Sie hätten vor sieben Jahren zu uns kommen sollen. Wir hätten einen Deal machen können. Sie hätten Sie ins Gefängnis gesteckt. Sie hatte einen Menschen ins Koma befördert. Und Victoria Brown hat geholfen, Jessica ins Grab zu bringen. Er legt auf. An einer Kreuzung hält ein Wagen neben mir. Das Seitenfenster wird runtergelassen und der Beifahrer beugt sich heraus und kotzt auf die Außenseite der Tür. Als er mich bemerkt, zeigt er mir den Stinkefinger und brüllt mir zu, ich solle mich verpissen, um dann in hysterisches Gelächter auszubrechen. Kurz darauf erreiche ich Tabitha Jenkins' Haus. Es ist ein kleines Gebäude in einer ruhigen Straße mit lauter gepflegten Gärten. Ich stopfe den Brief in meine Tasche und gehe zur Tür hinauf. Ich klopfe und warte. Dann klopfe und warte ich erneut. Es brennt Licht im Haus, aber niemand öffnet. In der Auffahrt steht kein Wagen. Ich laufe zur Garage rüber und werfe einen Blick durch das Fenster. Im Innern steht ein Wagen, doch nicht das geringste Lebenszeichen. Häuser haben immer eine ganz bestimmte Atmosphäre. Als Kopf wusste ich stets, ob tatsächlich keiner da war oder ob man mir einfach noch nicht öffnete. Und dieses Haus scheint mir nicht leer zu sein. Ich trete an das Wohnzimmerfenster heran und stelle mich so hin, dass ich durch einen Spalt im Vorhang hineinblicken kann. Es sind keine Kampfspuren zu sehen. Ich klopfe gegen die Scheibe. Nichts. Dann laufe ich ums Haus herum zur Hintertür. Außer einfach abzuwarten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte bei Schroeder Unterstützung anfordern, aber es würde dauern, bis sie da ist. Ich könnte die Tür eintreten, aber dann bekäme ich Ärger, weil ich eingebrochen bin. Also hole ich meinen Dietrich hervor. Wenn niemand etwas mitkriegt, gibt's auch keinen Ärger. Sollte alles in Ordnung sein, schließe ich einfach wieder hinter mir ab und verschwinde. Und falls nicht, dann darf ich keine Zeit verlieren. Ich mache mich an das Schloss. Ich brauche fünf Minuten, weil ich kaum etwas erkennen kann. Ein Klicken ertönt, die Tür gibt ein wenig nach und ich drehe den Knauf. Dann trete ich ein. Hallo? Ich wünschte, ich hätte eine Pistole, aber ich habe gar nichts. Der Boden ist voller Blut, das allerdings nicht ganz so aussieht wie Blut. Auf der Arbeitsfläche in der Küche steht eine leere Dose Tomatensauce mit einem Dosenöffner daneben. Ich vermute, dass Tabitha sie geöffnet hat, es mit der Angst kriegte und sie fallen ließ. Ich gehe daran vorbei. In der Spüle liegt ein soßenbeschmiertes Messer. Ich greife nach einem sauberen, halte jedoch inne. Sollte Tabitha unter der Dusche stehen, weil sie sich mit der Soße bekleckert hat, dann wird sie bei meinem Anblick anfangen zu schreien und ich bin mein Job los. Trotzdem nehme ich das Messer. Ich halte es neben meinem Körper nach unten. Hallo? Tabitha? Ich kann nirgends das Plätschern einer Dusche hören. Bei dem Lärm, den ich mache, dürfte Tabitha auch längst nicht mehr schlafen. Neben der Eingangstür steht ein Beistelltisch mit mehreren Schlüsseln, einer Handtasche und einem Handy darauf. Tabitha? Bei mir stellt sich das Gefühl ein, dass man als Kopf verspürt, kurz bevor man eine Leiche findet. Es ist dasselbe ungute Gefühl, das Karl und ich hatten, als wir als Erste am Schlachthof eintrafen, bevor wir Jessica Cole fanden. Man hofft stets das eine und stößt dann auf das Gegenteil. Das macht den Beruf als Kopf aus. Aber im Moment ist es nur ein Gefühl. Nichts hier deutet darauf hin, dass etwas Schlimmes passiert ist. Nichts, was irgendwie verdächtig wirken würde. Auf dem Küchentisch steht eine geöffnete Kekspackung. Und plötzlich sehe ich meine Zukunft vor mir. Ich hocke an diesem Tisch und stopfe mir die Kekse in den Mund. Und während ich um mich herum Krümel anhäufe, betritt Tabitha Jenkins das Zimmer. Vielleicht schläft sie. Oder ist im Nebenzimmer. Womöglich ist sie auch abgehauen. Ich schaue im Wohnzimmer nach. Im Gästezimmer. Dann im Arbeitszimmer. Der Computer ist an. Auf dem Monitor ist eine Kalkulationstabelle geöffnet. Offensichtlich hat Tabitha ihre Steuererklärung gemacht. Wahrscheinlich hat sie wie jeder von uns berechnet, wie sie ihre Steuern zahlen und trotzdem überleben kann. Dann die Toilette. Der Wandschrank. Nichts. Ich gehe auf das große Schlafzimmer zu. Die Tür ist verschlossen. Ich lege meine Hand auf den Knauf und lausche an der Tür. Ich kann nichts hören. Ich hole Tiefluft. Und ich habe ein wirklich ungutes Gefühl, wenn ich daran denke, was dahinter auf mich wartet. Er muss sich irgendwo verstecken. Ins Hotel kann er nicht. Er wird gesucht. Mit seinen Schmerzen kann er nicht im Wagen schlafen. Er braucht ein Bett an einem bequemen Ort. Er dachte, Tabitha könnte ihm helfen. Zunächst hatte mit dem Gedanken gespielt, bei ihr zu bleiben, doch das schien ihm zu riskant. Dort könnte jederzeit jemand vorbeikommen. Hätte er vor 15 Jahren Hilfe gebraucht, hätte er irgendeinen seiner Freunde fragen können. Jeder von ihnen hätte ihm geholfen, James Whitby zu töten. Zumindest hätten sie das gesagt. Sobald es aber ernst geworden wäre, das war ihm klar, wäre keiner von ihnen in der Lage gewesen, die Sache bis zum Ende durchzuziehen. Er ist damals zu seinem Schwager Adam gegangen und hat ihn gefragt, ob er sich seine Laster leihen könne. Adam fragte nicht wofür. Er gab Caleb einfach die Schlüssel und wünschte ihm viel Glück. Eine Woche später war Lara tot und Adam hat seitdem nie wieder ein Wort mit ihm gewechselt. Ihn ruft er jetzt mit seinem Handy an. Katie starrt vom Beifahrersitz zu ihm herüber, sie hat Tränen im Gesicht, aber immerhin schluchzt sie nur leise und dafür ist er dankbar. Von den drei Mädchen erinnert sie ihn am stärksten an Jessica. Hallo? Adam? Ja, wer ist da? Caleb. Am anderen Ende der Leitung herrscht Schweigen. Caleb wartet. Er wartet darauf, dass sein Schwager auflegt und hofft zugleich, dass er es nicht tut und das tut er auch nicht. Stattdessen sagt er, Moment, eine Sekunde. Caleb hört, wie eine Tür geschlossen wird, dann das Geräusch von Schritten und einige Augenblicke später ist Adam wieder im Apparat. Mein Gott, Caleb, wie geht es dir? Es ging mir schon mal besser, sagt Caleb. Was du nicht sagst, sie berichten ständig über dich in den Nachrichten. Du hast ein paar schlimme Dinge getan. Hast du diese Mädchen verletzt? Das würde ich nie tun. Das habe ich Marie auch gesagt, erwidert er und Caleb fragt sich, wie seine Schwägerin wohl inzwischen aussieht. Ob sie immer noch so viel Geld dafür ausgibt, sich in eine Barbie-Puppe zu verwandeln. Ich habe ihr immer wieder gesagt, egal wie fertig Caleb auch sein mag, Kindern würde er nie etwas antun. Was willst du also, Caleb? Er starrt durch die Windschutzscheibe. Die Straße ist menschenleer, aber er zählt mindestens ein Dutzend herumstreunender Katzen. Einige schauen einander an und zwei von ihnen sehen so aus, als wollen sie miteinander kämpfen oder vögeln. Caleb ist klar, dass Katie jedes seiner Worte mit anhören kann. Er wird sie in Kürze wieder betäuben müssen. Ich brauche Hilfe. Er stellt sich vor, dass Adam genauso wie vor 15 Jahren aussieht. Vielleicht hat er inzwischen eine Glatze und hat ein paar Kilo zugelegt, aber der Gesichtsausdruck ist bestimmt derselbe, ein Ausdruck schmerzlicher Verwirrtheit. Mensch, Caleb, das geht nicht. Als ich dir das letzte Mal geholfen habe, scheiße, du weißt doch, ich wusste nicht, dass das passieren würde, nichts davon. Nein, weil du nur an dich gedacht hast und diesmal ist es wieder so. Ich habe eine Familie, Caleb. Ich kann es mir nicht leisten, deinetwegen Ärger zu kriegen. Übrigens, die Polizei hat schon mit mir gesprochen. Sie wollen, dass ich sie anrufe, wenn ich was von dir höre. Wirst du es tun? Das sollte ich. Ich sollte jetzt auflegen und sie sofort anrufen. Aber? Fängt davon ab, was du zu sagen hast. Die beiden Katzen belauern sich immer noch. Sie haben beschlossen, gegeneinander zu kämpfen. Und die anderen Katzen schauen sich die Show an. Sie bilden einen Kreis und es scheint, als würden gleich Wetteinsätze von Hand zu Hand wandern oder von Tatze zu Tatze. Wozu? Dazu, was du mit den Mädchen vorhast. Ich werde ihnen nichts tun, sagt er und schaut Katie an, die seinen Blick jedoch nicht erwidert. Sie beobachtet die Katzen, sie hat die Hände dicht zwischen Glasscheibe und Gesicht gepresst, während sie versucht, mehr zu erkennen. Was hast du vor? Ich habe eben eines der Mädchen laufen lassen, sagt er. Es ist unverletzt und die Polizei wird es morgen finden. Und dem anderen werde ich auch nichts tun, versprochen. Bei der Bemerkung zuckt Katie zusammen, schaut aber weiter aus dem Fenster. Sie summt wieder ihr putziges Liedchen und Caleb hofft, dass sie nicht anfängt zu singen. Was ist mit dem Arzt? Er wird für seine Taten bezahlen. Eine der beiden Katzen stürzt vor und die andere dreht sich um und rennt davon. Der Angreifer jagt sie durch einen Vorgarten und über einen Zaun. Die anderen Katzen wirken, als wüssten sie nicht, was sie tun sollen. Arbeitest du immer noch als Umzugsunternehmer? Ja, leider. Ich schleppe allerdings nicht mehr selbst. Ich habe mir im Laufe der Jahre den Rücken ruiniert. Aber ich werde dir den Laster nicht nochmal leihen. Es war sowieso schon schlimm genug, was passiert ist. Aber um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist die Versicherung nicht mal für den Schaden aufgekommen. Es war ein Totalschaden, Caleb. Ich habe meine Nichte und meine Schwester verloren und dann auch noch fast meinen Job. Es hat mich Jahre gekostet, das abzubezahlen. Es geht nicht um deinen Laster, Adam. Nein, um was dann? Vermietest du immer noch Möbel an Immobilienmakler, die damit leere zum Verkauf stehende Häuser einrichten? Erneut herrscht für ein paar Sekunden Schweigen. Einige der Katzen trollen sich und Caleb lässt seinen Blick über die Häuser wandern, hält nach irgendeinem Lebenszeichen Ausschau. Er hat nichts zu befürchten. Niemand hat die Polizei verständigt, als seine Tochter entführt wurde. Warum sollten die Leute das dann tun, wenn sie einen Mann in einem Auto bemerken? Adam? Warum? Ich muss mich verstecken. Ich kann nicht ins Hotel, ich brauche eine Unterkunft für eine Nacht, vielleicht auch für zwei. Ein leerstehendes Haus, das du mit deinen Möbeln eingerichtet hast, wäre perfekt. Mensch, Caleb, ich weiß nicht. Ich bin verzweifelt. Ich weiß, ich weiß, aber du tust anderen Menschen weh. Das kann ich nicht unterstützen. Ich tue nur den Menschen weh, die uns Jessica und Lara genommen haben. Ich weiß, ich weiß es, okay? sagt Adam jetzt in einem weinerlichen Tonfall. Aber das ist nicht, was du wirklich tust. Was? Du hast Whitby getötet, hat das nicht gereicht? Nein, sagt Caleb, nein, das hat es nicht. Was zum Henker ist nur mit den Leuten los? Scheiße, als du vor 15 Jahren diesen Drecksack umgebracht hast, fand ich das klasse. Jeder hätte das tun wollen. Aber nur du hattest den Mumm dazu. Darum kann ich dir auch nicht die Schuld daran geben, dass Lara sich umgebracht hat. Denn ich hätte genauso gehandelt. Ich hasse dich dafür, aber ich gebe dir keine Schuld. Dann hilf mir. Was du da tust, ist falsch. Hilf mir, und dem Mädchen wird nichts passieren. Ich werde sie laufen lassen, versprochen, sagt er, und merkt, dass Katie, obwohl sie immer noch die Katzen beobachtet, vor allem seinen Worten lauscht. Wenn er nicht aufpasst, haut sie noch ab. Wenn die Polizei mich findet, wird es zum Kampf kommen, und dabei könnte sie verletzt werden. Aber wenn ich eine Übernachtungsmöglichkeit an einem sicheren Ort habe, ist auch sie in Sicherheit. Und du lässt wirklich noch ein Mädchen gehen? Ja, es geht ihr gut. Warum lässt du nicht auch das andere frei? Das werde ich aber nicht sofort, sagt er. Mein Gott, muss er mit jedem, den er um Hilfe bittet, alle Einzelheiten durchkauen? Und ihr Vater? Den werde ich auch gehen lassen. Du lügst. Nein, Adam, das tue ich nicht. Ich habe nicht vor, ihm wehzutun. Katie dreht sich um und schaut ihn an. Das verstehe ich nicht, sagt Adam. Musst du auch nicht. Besorg mir einfach nur einen Unterschlupf, damit ich das letzte Mädchen in Sicherheit bringen kann. Außerdem musst du mir versprechen, dass du nicht die Polizei verständigst, denn sonst werden weitere Menschen unnötig leiden. Adam sagt nichts. Adam, okay, okay, lass mich einen Moment überlegen. Adam, einen Moment, Caleb, okay? Du musst mir schon Gelegenheit geben, darüber nachzudenken. Caleb betrachtet das Handy und fragt sich, ob man es orten kann und ob die Polizei in Adams Haus ist und ihr Gespräch mithört. Er hat einen Fehler gemacht. Er sollte auflegen, das Telefon aus dem Fenster werfen und wegfahren. Es gäbe da ein Haus, sagt Adam. Wir haben es gestern mit Möbeln eingerichtet. Der Markler ist unterwegs und kommt vor dem Wochenende nicht zurück. Du kannst also höchstens ein paar Tage da bleiben. Sollten allerdings die Nachbarn misstrauisch werden und die Polizei verständigen, darfst du unter keinen Umständen meinen Namen nennen, kapiert? Vielen Dank, sagt Caleb. Und er hat kein schlechtes Gewissen, dass ihn die Polizei wie geplant schon bald dort finden wird. Ein einfaches Dankeschön reicht doch nicht, Caleb. Du musst es mir versprechen. Bei der Rezession zurzeit ist die Lage ziemlich angespannt, okay? Wenn ich meinen Job verliere, ist auch das Haus futsch. Du übernachtest da und verschwindest dann wieder und wenn du was durcheinander bringst, behaupten wir, es wäre ein Einbrecher gewesen, okay? Und versprich mir, dass du niemandem wehtust. Versprochen, sagt er. Aber das ist gelogen, allerdings seinem höheren Wohl. Eines Tages wird Adam das verstehen. Beides. Ich möchte es später nicht bereuen, sagt Adam und nennt ihm die Adresse und legt auf. Caleb schaltet sein Handy aus. Dann lässt er den Wagen an und die Katzen springen auseinander. Stimmt das? fragt Katie. Lässt du meinen Vater wirklich laufen? Ja, sagt Caleb, während sie mit laufendem Motor am Straßenrand stehen. Pass auf, ich möchte, dass du die hier nimmst. Er greift in seine Tasche. Was ist das? Schlaftabletten. Ich will nicht schlafen. Du musst aber, sagt er. Denn ich möchte nicht, dass du mit deinem Dad redest, bevor das hier vorbei ist. Vorbei? Er nickt. Nimm sie und wenn du aufwachst, wirst du bei deinem Dad sein und alles ist gut, erklärt er. Und er hätte nicht gedacht, dass es ihm so schwerfällt zu lügen. Es schüttelt die Orangensafttüte, aus der Octavia vorhin getrunken hat. Es ist vielleicht noch ein Schluck drin. Katie spült damit die beiden Tabletten hinunter, dann gibt Caleb ihr eine dritte. Das müsste sie für etwa zwölf Stunden außer Gefecht setzen. Und nichts wird sie in der Zwischenzeit aufwecken. Auf der Windschutzscheibe haben sich ein paar Regentropfen gesammelt, aber momentan regnet es nicht. Er fährt nach New Brighton hinein, einen Vorort am Strand, in dem er sich ganz gut auskennt. Mit Anfang 20 hat er hier mal gewohnt. Damals hat er auch Lara kennengelernt. Es war am Geburtstag seines Mitbewohners und Lara kam mit einer Freundin vorbei. Bei ihrer ersten Begegnung unterhielt sich Caleb ein paar Minuten mit ihr und vergaß sie dann wieder, bis sie ihm eine Woche später im Kino erneut über den Weg lief. Diesmal unterhielten sie sich ausführlicher und er fragte sich, was sie nur an sich hatte, dass sie beim ersten Mal entgangen war. Er kam nie dahinter. Zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten, wohnten sie in dem hübschen Häuschen, das ihm inzwischen nicht mehr gehört. Er fährt mit heruntergelassenem Fenster und kann die salzige Meeresluft riechen. Für einen kurzen Moment wird der Regen stärker und trommelt plötzlich heftig auf das Wagenblech. Doch genauso schnell hört er auch wieder auf. Caleb schafft es nicht mal rechtzeitig, den Knopf zum Schließen des Fensters zu drücken. Sein rechter Arm ist nass. Er kann hören, wie sich die Wellen an der Küste brechen. Er war lange nicht mehr am Strand. Er fährt parallel zu den Dünen. Ein Teil von ihm würde gerne anhalten, auf ihre Spitze klettern und von dort den Mond betrachten, der über dem Wasser schwebt, bevor er hinter den Wolken verschwindet. Doch er fährt weiter. Er biegt nach rechts und einen halben Block später erreicht er das Haus, von dem Adam ihm erzählt hat. Mitten in den Vorgarten wurde ein Schild des Maklerbüros geschlagen. Besichtigung Samstag, 13 Uhr bis 13 Uhr 30. Darüber prangt das Bild eines grinsenden Mannes, der versucht, so zu wirken, als wäre er dein bester Freund. Katie ist inzwischen eingeschlafen. Ihr Kinn liegt auf ihrer Brust. Caleb öffnet den Kofferraum, hieft Stanton heraus und lässt ihn zu Boden gleiten. Dann beugt er sich zu ihm hinunter, legt sich einen seiner Arme um den Hals, richtet sich wieder auf und schleppt ihn zum Haus. Er kann ihn kaum halten, so sehr schmerzen seine Gelenke. Trotzdem schafft er es, so wie er im Lauf der Jahre auch alles andere geschafft hat. Doch diesmal fällt es ihm leichter, denn er weiß, dass er den Schmerz nicht mehr lange ertragen muss. Stanton ist halb bei Bewusstsein und macht sogar ein paar Schritte selbst. Caleb setzt ihn auf der Treppe zur Veranda ab und versucht, die Tür zu öffnen. Sie ist erschlossen. Er schiebt die Klinge seines Messers unter das Badezimmerfenster und stemmt es nach oben, bis der Riegel aus dem Holz gleitet. Dann klettert er hinein und bahnt sich seinen Weg zur Hintertür, durch die er Stanton ins Haus zerrt. Auf dem neuen, flauschigen Teppich lässt er sich nur schwer vorwärts ziehen. Er bringt ihn in das Schlafzimmer, das am weitesten von der Straße entfernt ist. Dort fesselt er den Arzt mit einem Kabelbinder an den Füßen und lässt ihn auf dem Boden liegen. Für einen kurzen Moment schaltet er die Badezimmerbeleuchtung ein, um sich zu vergewissern, dass es im Haus auch Strom gibt. In dem Lichtschein, der in den Flur und zwei angrenzende Zimmer fällt, kann er erkennen, dass die Möbel hier der letzte Schrei sind und an den Wänden hübsche Drucke hängen. Alle Gegenstände sind an ihrem Platz und lassen dieses unbewohnte Haus wie ein trautes Heim wirken. Eine Illusion, durch die der Besitzer beim Verkauf einen höheren Preis erzielt. Caleb bringt Katie ebenfalls ins Schlafzimmer, schlägt die Musterdecken zurück, legt sie in das Musterbett und schiebt ihr ein Musterkissen unter ihr süßes Köpfchen, deckt sie zu. Im Wohnzimmer steht ein hübscher LCD-Fernseher. Caleb trägt ihn in ein zweites Schlafzimmer, weil er fürchtet, das Flimmern im Wohnzimmer könnte die Nachbarn alarmieren. Es ist schon erstaunlich, wie leicht Fernseher geworden sind, seit er zuletzt einen besessen hat und wie flach. Er schaut sich die Nachrichten an. Es wird ein Bild von ihm eingeblendet, das aufgenommen wurde, als man ihn vor 15 Jahren wegen Mordes verurteilt hat. Dann erscheint ein Foto von ihm und Lara mit Jessica in der Mitte. Sie war damals sechs. Sie beide waren mit Jessica zu einer Kostümparty bei einer ihrer Freundinnen gefahren. Lara hatte in der Woche davor ein Kostüm für sie genäht, denn jedes Mal, wenn Jessica nach Hause kam, hatte sie gesagt, sie wolle sich als Maus verkleiden. Heimlich hatte Lara am Kostüm gewerkelt und Jessica versprochen, es werde am Tag der Party fertig sein. Und so war es dann auch. Es sah toll aus mit dem Schwänzchen und den runden Ohren, alles aus dem grauen Laken, das Lara extra dafür gekauft hatte. Bei seinem Anblick fragte Jessica, was es darstellen solle. Eine Maus, erklärten sie ihr. Doch Jessica war enttäuscht. Es sieht überhaupt nicht aus wie eine Computermaus, hatte sie gesagt und es wurde klar, wo das Problem lag. Sie fing an zu weinen, doch nachdem sie ihr gut zugeredet hatten, war sie bereit, das Kostüm doch noch zu tragen. Und nach einer Portion Eis konnte sie für den Fotografen auch wieder lächeln. Später am Abend, als Jessica bereits schlief, hatten Caleb und Lara auf der Veranda eine Flasche Wein getrunken und über das Missverständnis gelacht. Das Foto verschwindet und wird durch eines von James Whitby ersetzt, dann folgen weitere von den Menschen, die er in den letzten vier Tagen getötet hat und schließlich sein Polizeifoto, neben einer aktuellen Abbildung von ihm. Dieser Mann hat viel erlebt. Die Reporterin, die über den Fall berichtet, steht vor dem Polizeirevier. Die Fassade ist beleuchtet und die Wände sind schmutzig von den Auspuffabgasen der vorbeifahrenden Autos, von der Vogelscheiße und wahrscheinlich von dem ganzen Schwachsinn der Reporter, die so dicht davor stehen. Seitlich von der Kamera regt sich etwas. Es sind noch weitere Medienvertreter vor Ort. Für sie ist heute wahrscheinlich ein guter Tag. Aus wohl informierten Quellen hat die Reporterin erfahren, dass die Polizei Mrs. Whitby und Richter Latham bewacht, sowie weitere Personen, die vor 15 Jahren mit dem Fall zu tun hatten. Außerdem fährt sie fort, werden Dr. Stanton und seinen zwei jüngsten Töchter immer noch gefangen gehalten. Melanie Stanton sei vor kurzem gefunden worden und werde jetzt ärztlich untersucht. Als der Moderator im Studio sie fragte, ob Melanie Stanton sexuell missbraucht worden sei, erklärt die Reporterin, die Polizei können dazu noch keine Angaben machen. Caleb wirft die Fernbedienung Richtung Fernseher. Seine Zielgenauigkeit lässt zu wünschen übrig und das Gerät kracht an die Wand, wobei die Abdeckung des Batteriefachs abspringt und die Batterien in verschiedene Richtungen davonfliegen. Der Fernseher läuft immer noch, also reißt er das Stromkabel aus der Wand. Was ist nur mit den Leuten los? Er geht zurück ins andere Schlafzimmer, wo Stanton sich aufgesetzt hat und ihn mit weit aufgerissenen Augen anstarrt. Mit einem Ruck reißt Caleb ihm das Klebeband vom Mund. Der Arzt zuckt nicht einmal. Wo, wo ist Octavia? fragt er. Und seine Stimme klingt wie die einer Zeichentrick-Maus, die eine Zeichentrick-Katze darum bittet, sie nicht aufzufressen. Ich habe sie gehen lassen, sagt Caleb. Wo ist sie? Ich habe sie bei einer Freundin gelassen. Geht es sie gut? fragt Stanton mit zittriger Stimme. Caleb zuckt die Achseln. Ich schätze, das hängt davon ab, was du unter gut verstehst. Stanton fängt an zu husten und schluckt dann deutlich über. Es klingt, als wäre er außer Atem, als er weiterspricht. Was soll das heißen? Es heißt, dass sie jetzt ihren Frieden hat. Stanton schüttelt langsam den Kopf. Hast du, hast du mir was angetan? Caleb zuckt mit den Schultern. Nicht, dass ich wüsste. Antworte mir, sagt der Arzt ruhig und dann lauter. Antworte mir, du Stück Scheiße! Hör zu, Doktor. Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe, aber ich habe mich gebessert, sagt Caleb, während er die Handfläche in seiner Hände nach oben dreht und leicht die Schultern hebt. Ich bin ein guter Mensch und möchte wieder ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden. Verschreib mir ein paar Pillen, die ich regelmäßig nehmen muss und eine halbe Stunde Therapie die Woche und ich werde schon wieder. Das muss ich doch sagen, damit du mir verzeihst, oder? Mensch, so läuft das nicht. Scheiße, so läuft das einfach nicht, Caleb. Das ist harte Arbeit. Wir versuchen unser Bestes, um diese Menschen zu therapieren. Caleb ignoriert ihn einfach. Es war nicht meine Schuld. Das liegt an meiner Erziehung. Ich kann nicht anders. Verschreib mir ein paar Antidepressive und mir geht's wieder gut. Siehst du? Du glaubst mir, oder? Und James Whitby hast du ebenfalls geglaubt? Hättest du ihm auch geglaubt, wenn es deine Tochter gewesen wäre, die er erst gefickt hat und dann töten wollte? Lass mich überlegen. Ich habe eine deiner Töchter getötet, vielleicht auch zwei. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Du hast, weil ich psychische Probleme habe und leicht durcheinander komme. Wirst du dich für mich einsetzen, Doktor? Wenn ich mich stelle, trittst du dann in den Zeugenstand und erzählst, mit allen es sei nicht meine Schuld gewesen? Er greift in seine Tasche und zieht sein Handy heraus. Du setzt dich gerne für andere Menschen ein, nicht wahr? Solange es nicht deine Familie ist, der sie etwas angetan haben. Ist es das? Ist es das, worum es hier geht? Willst du, dass ich in den Zeugenstand trete und dich verteidige, um zu beweisen, dass ich ein Heuchler bin? Weil du glaubst, ich würde anders urteilen, wenn es um meine Familie geht? Ist es denn nicht so? Nein, natürlich nicht. Naja, ist sowieso egal, denn das will ich gar nicht. Du wirst nicht die Situation von vor 17 Jahren nachspielen, Stanton, sondern das durchmachen, was ich vor 15 Jahren erleben musste. Bitte, bitte tu meiner Familie nicht weh, schreit Stanton. Als du ihn entlassen hast, warum hast du ihn da nicht in einem Haus in deiner Straße unterbringen lassen? Bitte, bitte tu niemandem weh. Tja, es ist schon spät, sagt Caleb und spielt an seinem Telefon herum. Ich bin müde und wenn ich mich nicht genug ausruhe, reicht morgen meine Kraft nicht mehr, um mich um deine Tochter zu kümmern. Siehst du das hier? sagt er und hält das Handy in die Höhe. Seit ich in den Bau gewandert bin, haben sich die Kameras völlig verändert. Das letzte Mal, als ich Fotos gemacht habe, musste ich den Film zum Entwickeln in einen Laden bringen. Man musste eine Entscheidung treffen, bevor man auf den Auslöser drückte, denn jeder Schnappschuss kostete Geld. Inzwischen haben alle Handys eine eingebaute Kamera und jeder ist ein Fotograf. Die Kamera hat unzählige Funktionen, aber egal, wie man ein totes Baby auch fotografiert, es sieht immer aus wie ein totes Baby. Caleb zeigt ihm das Display, sodass er es sehen kann. Sein schwacher Schein fällt in Stantons Richtung. »Schau's dir an«, sagt Caleb, packt Stanton am Haar und reißt seinen Kopf herum, bis sein Gesicht auf das Display gerichtet ist. Das Bild zeigt Octavia, wie sie mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache liegt und neben ihr ein blutverschmiertes Messer. »Du hast sie erstochen?« »Ging ganz schnell«, antwortet er. »Und ich habe ihr vorher ein Beruhigungsmittel gegeben.« Er lässt das Handy in seine Tasche gleiten und klebt Stanton das Klebeband wieder auf den Mund. »Ich denke, du solltest dich jetzt erst mal richtig ausschlafen. Morgen wird ein wichtiger Tag für dich. Morgen wirst du mich davon überzeugen, dass ich Katie nicht umbringe, denn ich mag sie und du magst sie auch. Es ist nicht zu übersehen, dass sie deine Lieblingstochter ist, denn sie hast du nicht genannt, als du dich für eine von ihnen entscheiden musstest. Weißt du, Stanton, das alles hier ist nur das Vorspiel. Das Beste«, sagt er, »Das Beste kommt noch.« Tabitha Jenkins' Handgelenke sind auf dem Rücken zusammengebunden, ihre Füße sind gefesselt und sie hat Klebeband auf dem Mund. Ihre Augen sind geschlossen. Wenn nicht das leichte Heben und Senken ihres Brustkorbs wäre, könnte man sie für tot halten. Auf dem Boden neben dem Bett liegt ein Baby, das wie Octavia aussieht. Allerdings sehen für mich alle Einjährigen gleich aus. Es sei denn, es ist meine eigene Tochter. Die Kleine ist auf einen Kindersitz geschnallt. Sie hat die Augen weit aufgerissen und starrt mich mit einem ziemlich verwirrten Gesichtsausdruck an. Die Vorderseite ihres Strumpelanzugs ist voller Tomatensauce. Ich halte das Messer jetzt nicht mehr seitlich neben mich, sondern nach vorn ausgestreckt. Mein Herz rast und ich möchte in das Zimmer stürmen, Octavia hochheben und vor Begeisterung laut aufschreien. Doch ich unterdrücke mein Verlangen, bewahre Ruhe und bewege mich langsam hinein, schaue nach links und nach rechts, während ich damit rechne, dass wie vorhin plötzlich Caleb erscheint. Aber das tut er nicht. Und als ich bei Octavia bin, gehe ich neben ihr die Hocke und schenke ihr ein breites Lächeln. Hallo, Octavia, sage ich. Mein Name ist Theo. Hallo, 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 sagt sie und erwidert mein Lächeln. Ist sonst noch jemand hier? Frage ich sie, obwohl mir klar ist, dass ich von dem Sitz, auf dem sie festgeschnallt ist, wahrscheinlich mehr Informationen bekomme als von ihr. Ladel, ladel, sagt sie, verzieht das Gesicht und läuft rot an, bevor sie sich wieder entspannt und einen Gestank absondert, der mir die Tränen in die Augen treibt. Mein Gott, sage ich und trete zurück. Dann rüttle ich Tabitha an der Schulter, worauf sie sich leicht bewegt. Ich schneide ihr die Fesseln durch und entferne das Klebeband von ihrem Mund. Dann gehe ich zurück durchs Haus, überprüfe erneut die Zimmer und den Flur, das Wohnzimmer und den Weg, den ich reingekommen bin, vorbei an der Tomatensauce auf dem Boden. Jetzt verstehe ich auch, weshalb sie dort ist. Caleb hat so getan, als hätte Octavia getötet. Ich vergewissere mich, dass die Türen abgeschlossen sind und verriegle sie. Als ich überzeugt bin, dass sonst niemand mehr im Haus ist, gehe ich zurück ins Schlafzimmer und hebe Tabitha hoch. Sie ist schwerer, als ich es von so einer schlanken Person vermutet hätte, aber vielleicht bin ich auch nur schwächer, als ich dachte. Auf dem Weg zum Badezimmer beginnt mein von den Hundebissen lädiertes Bein zu schmerzen und während ich Tabitha in der Dusche absetze, ist mein Rücken kurz davor, einen Bandscheibenvorfall zu erleiden. Ihre Augen öffnen sich noch ein Stückchen weiter und als ich den Wasserhahn aufdrehe, zuckt sie zusammen. Nach zehn Sekunden wird das Wasser warm. Ich trete zurück, damit ich nicht nass werde. Tabithas Haare kleben ihr im Gesicht, die Klamotten haften an ihrer Haut und sie hat den Blick zu Boden gerichtet. Langsam hebt sie den Kopf und hält sich die Hände vors Gesicht. Ich bin wach, sagt sie, obwohl sie nicht so klingt. Tabitha, mein Name ist Detective Inspector Theodore Tate, sage ich laut, damit sie mich trotz des plätschernden Wassers hört. Können Sie mich verstehen? Mich verstehen, wiederholt sie, während das Wasser von ihrem Gesicht spritzt. Tabitha, wo ist Caleb? Caleb, sagt sie, ist kein schlechter Mensch. Wann war Caleb hier? Er tut nur schlimme Dinge, sagt sie und blinzelt heftig. Tabitha, wann war er hier? Weiß nicht. Kommt er wieder zurück? Weiß nicht, sagt sie und sieht mich zum ersten Mal richtig an. Wer sind Sie, ein Cop? Ja, mein Name ist Theodore Tate. Es war ein Unfall, sagt sie. Ich wollte das nicht. Sie lehnt sich mit dem Kopf gegen die Wand an der Dusche und schirmt mit den Händen ihre Augen gegen das Wasser ab. Dann legt sie die Arme um die Beine und stützt ihr Kinn auf die Knie. Tabitha, sage ich, und sie schaut zu mir auf. Kommt Caleb wieder zurück? Wissen Sie, wo er ist? Nein, sagt sie und starrt auf ihre Füße. Darüber hat er nichts gesagt. Ich trete in den Flur und während ich nach Octavia schaue, überlege ich wegen des Gestanks, sein Fenster zu öffnen, aber ich möchte Caleb keine Einstiegsmöglichkeit bieten, auch wenn ich nicht glaube, dass er nochmal zurückkommt. Octavia ist wohl auf und hat offensichtlich genauso viel Freude an dem Gestank wie am Betrachten ihrer Finger. Ich nehme mein Handy und rufe Schroder an. Ich habe Octavia Stanton gefunden, sage ich. Du hast was? Wo? In Tabitha Jenkins' Haus. Was? Du? Was? Was hast du da zu suchen? Geht es dem Mädchen gut? Und was ist mit den anderen? Was ist mit Cole? Ich bringe ihn auf den neuesten Stand und erkläre, dass ich mit Tabitha reden will für den Fall, dass Caleb sich ihr anvertraut hat. Den wahren Grund nenne ich ihm nicht. Und Schroder glaubt mir. Es war ein glücklicher Zufall, sage ich nichts weiter. Du hast ein besonderes Talent für glückliche Zufälle, Theo. Klasse, dass du sie gefunden hast, ehrlich, sagte er und mich beschleicht das Gefühl, dass er den Kopf schüttelt oder nickt oder eine Faust zur Siegergeste ballt. Zwei der Mädchen sind unverletzt, sagt er. Wir schaffen das. Wir werden diesen Burschen schnappen und alle befreien. Ich spüre es. Ich schicke dir sofort Verstärkung. Halt, sage ich. Keine Verstärkung. Was? Bring nur ein paar Leute in Zivil mit, sage ich. Und einen Sanitäter, damit er Tabitha untersucht. Sie wurde betäubt. Sie weiß nicht, ob Cole nochmal zurückkommt. Falls ja, können wir ihm im Haus auflauern. Falls nicht, ist er schon über alle Berge. Es hat also keinen Sinn, alle verfügbaren Beamten herzuschicken. Gute Idee. Bald gehörst du garantiert wieder zum Team, Tate. Tolle Arbeit, wirklich, tolle Arbeit. Okay, wir sind in ein paar Minuten bei dir. Ich lege auf. Tabitha hat das Wasser inzwischen abgestellt. Sie rappelt sich hoch und lehnt sich gegen die Wand der Dusche. Sie haben gesagt, Sie sind Polizist, fragt sie. Ich reiche ihr ein Handtuch und zeige ihr meine Marke. Ohne sie anzusehen, vergräbt sie ihr Gesicht im Handtuch. Ich suche nach Cole, erkläre ich ihr. Was? fragt sie und nimmt das Handtuch herunter. Caleb Cole, ich suche nach ihm. Ein Moment bitte, sagt sie. Ich lasse sie im Badezimmer allein und gehe in die Küche. Ich setze Wasser auf, schalte den Kocher, kurz bevor der Siedepunkt erreicht ist, wieder aus und mache einen starken Kaffee. Der gefüllte Becher steht bereits auf einem Untersetzer auf dem Couchtisch, als Tabitha das Wohnzimmer betritt. Sie hat sich abgetrocknet und frische Sachen angezogen, eine Jeans und eine Fleecejacke, in deren Taschen sie ihre Hände tief vergraben hat. Trinken Sie, sage ich und reiche ihr den Kaffee. Er ist nicht besonders heiß. Tabitha trinkt die Hälfte in einem Zug aus. Dann gibt sie mir den Becher zurück. Ist schlecht, sagt sie, rennt in die Küche und übergibt sich in die Spüle. Sie dreht den Wasserhahn so stark auf, dass sie das Wasser entgegenspritzt. Dann säubert sie die Spüle, dreht den Hahn wieder ein wenig zu und hält das Gesicht darunter. Sie nimmt einen Schluck Wasser und spuckt es wieder aus, dann noch einen und noch einen. Als sie fertig ist, wendet sie sich um und lehnt sich gegen die Spüle. Die Vorderseite ihrer Fleecejacke ist mit Wassertropfen übersät. Das war bestimmt die schlimmste Reaktion auf einen Kaffee von mir, die ich je erlebt habe, sage ich. Sie lächelt. Ich hasse Kaffee, ich bin Teetrinkerin, ich erwidere ihr Lächeln. Sind Sie okay? Wollen Sie sich nicht setzen? Mir geht's gut, sagt sie. Mir ist nur etwas schwindelig. Wann ist Caleb Cole aufgebrochen? Sie nimmt ein Geschirrtuch und wischt sich damit übers Gesicht. Dabei schiebt sie ihre Haare hinters Ohr, sodass man auf ihrer braun gebrannten Haut eine blasse Narbe erkennen kann. Wie spät ist es jetzt? fragt sie. Halb elf. Vor einer Stunde. Hat er ihnen gesagt, wo er hinfährt? Sie knüllt das Geschirrtuch zusammen und wirft es in die Spüle. Nein. Kommt er zurück? Nein. Ich stelle den halbleeren Kaffeebecher auf der Arbeitsplatte ab. Hören Sie, ich muss Ihnen was sagen, bevor die Kollegen hier auftauchen. Mit dem veränderten Tonfall meiner Stimme ändert sich auch ihr Gesichtsausdruck. Was denn? Ich weiß, von Victoria Brown. Was? Ich weiß, dass Sie diejenige waren, die sie verletzt hat. Oh mein Gott, sagt sie und senkt den Blick. Hören Sie, erkläre ich und lege ihr die Hand auf den Unterarm. Davon muss niemand sonst etwas erfahren. Alles wird gut, aber Sie müssen mir vertrauen. Ich will Caleb Cole stellen, bevor er noch mehr Leuten etwas antut. Das ist alles. Ich wollte sie nicht so schlimm verletzen. Eigentlich wollte ich sie überhaupt nicht verletzen. Ich kam aus der Kabine und da stand sie plötzlich vor mir. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Ist schon in Ordnung, sage ich. Alles wird gut. Es ist einfach passiert, sagt sie und greift erneut nach dem Geschirrtuch, um sich damit die Augen abzutupfen. Ich bin einfach abgehauen. Ich habe sie dort liegen lassen und bin abgehauen. Wenn ich Hilfe geholt hätte, hätten die Ärzte vielleicht mehr für sie tun können. Ich weiß, dass sie deswegen ein schlechtes Gewissen haben, sage ich, und ich bin froh darüber, denn das heißt, dass sie ein guter Mensch sind. Sollte allerdings die Polizei dahinter kommen, könnte das ihr Leben zerstören. Das hat Caleb auch gemeint, sagt sie, als ich ihn im Gefängnis besucht habe. Und er hatte Recht. Tabitha, warum ist Caleb hierher gekommen? Warum hatte sie gefesselt und warum hatte Octavia hier gelassen? Hat er sie verletzt? Bevor sie eine meiner Fragen beantworten kann, klopft es leise an der Hintertür. Sie haben Caleb von Victoria Brown erzählt, als sie ihn im Knast besuchten, erkläre ich. Oh, sagt sie, behalten sie die Sache für sich, sonst landen sie im Gefängnis, füge ich hinzu, dann öffne ich die Tür und lasse Schroder und die anderen herein. Er hat ein Handy am Ohr und macht eine erstaunte Miene. Er kommt herein, nickt ein paar Mal, sagt ein paar Mal okay und legt dann auf. Oh Mann, sagt er, du wirst es nicht glauben. Aber man hat mir gerade den Fall entzogen. Ich bin suspendiert. Der Sanitäter untersucht Tabitha eingehend und gibt dann Entwarnung. Er rät ihr zur Beobachtung ins Krankenhaus zu fahren, doch sie will nicht. Warum auch, ich bin ja nur der Fachmann, sagt der Sanitäter, geht ins Wohnzimmer und setzt sich. Er legt die Füße auf den Couchtisch, zückt sein Handy und fängt an, damit herumzuspielen. Ich hocke mit Schroder im Wohnzimmer vor dem laufenden Fernseher, während Tabitha im Schlafzimmer Octavias Windel wechselt. Detective Hutton und Detective Kent sind ebenfalls da, sowie zwei weitere Beamte, von denen mich einer nach dem Mord an Herbert Poole als erster am Tatort angesprochen hat. Den anderen habe ich noch nie gesehen. Die vier sind in der Küche. An verschiedenen Stellen des Viertels, in einem Radius von vier Blocks um Tabitha Jenkins' Haus herum, befinden sich Zivilfahrzeuge mit weiteren Officers. Über den Fernsehschirm flimmern Aufnahmen von den Lakeview Homes. Sie sind verwackelt, aber scharf und stammen entweder von einem der Bewohner oder von einem Angehörigen. Die Aufnahmen zeigen zunächst ein Fensterbrett und einen Vorhang. Dann stellt die Kamera auf das Geschehen hinter der Fensterscheibe scharf, auf das erste der eintreffenden Großraumtaxis. Es kommt zum Stehen, die Türen werden aufgeschoben und ein Detective nach dem anderen steigt aus. Es ist, als würde man Clowns im Zirkus dabei zusehen, wie sie aus einem winzigen Wagen klettern, nur dass diese Clowns betrunken sind und als erstes in die Felder rennen, um die Bäume zu bewässern, bevor sie herauszufinden versuchen, wer den Zirkusdirektor getötet hat. Ich sehe zu Schroder, der mit ausdrucklosem Gesicht zuschaut, wie mein Wagen hinter dem ersten Großraumtaxi anhält und wir beide aussteigen. Er verschwindet, um zu pinkeln, während ich zum Tatort mit der Leiche gehe. Die Kamera folgt keinem von uns beiden, sondern wird nun auf das nächste Großraumtaxi mit weiteren Zirkusartisten gerichtet. Dann folgen mehrere Nahaufnahmen von einigen Detektives, mit denen ich während der letzten 24 Stunden zusammengearbeitet habe, darunter eine von Detective Kent, die sich die ganze Zeit in der Nähe des Großraumtaxis aufhält. Schroder schaltet den Fernseher aus und stützt seinen Kopf in die Hände. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sage ich. Aber das stimmt natürlich nicht, es wird richtig schlimm werden. Dafür werden die Medien schon sorgen. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich, beginne ich, aber eigentlich weiß ich nicht, was ich sagen soll. Was könnte ich sagen? Ich mache eine kurze Pause, dann stelle ich die Frage, die ich die letzten paar Minuten unterdrückt habe. Mann, hat dich suspendiert? Er zuckt die Achsel und schaut zu mir herüber. Wenn es nur das wäre, sagt er. Nach diesem Bericht kann ich mir nicht vorstellen, dass ich meinen Job behalten werde. Das vorhin am Telefon war Stevens. Er meinte, ihm bleibe nichts anderes übrig, als mich zu suspendieren. Das weitere Vorgehen läge nicht in seiner Hand, aber einer müsse eben daran glauben, nicht wahr? Und das sei nun mal ich. Tut mir leid, sage ich. Also das muss es nicht. Du hast mir gleich gesagt, dass ich Scheiße baue, aber ich wollte einfach nicht hören. Was hast du jetzt vor? Was hast du von Tabitha in Erfahrung gebracht? Karl. Was soll ich denn tun? Nach Hause gehen und die Beine hochlegen? Ja. Vielleicht hast du recht und morgen wissen wir es dann genau, aber im Moment haben wir ein Mädchen und seinen Vater, die vermisst werden und nicht den geringsten Schimmer, wo sie sind. Morgen? Ja, morgen ist ein neuer Tag, oder? Weißt du noch, heute Morgen in der Leichenhalle? Weißt du noch, wie ich gesagt habe, es wäre vielleicht an der Zeit, sich nach etwas Neuem umzuschauen? Hey, vielleicht ist das hier nur zu meinem Besten. Er hebt sich und geht an mir vorbei. Ich folge ihm ins Schlafzimmer, wo Tabitha inzwischen die Windel gewechselt hat. Cole hatte die Tüte mit den Windeln dagelassen. Erzählen Sie uns, was letzte Nacht passiert ist, sagt Schroder. Sie gibt Octavia einen kleinen Teddybär und die kleine wirft ihn fort und krabbelt hinterher. Tabitha setzt sich auf die Bettkante und fängt an zu erzählen. Währenddessen hebt Octavia den Bären auf, bringt ihn zurück und gibt ihn Tabitha. Diese drückt ihn ihr erneut in die Hand, worauf Octavia ihn abermals fortwirft und hinterher krabbelt. Tabitha erzählt, sie habe gerade ein Buch gelesen, als es an der Tür klopfte. Sie öffnete und es war Caleb Cole. Er benötigte für ein, zwei Tage einen Unterschlupf, doch sie habe ihm erklärt, dass er nicht bei ihr bleiben könne. Hat er gesagt, warum er Sie um Hilfe gebeten hat? fragt Schroder. Ich schätze, er ist verzweifelt und er dachte, dass Tabitha auf seiner Seite ist, sage ich schnell. Tabitha mustert mich eingehend. Wir beide wissen, dass Cole bei ihr aufgekreuzt ist, weil sie Victoria Brown verletzt hat. Schroder bemerkt, dass sie mich anschaut und wirft mir einen ähnlichen Blick zu. Ich habe ihn aufgefordert, die Mädchen und ihren Dad bei mir zu lassen, aber das wollte er nicht, sagt Tabitha und zieht die Aufmerksamkeit wieder auf sich. Sie spricht selbstbewusst, ohne zu stocken oder sich zu korrigieren. Er hat mich gefragt, ob ich die Polizei verständigen würde und ich sagte ja. Am Ende haben wir einen Deal gemacht. Er meinte, er würde eines der Kinder bei mir lassen, wenn ich ein paar Schlaftabletten nehme. Er wusste, dass meine Freundin morgen nach Hause kommt. Ich bin auf das Angebot eingegangen. Andernfalls wäre er mit beiden Kindern wieder abgezogen. Sie haben ihn im Gefängnis besucht, sagt Schroder. Ein einziges Mal. Warum? Sie scheint überrascht und ich bin es ebenfalls. Irgendwann im Laufe der letzten paar Stunden muss Schroder Coles Besuchsprotokolle überprüft haben. Warum? Schwer zu erklären, sagt sie. Naja, und dann gerät sie ins Stocken und ihre ungezwungene Art zu reden wird etwas weniger ungezwungen. Er hat mir leid getan, keine Frage. Er hat den Mann getötet, der mir wehgetan hat und ich. Sie zögert und bestätigt so ihre Äußerung, dass es schwer zu erklären ist. Haben Sie sich bei ihm bedankt? fragt Schroder. Nein, eigentlich nicht, sagt sie und schüttelt den Kopf. Schroder mustert sie misstrauisch und sie fährt fort. Schön, okay. Vielleicht habe ich mich bei ihm bedankt. Er hat mehr gelitten, als Sie sich vorstellen können, sagt sie. Erzählen Sie uns, was er mit Dr. Stanton vorhat, sage ich. Hat er viel von ihm geredet? Sie hält inne und lässt die Augen umherwandern und dann fällt ihr etwas ein. Ich schaue zu Schroder, er erwidert meinen Blick und wir beide warten. Sie braucht ein paar Sekunden, aber dann spricht sie es aus. Es ist merkwürdig, sagt sie, aber er meinte, er habe nicht vor, Dr. Stanton zu töten. Ich trete näher, Schroder ebenfalls. Octavia hebt den Teddy auf, wirft ihn ein Stück weiter fort und krabbelt wieder hinterher. Warum finden Sie das merkwürdig? frage ich. Langsam fängt sie an zu nicken. Er sagte, er werde ihn laufen lassen. Er hat versprochen, dass er keinem von ihnen wehtun wird. Hat er gesagt, was er damit meint? fragt Schroder. Sie schüttelt den Kopf. Aber ich glaube ihm, er hat keinen Grund zu lügen. Ich meine, warum sollte er? Außerdem hat er das Versprechen gehalten, das er mir heute Abend gegeben hat. Schroder schüttelt jetzt ebenfalls den Kopf. Das ergibt keinen Sinn. Ich fange an zu nicken. Und jetzt bewegen wir alle unsere Köpfe, allerdings nicht synchron und unterschiedlich schnell. Sehe ich genauso. Es ist völlig ausgeschlossen, dass er Stanton laufen lässt. Doch, das wird er, sagt sie. Sie ist tatsächlich davon überzeugt und nickt nachdrücklich. Und er hat noch etwas gesagt. Er will, dass sich Dr. Stanton für eine Weile in ihn hineinversetzt. Darum tut er so, als würde er seine Kinder umbringen, sage ich. Aber wenn er ihn gehen lässt, sagt Schroder, wird Stanton erfahren, dass er gelogen hat. Das ergibt alles keinen Sinn. Es erfordert einen ungeheuren Aufwand, dem Doktor für ein paar Stunden weiß zu machen, seine Kinder seien tot. Bis eben ergab das alles noch Sinn, weil wir glaubten, dass Cole Stanton das alles antut, um ihn anschließend zu töten. Aber wenn er ihn am Ende laufen lässt, Schroder hat recht. Das passt nicht zusammen. Ich merke, dass ich immer noch den Kopf schüttle, Schroder ebenfalls. Er wird ihn gehen lassen, sagt Tabitha, und sie sagt es so ruhig und bestimmt, dass man sich kaum vorstellen kann, sie könnte sich irren. Und was dann? fragt Schroder. Dann also? Ich schätze, dann wird er sich umbringen. Ich schaue zu Schroder und er erwidert meinen Blick. Das hat er Ihnen erzählt? frage ich. Er hat gesagt, dass das Einzige, wofür er noch lebt, Gerechtigkeit ist und dass, wenn er die erreicht hat, nichts mehr übrig ist. Als ich ihn daraufhin gefragt habe, ob er sich umbringen will, hat er das verneint. Aber er hat auch gesagt, dass er nicht wieder ins Gefängnis geht. Sie haben ihm nicht geglaubt, sage ich und bereite für Schroder die nächste Frage vor. Nein, ich wusste, dass er lügt. Was macht sie dann so sicher, dass er bei allem anderen die Wahrheit gesagt hat? fragt Schroder. Sie betrachtet erneut ihre Hände. Ich wusste es einfach, sagt sie. Weil sie irgendwann mal zwei Stunden mit ihm verbracht haben, hakt Schroder nach. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sonst noch erzählen kann, sagt sie frustriert. Wir gehen zurück in den Flur und Tabitha beschäftigt sich wieder mit Octavia. Detective Kent kommt zu uns herüber. Irgendwas Brauchbares? fragt sie. Nicht viel, sagt Schroder und bringt sie auf den neuesten Stand. Was denkt ihr, frage ich. Will er wirklich sterben? Kent zuckt die Achseln. Würde mich nicht wundern. Keine Ahnung, sagt Schroder. Rufen wir doch Barlow an und hören, was er dazu zu sagen hat. Ich lehne mich gegen die eine Flurwand und Schroder gegen die andere und plötzlich merke ich, dass ich die letzten beiden Tage kaum geschlafen habe. Am liebsten würde ich es einfach auf den Boden sinken und die Augen schließen. Beim dritten Klingeln hebt Barlow ab. Er ist immer noch auf der Wache und redet mit Melanie und ihrer Mutter, versucht ihre Beziehung zu kitten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie das noch möglich sein soll. Detectives, sagt er, vorab erst mal Gratulation, dass Sie das Mädchen befreit haben. Es ist noch nicht vorbei, erkläre ich. Ich weiß, aber man muss sich über einen Erfolg auch freuen. Ich feiere lieber, wenn, ja, ja, natürlich, wenn Sie alle wohlbehalten zurückhaben. Trotzdem sollten Sie stolz auf das sein, was Sie geleistet haben, Theo. Sie haben ein weiteres Mädchen befreit. Das sollte Sie ermutigen. Sie sollten sich von solchen Erlebnissen leiten lassen und nicht so sehr von den schrecklichen Dingen. Wir bringen Barlow auf den aktuellen Stand. Er hört sich alles kommentarlos an. Das ergibt durchaus Sinn, sagt er. Was auch immer er vorhat, ihm ist offensichtlich klar, dass ihm, wenn er das hier beendet hat, nichts mehr bleibt, wofür es sich noch zu leben lohnt. Ich habe nachgedacht über das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass wir die Medien gezielt gegen ihn einsetzen könnten. Falls Sie noch nicht darüber berichtet haben, dass Sie Octavia gefunden haben, können wir uns das irgendwie zunutze machen. Sobald ich diese Briefe gelesen habe, weiß ich bestimmt mehr. Könnten wir nicht eine Geschichte erfinden, um ihn hierher zu locken, fragt Kent. Genau an sowas habe ich gedacht, sagt Barlow. Ich weiß allerdings noch nicht, was wir ihm erzählen könnten. Ich habe da vielleicht eine Idee, sage ich. Wir wissen doch, dass er den Kindern nichts tun will, richtig? Schroder nickt jetzt noch schneller. Kent und ich ebenfalls. Wir sollten eine Masseurin engagieren, die uns begleitet. Morgen wird uns allen der Nacken wehtun. Ja, ja, genau, sagt Barlow. Und ich sehe ihn vor mir, wie er mit dem Daumen und dem Zeigefinger über sein Kinn streicht, während der Gedanken verloren mit der anderen Hand seinen Ellbogen stützt. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ich denke, wenn Cole glaubt, Octavia sei in Gefahr, würde er entweder zu dem Haus zurückkehren oder die Polizei anrufen und ihr ihren Aufenthaltsort mitteilen. Wir lassen uns was einfallen, sage ich aufgeregt. Was könnte für das Mädchen eine Gefahr darstellen, fragt Barlow, eine andere Person? Detective Kent schüttelt den Kopf. Viel einfacher, sagt sie. Dazu brauchen wir Stevens Hilfe, aber ich denke, ich weiß, wie man die Sache angehen muss. Was eine Nacht oder höchstens zwei hätte dauern sollen, zieht sich jetzt womöglich über drei Nächte hin. Oder noch länger. Nach einer weiteren Dosis Tabletten schläft der Arzt jetzt wieder und Caleb beneidet ihn. Er wünscht, er könnte sich einfach hinlegen und ein Nickerchen machen. Obwohl er körperlich erschöpft ist, schwirren ihm tausend Gedanken durch den Kopf. Das alles hier wird ihm zu viel. Er könnte ebenfalls ein paar Tabletten nehmen, doch er muss einen klaren Kopf bewahren. Seine Finger schmerzen und von der ganzen Schlepperei tut seine linke Schulter höllisch weh. Er geht durchs Haus. Es kommt ihm nicht wie ein Zuhause vor, sondern wie ein Musterhaus. Es ist ein Jammer, dass der hübsche Kühlschrank in der frisch gestrichenen Küche nicht voller frischer Lebensmittel ist. Er weiß nicht warum, aber er muss daran denken, wie Octavia sich in seinen Armen angefühlt hat. Er mochte es, wie sie ihren Kopf auf seine Schulter gelegt hat, wie ihr Atem in seinen Haaren kitzelte. Keine Ahnung warum, aber er vermisst sie. Allerdings nicht ihren Gestank. Und er wäre noch schlimmer geworden. Es sei denn, er hätte sie gebadet. Er mochte es, wie sie ihn anschaute, mit Augen, die nicht urteilten. Seine Tochter hat ihn auch immer so angesehen. Er geht eine weitere Minute durch die Räume, bevor er sich wieder in das Schlafzimmer setzt, in dem er den Fernseher wieder angeschlossen hat. Er schaut sich die bescheuerten Nachrichtensendungen an, in denen bescheuerte Moderatoren sich irgendwelchen Scheiß über ihn ausdenken. Er findet es schrecklich, dass sie das dürfen. Allerdings sind sie ihm auch nützlich. Schließlich haben ihn die Medien darauf gebracht, dass er den Schlachthof verlassen muss. Er starrt auf dem Bildschirm, während er über Mrs. Whitby nachdenkt. Und über das, was er vorhin zu Tabitha gesagt hat, dass er den Kindern etwas antut, wenn sie ihm nicht hilft. Vielleicht kann er das irgendwie benutzen. Nicht gegenüber Tabitha, sondern gegenüber der Polizei. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie ihn finden. In ein oder zwei Tagen höchstens. Er betrachtet das Messer auf dem Nachttisch. Wenn er wollte, könnte er es nehmen, den Arzt wecken und das alles hier sofort beenden. Die Polizei und die Medien anrufen und sie früher als beabsichtigt hierher bestellen. Die Idee ist gar nicht so schlecht, wirklich. Er ist müde und kann nicht schlafen. Er kann den Richter nicht in seine Gewalt bringen und Whitbys böse Mutter auch nicht. Sie werden bewacht und es ist sau schwer, an sie ranzukommen. Es sei denn, er kann jemanden zwingen, ihm zu helfen, oder er schafft es, sich so lange zu verstecken, bis die Polizei ihre Leute abzieht. Herr Scheiße, Mann, er hat es satt, zu warten. Warum schnappt er sich nicht das Messer und sticht ein letztes Mal zu? Er nimmt das Messer. Er stellt sich das Ganze vor. Wie er den Arzt weckt, ihm das Messer zeigt, ja, Mann, er wird es tun. Scheiße, er wird es jetzt sofort tun. Er hat Tabitha gesagt, er würde den Arzt laufen lassen, aber ganz so einfach ist es nicht. Und außerdem war das nicht ganz die Wahrheit. Die Mutter der Richter, vielleicht kann er sie in einem anderen Leben drankriegen. Und sollte es in diesem nächsten Leben auch einen James Whitby geben, wird er diesen Scheißkerl ebenfalls drankriegen. Doch in diesem Leben hat das Schicksal Caleb übel mitgespielt. Scheiße, Mann. Weil seine Autobatterie verreckt ist, konnte er mit dem Richter und Whitbys Mom keine Spazierfahrt zum Schlachthof mit anschließender Führung machen. Klar. Und weil er diesen anderen Typen getötet hat. Er wendet das Messer in seiner Hand, betrachtet Griff, Klinge und Schneide. Schicksal. Allerdings hätte er damit rechnen können. Wann war das Schicksal das letzte Mal gnädig mit ihm? Er geht zur Tür. Das ist es. Er wird das jetzt durchziehen. Er wird sich jetzt von allem befreien. Von der Wut, dem Hass, der Enttäuschung. Er weiß nicht, ob er schmunzeln, weinen oder lachen soll. Er weiß nur, dass in zehn Minuten alles gut sein wird. Er wird diesen ganzen Mist hinter sich lassen und den Blick nach vorn richten. Vor einigen Wochen hat er die Telefonnummer der Reporter, die er anrufen wollte, in seinem Handy gespeichert. Er ruft eine davon auf und drückt die Wahltaste. Ein Klingeln ertönt. Er steht im Türrahmen und betrachtet den Arzt, der immer noch schläft. Ebenso wie Katie. Alle drei Mädchen wären besser dran, wenn ihr Vater nicht mehr lebte. Hallo? Hallo, hier spricht, setzt er an, doch er wird abgelenkt, als er hört, wie im Fernseher im Nebenzimmer der Moderator seinen Tonfall ändert. Es folgt ein dringender Aufruf, den Superintendent Dominic Stevens an Caleb Cole richten wird. Wir schalten jetzt live zu ihm. Hallo? Sagt die Stimme erneut. Caleb legt auf und geht ins Schlafzimmer. Die Kamera zoomt auf Superintendent Dominic Stevens, der hinter einem Podium steht. Es sind Mikrofone und Kameras zu sehen. Stevens umklammert die Ränder des Podiums und wirft einen Blick auf seine Notizen. Er hustet ein paar Mal leise in die Hände, bis Stille einkehrt. Dann hebt er den Kopf und schaut Richtung Kamera, direkt ins Objektiv, direkt zu Caleb Cole. So eindringlich, dass Caleb tatsächlich einen Blick über die Schulter wirft, um sich zu vergewissern, dass niemand hinter ihm steht. Ich werde eine Stellungnahme verlesen, fängt Stevens an. Fragen werde ich nicht beantworten. Wie Sie alle wissen, suchen wir Caleb Cole, um ihn zu den vier Morden der letzten zwei Tage sowie zu der Entführung von Dr. Stanton und seiner Familie zu verhören. Dieser Aufruf ist an Sie gerichtet, Caleb. Wir hoffen, dass Sie gerade zusehen. Vor knapp einer Stunde hat sich der Hausarzt von Octavias Familie mit uns in Verbindung gesetzt und uns über ein angeborenes Herzleiden der kleinen Octavia informiert, dass es erforderlich macht, sie unter ständiger Beobachtung zu halten und ihr regelmäßig Medikamente zu verabreichen. Bitte, Caleb. Octavia ist erst ein Jahr alt. Sie ist verängstigt und ohne die Medikamente besteht ein beträchtliches Risiko für sie, einen Herzstillstand zu erleiden. Bitte denken Sie daran, wie verletzlich sie ist. Wir fordern Sie auf, sich zu stellen, damit wir uns um Octavia und Katie kümmern können. Bitte, Caleb. Wenn Ihnen das nicht möglich scheint, dann setzen Sie sie wenigstens in einem Krankenhaus ab, damit man ihr helfen kann. Sie muss alle zwölf Stunden ihre Medikamente einnehmen und hat bereits eine Einnahme verpasst, von der ihr Leben abhängen kann. Überprüfen Sie Ihren Puls und Ihre Gesichtsfarbe. Ist sie verschwitzt, schlägt Ihr Herz langsamer. Sie dürfen keine Zeit verlieren, Caleb. Octavia braucht auf der Stelle Hilfe. Sie sind Selbstvater. Und ich auch. Und als Vater flehe ich Sie an, lassen Sie es nicht zu, dass dies zu Ihrem Vermächtnis wird. Dass man sich an Sie als einen Mann erinnert, der ein einjähriges Baby getötet hat. Stevens nimmt seine Notizkarten und klopft sie auf, sodass sie bündig aufeinander liegen. Danke, sagt er und tritt vom Podium fort. Es werden ein Dutzend Fragen gleichzeitig gestellt und die Wörter vermengen sich zu einem undurchdringlichen Gewirr. Doch Stevens geht einfach weiter. Cole schaltet den Fernseher aus. Er hat eine Gänsehaut. Ihm gefriert das Blut in den Adern. Selbst sein Mund kribbelt. Scheiße, sagt er in die Dunkelheit des Zimmers hinein. Scheiße, wiederholt er, während er die kleine rote Stand-by-Leuchte des Fernsehers anstarrt. Er geht ins andere Schlafzimmer und schüttelt Stanton hin und her, doch der wacht nicht auf. Und nach ein paar Sekunden wird ihm klar, dass es gut so ist. Würde er den Arzt nach dem Gesundheitszustand seiner Tochter fragen, würde er ihm verraten, dass sie noch am Leben ist. Aber warum zum Henker hat Stanton das ihm gegenüber nicht erwähnt? Oder eine der Schwestern? Es liegt auf der Hand. Die Polizei hat gelogen. Sie wollen ihn dazu bringen, das dritte Mädchen freizulassen. Das ergibt allerdings keinen Sinn, denn ihnen muss doch klar sein, da er Melanie nichts getan hat, wird er den anderen Mädchen auch nichts tun. Aber wenn das keinen Sinn ergibt, was folgt dann daraus? Ist es möglich, dass die Mädchen und der Vater im Sog der Ereignisse vergessen haben, Octavias Krankheit zu erwähnen? Katie, sagt er und schaut zu dem kleinen Mädchen. Ich brauche deine Hilfe, damit ich mich um deine Schwester kümmern kann. Doch auch Katie ist nicht wach zu kriegen. Am einfachsten wäre es, er rief ihr die Polizei an. Er fängt an, die Nummer einzutippen. Er wollte sowieso dort anrufen, es ist also nichts dabei. Halte dich an deinen neuen Plan, aber er kann nicht. Er kann nicht sterben, ohne zu wissen, ob das Mädchen noch lebt oder schon tot ist. Er muss zurück zu dem Haus. Und wenn das Mädchen tot ist? Dann muss er es mit eigenen Augen sehen. Tabitha hatte recht. Er hat den Kindern wehgetan. Scheiße, sagte er erneut. Stevens Worte hallen immer noch durch seinen Kopf. Sie sind selbst Vater und ich auch, und als Vater flehe ich sie an. Lassen Sie es nicht zu, dass dies zu Ihrem Vermächtnis wird. Sein Vermächtnis ist ihm egal. Die Leute können über ihn denken, was sie wollen, aber er darf nicht zulassen, dass ein kleines Mädchen stirbt. Ich muss mal kurz weg, sagte zu Katie. Aber natürlich antwortet sie nicht. Er fesselt sie, damit sie nicht abhauen kann, falls sie in seiner Abwesenheit aufwacht. Du bist ein böser Mann, würde sie jetzt wahrscheinlich zu ihm sagen. Ein böser, böser Mann. Und er ist ein böser Mann. Das weiß er jetzt. Ein böser Mann, der womöglich gerade ein einjähriges Kind getötet hat. Mein Gott, das setzt ihm ganz schön zu. Er fühlt sich beschissen, und wenn es wirklich wahr ist, was dann? Er klebt Katie Klebeband über den Mund. Wahrscheinlich tut er ihr auch weh. Mit dem Messer bewaffnet, verlässt er durch die Hintertür das Haus und geht zum Wagen. Ich glaube, er hat es mir abgekauft, sagt Stevens. Seine Stimme ist durch die Freisprecheinrichtung klar zu verstehen. Detective Kent nickt. Detective Hutton isst einen Schokoriegel, den er in seiner Tasche gefunden hat, und Schroder hockt auf der Couch und starrt immer noch auf den Fernseher. Die beiden anderen Officers spähen durch die Vorhänge. Ich bin der Einzige hier, der keine Pistole trägt. Vor dem Haus steht kein Polizeifahrzeug und in den Sträuchern hat sich auch niemand versteckt. Wir hoffen, dass Cole einfach durch die Tür gestürmt kommt. In dem Fall gibt es niemanden, der ihn auf dem Weg hierher verschrecken könnte. Tabitha und Octavia wurden aufs Revier gebracht, zusammen mit den Briefen, die Mr. Chancellor mir gegeben hat, bis auf den letzten. Der Sanitäter wurde unterwegs abgesetzt. Es war perfekt, sage ich. Tabithas Fernseher läuft immer noch und ein Reporter vor Ort fasst zusammen, was man ihm und seinen Kollegen gerade erzählt hat. Auf den anderen Kanälen wird es ähnlich sein. Reporter, die aus dem Häuschen sind, weil der Fall immer größere Wellen schlägt. Falls Cole den Aufruf gesehen hat, ist er hoffentlich auf dem Weg hierher. Dann könnten wir ihn innerhalb der nächsten 20 Minuten verhaften. Dann könnte das alles hier bald vorbei sein. Fragt sich nur, ob es klappt, sagt Stevens. Hoffen wir das Beste, sage ich, denn das ist alles, was wir tun können. Hoffen wir, dass Sie recht hatten, erwidert er. Hören Sie, Tate, Sie und Detective Kent haben gestern einen guten Job gemacht, aber vermasseln Sie es jetzt nicht, ja? Wenn ich Sie jetzt frage, ob Schroder bei Ihnen ist, sagte er und als Schroder seinen Namen hört, schaut er zu mir herüber, werden Sie mir bestimmt alle erzählen, er hätte Feierabend gemacht. Genau, Sir, sage ich. Schön, ich würde nur ungern annehmen, dass Sie lügen, Tate, denn das würde einige Dinge erschweren. Deswegen werde ich Ihnen mal glauben und nicht auch noch die Kollegen fragen. Und wenn Schroder mich, sagen wir mal, in 15 Minuten von zu Hause aus anrufen würde, wäre das durchaus hilfreich. Er legt auf. Die Reporter unten vor dem Polizeirevier warten garantiert auf den nächsten Kommentar und Stevens hofft, ihnen innerhalb der nächsten Stunde etwas präsentieren zu können. Ihnen zu verkünden, dass wir Caleb Cole verhaftet haben, und dass Dr. Stanton und die noch verbliebene Tochter in Sicherheit sind. Verteilt im Umkreis von vier bis sechs Blocks stehen sechs Zivilstreifen. Die Fahrer haben sich in ihren Sitz gekauert, was bestimmt unbequem ist, und halten Ausschau nach Dr. Stantons Wagen. Natürlich wissen wir nicht, ob Cole noch benutzt. Im Haus brennen dieselben Lichter wie vorhin, als ich Tabitha und Octavia gefunden habe. In einer Stunde ist es Mitternacht und alle sind müde und ich habe immer noch nichts im Magen. Die Kekspackung, die Tabitha auf dem Tisch hat liegen lassen, ist leer, denn darum haben Hatten und die beiden anderen Beamten sich als erstes gekümmert. Ich öffne den Kühlschrank in der Hoffnung, eine kalte Pizza, ein Hühnchen oder einen Schokoriegel zu finden, doch ich sehe nur Obst und Gemüse. Was ist so ein Lesben-Ding, erklärt einer der Officers und deutet grinsend mit dem Kopf auf den Kühlschrank. Was? Sie nehmen kein Fleisch in den Mund. Ich kapiere den Witz zwar, aber mir ist nicht nach Lachen zumute, auch wenn sein Partner losprustet. Detective Kent verdreht die Augen und lächelt mich an. Ich nehme mir einen Apfel. Meinst du, er hat die Nachrichten gesehen? fragt Schroder. Er wirkt, als würde er gerade wach werden. Er stellt genau die Frage, die wir uns alle die letzte halbe Stunde gestellt haben, nur in einem anderen Tempus. Meinst du, dass er die Nachrichten sehen wird? Wir haben uns so lange gegenseitig Mut gemacht, bis wir davon überzeugt waren. Aber nach der Presseerklärung sieht plötzlich alles ganz anders aus. Und wenn er sie nicht gesehen hat, steht es bald im Internet, sage ich mit einem Apfelstück im Mund. Und der Apfel bringt mich auf den Gedanken, dass ich versuchen sollte, mehr Äpfel zu essen. Wissenschaftler sagen, sie seien gesund, während Kaffee schädlich sei. Aber eigentlich will ich mich nicht danach richten. Offensichtlich wirke ich, als würde mir der Apfel schmecken, denn Detective Kent geht nun ebenfalls zum Kühlschrank und nimmt sich auch einen. Wenn er sich ständig auf dem Laufenden hält, dann wird er es mitkriegen. Die Frage ist nur, wann und ob er anbeißt. Stevens war ziemlich überzeugend, sagt Kent. Es klang wirklich so, als würden wir glauben, das Mädchen wäre noch in Coles Gewalt. Aber selbst wenn er ihm die Geschichte abkauft, macht er vielleicht nur einen anonymen Anruf bei der Polizei, um die Adresse durchzugeben. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, wir müssen schon sehr verzweifelt sein, wenn wir glauben, was wir sagen. Das war immer schon der schwächste Teil in unserem Plan, obwohl Barlow das anders sieht. Nachdem er die Briefe gelesen hat, ist er davon überzeugt, dass Cole sich gegenüber Ariel Chancellor als Vaterfigur versteht. Er war es, der Stevens geraten hat, den von Vater zu Vater Satz zu sagen. Und er hat uns erklärt, dass Cole immer noch genug von einem mitfühlenden Vater in sich trägt, um nach dem Mädchen zu schauen und sich zu vergewissern, dass er es nicht verletzt hat. Er wird sich verpflichtet fühlen, nochmal zu dem Haus zu fahren, hat Barlow gesagt. Und wenn er den Aufruf gesehen hat, wird er kommen. Es hat wohl keiner Lust, sich eine Pizza zu bestellen, frage ich. Hatten scheint nicht abgeneigt, obwohl er weiß, dass ich nur Spaß mache. Die anderen ignorieren mich. In diesem Moment klingelt mein Handy. Ich werfe einen Blick aufs Display. Eine unbekannte Nummer. Ich gehe in den Flur und hebe ab. Theo, hier spricht Carol Hamilton, sagt eine eindringliche, atemlose Stimme und plötzlich wird mir schlecht. Im Hintergrund kann ich Verkehrslahm hören. Sie ruft nicht aus dem Pflegeheim an. Ist Bridget was passiert? Ich bin auf dem Weg zu ihr, sagt sie. Und ich schlage vor, dass sie sich auch aufmachen. Sie ist zu sich gekommen. Meine Körpertemperatur sinkt Richtung Gefrierpunkt und ein kalter Schauer jagt mir über Nacken und Rücken. Ich habe meine Beine zittern und ich muss mich an der Wand festhalten. Was? Dr. Forster ist auch schon unterwegs. Ich bin in zehn Minuten da. Halt, halt. Sie haben gesagt, dass sie zu sich gekommen ist? Ja. Bridget ist zu sich gekommen. Ja, Theo, sie ist zu sich gekommen. Ich bin schon unterwegs, sage ich. Ich lege auf und gehe ins Wohnzimmer. Es ist schwindelig und mein Mund ist trocken. Ich hantiere mit dem Handy, schaffe es aber nicht, es in meine Tasche zu befördern, sodass es zu Boden fällt und ich fast drauf trete. Theo? fragt Schroder. Ich habe Angst, dass Schwester Hamilton zurückrufen könnte, um mir zu sagen, sie habe einen Scherz gemacht. Ich bin völlig aus dem Häuschen, weil zum ersten Mal seit langer Zeit ein Anruf, der mein Leben verändern wird, gute und nicht schlechte Neuigkeiten gebracht hat. Schroder sieht mich an, meine Hände zittern. Theo? Ich öffne den Mund zu einer Antwort, doch er ist so trocken, dass mir die Worte im Hals stecken bleiben. Ich versuche, etwas Flüssigkeit zu sammeln. Theo, was ist? Ich muss weg. Weg? Wohin? Bridget, sie ist, sie ist aus dem Koma aufgewacht. Mein Gott, sagte er und verkneifte sich, zu mir herüberzukommen und mir die Hand auf die Schulter zu legen. Theo, das ist ja, das ist ja großartig. Ich laufe Richtung Tür. Halt, sagte er und folgt mir. Was? Mein Gott, ich führe mich jetzt zwar wie ein Arschloch an, aber du kannst nicht gehen. Was? Du darfst die Ermittlungen nicht gefährden. Was? Ich sehe Scheinwerfer, sagt einer der Beamten. Er kauert hinter dem Wohnzimmerfenster und hat den Vorhang zwei, drei Zentimeter angehoben. Der Wagen wird langsamer, sagt er. Moment, er hält an. Etwa drei Häuser von hier. Er bleibt stehen, nichts rührt sich. Cole kennt dich, Theo. sagt Schroder zu mir. Wenn er hierher unterwegs ist und sieht, wie du aus der Tür kommst oder die Straße runtermarschierst, wird das alles zunichte machen. Ich muss gehen, sage ich. Er nickt. Ich weiß, Theo, ich weiß. Aber du kannst jetzt nicht gehen. Noch nicht. Bald, aber noch nicht. Er legt mir die Hand auf die Schulter, doch ich schüttle sie ab. Ich schwöre dir, Carl, wenn du versuchst, mich aufzuhalten, scheue ich dir eine. Ladies, sagt Detective Kent, die ebenfalls durch den Vorhang spät und jetzt zu uns herüberschaut. Der Wagen steht immer noch da. Ich schätze, jetzt heißt es Showtime. Die Scheinwerfer sind immer noch eingeschaltet. Ich kann nicht mal erkennen, was das für ein Wagen ist oder wie viele Personen drin sitzen, sagt der Officer. Sollen wir jemanden rausschicken? Ich gehe, sage ich. Nein, noch nicht, sagt Schroder und dreht sich zu mir um. Theo, sie lag drei Jahre im Koma. Gib mir bitte noch ein paar Minuten. Weißt du, wie das klingt? Ja, sagt er. Carl, im Moment ist mir Caleb Cole völlig egal und der Fall auch. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist, dass ich zu Bridget komme. Denk an Katie Stanton, sagt er, und das tue ich und es funktioniert. Fünf Minuten, sage ich. Und wenn das da draußen nicht Cole ist, kannst du mich nicht davon abhalten zu gehen. Er nickt, obwohl er bestimmt glaubt, dass sie mich zu fünft von allem abhalten können. Aber das bezweifle ich. Gehen wir raus, sage ich. Ich will ihn nicht aufscheuchen. Wir wissen ja nicht mal, ob es überhaupt Cole ist. Vielleicht hat er jemanden vorgeschickt, womöglich wieder einen Pizzaboten, sagt Schroder und dann weist er zwei der Zivilstreifen über Funk an, ein paar Blocks näher zu rücken. Wenn er wegfährt, kriegen wir ihn trotzdem, sagt er. Wer auch immer es ist, sagt Detective Kent, er sitzt noch im Wagen. Wäre es einer der Nachbarn, wäre er in seiner Auffahrt gefahren und ein Besucher wäre inzwischen ausgestiegen. Sie hat recht, sage ich zu Schroder. Wir können rausgehen, uns von hinten anschleichen und... Halt, sagt der Officer. Die Scheinwerfer sind ausgegangen. Aber es tut sich immer noch nichts. Der Wagen sieht aus wie der von Stanton, so wie tausend andere auch. Mist. Es lässt sich von hier aus nichts sagen, aber ich kann einen Teil des Nummernschilds erkennen. Ich glaube, das ist nicht unser Wagen. Durch seine Bemerkung scheint die Spannung aus dem Raum zu weichen. Haben Sie das gesehen? fragt Kent. Ja. Was? fragt Schroder. Die Tür hat sich geöffnet, die Fahrertür, sagt Kent. Im Wagen ist eine Person, männlich, weiß. Ich kann sie nicht besonders gut erkennen. Könnte unser Verdächtiger sein. Wer denn sonst? fragt Hatten. Der Mann steigt aus, sagt der Officer. Er steht jetzt neben dem Fahrzeug und schaut zum Haus rüber. Jetzt schließt er die Tür. Die Anspannung ist wieder da. Passt auf, dass ihr euch nicht sieht, sagt Schroder. Er rührt sich nicht. Jetzt dreht er sich einmal im Kreis und betrachtet die anderen Häuser und setzt sich in Bewegung, sagt der Beamte. Seine Stimme überschlägt sich fast für Aufregung. Er kommt rüber, ganz langsam. Mein Gott, meine Großmutter geht schneller als dieser Typ. Ist er es? frage ich. Weiß nicht. Ich gehe jetzt raus, sage ich zu Schroder. Warte, sagt er. Denk an unseren Plan, Tate. Lass ihn ins Haus kommen, sagt er. Und er hat recht. Auch wenn es meinen Drang, nach draußen zu rennen, nicht mindert. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn Stanton und seine Tochter nicht im Wagen sind, müssen sie irgendwo anders sein und dann brauchen wir Cole noch, um ihren Aufenthaltsort aus ihm herauszukriegen. Wenn Tabithas Vermutung zutrifft, dass Cole sterben will und wir da rausrennen, rammt er sich womöglich ein Messer in den Hals. Ich nicke, das leuchtet mir ein. Er kommt direkt auf uns zu, sagt der Officer. Ihr beiden, sagt Schroder und deutet auf den Beamten und Detective Kent. Ihr geht durch die Hintertür und schleicht euch durch den Garten nach vorn. Aber bleibt auf Distanz zu dem Verdächtigen. Haltet euch bereit, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Tate, mach dich bereit. Sobald er an die Haustür tritt, schnappen wir ihn uns, okay? Aber nicht vorher, auf! Da kommt noch ein Fahrzeug, sagt der Beamte. Der Mann geht weiter auf das Haus zu. Der andere Wagen scheint ihn nicht zu stören. Scheiße, es sind sogar zwei Fahrzeuge. Sie werden langsamer. Der Verdächtige bleibt stehen und dreht sich um. Das sind keine Pkw, sondern Transporter. Was zum Henker ist da los? fragt Schroder. Sie parken direkt vor dem Haus. Mist, der Verdächtige geht zurück zum Wagen. Wir müssen zuschlagen, sage ich. Los, 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 brüllt Schroder und wir stürmen alle zur Tür, während die beiden Kollegen, die nach hinten raus sind, durch den Garten nach vorn rennen. Alles, was wir hören, sind die Schritte unserer Füße, die über den Boden trampeln. Die Tür ist nicht abgeschlossen und ich bin der Erste, der draußen ist. Wir nähern uns alle gleichzeitig dem Mann. Aus den Transportern steigen mehrere Personen. Mit Scheinwerfern und Kameras. Mist. Schroder ist als Erster bei Caleb Cole. Er sieht uns jetzt an. Nicht im Geringsten überrascht. Doch wie sich herausstellt, handelt es sich gar nicht um Cole. Was zum Geier haben Sie hier zu suchen? fragt Schroder und packt ihn am Kragen. Ich habe die Nachrichten gesehen, Detectives, sagt Jonas Jones und schaut von Schroder zu mir, während die Szenerie ins grelle Licht der Scheinwerfer getaucht wird. Schroder wirft einen Blick auf die Kameras und lässt Jones' Hemd los. Der Hellseher tritt einen Schritt zurück und streicht sein Hemd glatt. Dann fährt er sich mit der Hand durchs Haar, um sicherzugehen, dass es auch richtig liegt. Ich weiß, dass Octavia Stanton dringend ihre Medikamente braucht, sagt er. Ich wusste es bereits, bevor es in den Nachrichten kam. Und Detectives, sagt er und drückt erneut sein Hemd zurecht. Jessica Cole hat mir erzählt, dass ich Octavia aufspüren werde. Die Kamerascheinwerfer wecken dieses Ding, das in meinem Kopf haust. Doch es dreht sich nur um und klopft kurz gegen die Wände, bevor es wieder einschläft. Macht, dass ihr hier wegkommt, brüllt Schroder alle auf der Straße an. Er zückt seine Handschellen, doch dann fallen ihm zwei wichtige Dinge ein. Erstens gibt es keinen Grund, Jones zu verhaften, außer dass er ein Scheißkerl ist. Wir befinden uns auf einer öffentlichen Straße und Jones hat gegen kein Gesetz verstoßen und dasselbe gilt für die Reporter, die gerade ihre Live-Berichte über den Äther ins ganze Land schicken und Caleb Cole so warnen. Zweitens, es schode offensichtlich klar geworden, dass er nicht mehr zuständig ist. Man hat ihn suspendiert. Er darf niemanden verhaften. Fragt sich nur, ob das hier überhaupt jemand weiß. Die Frage bleibt nicht lange unbeantwortet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sie suspendiert hat, mein Lieber, sagt Jones. Darum bin ich Ihnen auch keine Antwort schuldig. Stimmt das, brüllt eine der Reporter und als die anderen das hören, stimmen sie mit ein. Detective, können Sie uns erklären, warum Ihrer Abteilung einen betrunkenen Beamten eine so wichtige Ermittlung? Sind Sie immer noch betrunken, Detective? Seit wann haben Sie ein Alkoholproblem? Sind hier alle betrunken? Jones hebt die Hände und die Reporter verstummen und starren ihn an, als würde er gleich einen Zaubertrick vorführen oder eine Botschaft von Gott empfangen. Bitte, Leute! Wir sind hier, um das Mädchen zu retten, sagt er und gewinnt so Ihre Aufmerksamkeit zurück. So mag er es am liebsten. Sie ist hier, nicht wahr? Blödsinn, sagt Schwoder. Sie sind hier, um Werbung für Ihre Bücher zu machen. Wenn Sie geglaubt hätten, sie wäre hier, hätten Sie uns angerufen. Erstens, Sie haben noch nie einen meiner Anrufe entgegengenommen, sagt Jones, und zweitens, wenn Sie hier sind, muss das Mädchen auch hier sein, obwohl, jetzt wo ich hier bin, spüre ich, dass sie weg ist, genauso wie ihr Job. Stimmt das, Detective? fragt eine der Reporter. Trifft das zu, was Jones gesehen hat? Haben Sie in dem Haus Octavia Stanton gefunden? Und wie ist ihr Zustand? Erneut prasseln Fragen auf uns ein. Ist sie am Leben? Wurde sie sexuell missbraucht? Wurde Melanie ebenfalls missbraucht? Gibt es Anlass zu der Hoffnung, dass Caleb Cole gefunden wird, bevor er wieder tötet? Ist Octavia Stanton tot? Ich spüre, dass sie noch am Leben ist, sagt Jones. Stimmt das, Detectives? Haben Sie sie lebend gefunden? Und ich spüre, dass Jones am Ende der Nacht nicht mehr in der Lage sein wird, seine Beine zu benutzen. Ist Ihr Vater auch hier? Wie haben Sie den Tatort vorgefunden? Schroder wirkt wütend und fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Sein Gesicht läuft rot an und auf seiner Stirn tritt eine Ader hervor, als würde direkt unter der Haut ein Wurm stecken. Er sieht aus, als würde er gleich einen Schlaganfall bekommen. Wenn er die Handschellen noch fester zusammendrückt, verbiegen sie sich. Am liebsten würde ich Jones die Fresse polieren, in den nächstbesten Wagen springen und zu meiner Frau rasen. Macht, dass Ihr hier wegkommt, sagt Schroder mit gedämpfter Stimme, doch seine Wut kann er nicht verbergen. Alle! Er klingt, als würde er überlegen, ob er genug Kugeln hat, um Ihrem Fragen ein Ende zu bereiten. Das hier ist eine laufende Ermittlung der Polizei, ihr müsst hier verschwinden, sagt er. Doch es ist zu spät. Und er weiß es. Und Jones weiß es wohl auch. Das Kamerateam filmt weiter. Große Mikrofone füllen unser Blickfeld. Wir müssen gar nichts. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, ob Octavia Stanton in Sicherheit ist. Wollen Sie damit sagen, dass Sie immer noch an den Ermittlungen beteiligt sind? Sie war hier, oder? sagt Jones. Das können wir mit Sicherheit sagen, dank Jessica Cole. Sie hat es mir erzählt. Warum sagt sie ihn dann nicht, wo Ihr Vater steckt? Frage ich. Sie will nicht, dass man ihn schnappt. Darum, sagt Jones. Sie möchte nur, dass die Mädchen wohlbehalten zurückkehren. Und wo ist Katie? Frage ich. Nur Katie? Octavia nicht? fragt Jones. Und ich bemerke meinen Fehler. Damit habe ich allen Anwesenden bestätigt, dass wir ein zweites Mädchen gefunden haben. Schluss mit dem Scheiß, sagt Schroder und macht einen Schritt auf Jones zu. Ich gehe Richtung Kameras, bereit, meine Hände vor die Objektive zu halten, falls Schroder zum Schlag ausholt, aber es sind so viele, dass meine Hände groß wie ein Sofa sein müssten. Kent steht neben mir, offensichtlich aus demselben Grund. Du widerlicher Scheißkerl, sagt Schroder und beugt sie zu Jones vor. Woher weißt du das? Wer hat dir das erzählt? Jessica, sagt er. Ich kann mit den Toten reden. Dreh dich um, sagt Schroder. Was? Umdrehen, du bist verhaftet. Weswegen? Ja, Detective, warum verhaften Sie ihn? fragt einer der Reporter. Dürfen Sie das überhaupt? Sie sind nicht mehr zuständig. Umdrehen, Jones, habe ich gesagt, sagt Schroder, ohne die anderen zu beachten. Nein, Sie haben keinerlei Befugnis, mich zu verhaften. Dreh dich um, du Penner, sagt Detective Kent und zieht ihre Handschellen hervor. Jones starrt sie verdutzt an, dann umspielt ein dezentes Grinsen seine Lippen. So eine Publicity ist unbezahlbar. Kent legt ihm die Handschellen an und in dem Moment, als sie klickend einrasten, wird ihr offensichtlich im selben Moment wie mir klar, dass das hier genau das ist, was Jones wollte. Sie haben kein Recht dazu, sagt Jones, während er in die Kameras schaut und seine Beißerchen zeigt. Absolut kein Recht dazu. Oh doch, sagt Schroder, niemand hier kauft Ihnen diese Nummer ab, Sie genießen jede Sekunde. Mit welcher Begründung haben Sie ihn verhaftet? Wie ist der Zustand von Octavia Stanton? Wie viele Beamte wurden suspendiert? Nur jemand, der mit dem Mörder zusammenarbeitet, konnte wissen, wo Octavia versteckt war, sagt Schroder. Darum haben wir das Recht, ihn zu verhaften. Sie glauben also nicht an Jones hellseherische Fähigkeiten? Ist das der offizielle Standpunkt der Polizei zu hellsehern? Ist Jonas Jones jetzt ein Verdächtiger? Wo ist Katie Stanton? Und wo ist Octavia? Ich denke, es war nicht schwer für ihn vorauszusagen, dass sie hier alle auftauchen würden und ihm geben, was er wollte, sagt Schroder zu den anderen. Ich möchte ihm die Hand auf die Schulter legen und ihn fortbringen. Ich möchte, dass er den Mund hält. Jessica hat es mir erzählt, sagt Jones ruhig in die Kameras. Sie hat mir gesagt, dass Octavia nichts passieren wird. Geht es ihr gut, Detective? Kein Kommentar, sage ich an Schroders Stelle, als er den Mund öffnet und ihm ist klar, dass er seine Niederlage akzeptieren muss. Wir drehen Jones von den Kameras fort. Kent und Schroder nehmen ihn in die Mitte und bringen ihn zum Haus. Ich laufe ihn im Abstand von ein paar Schritten hinterher und die Kameras folgen uns bis zur Tür. Ihr seid im Fernsehen, sagt Hutton, als wir eintreten. Über den eingeschalteten Fernseher im Wohnzimmer flimmern Live-Aufnahmen des Hauses. Es wird auf die Wohnzimmerfenster gesumt und auf die inzwischen wieder geschlossene Haustür. Die Beamten, die eben hier waren, sind noch draußen und versuchen, die Reporter vorzudringen. Kent schubst Jones aufs Sofa. Schroder starrt ihn an. Du Stück Scheiße, sagt er. Du hast es vermasselt, unsere Chance, ihn zu schnappen. Jones landet auf der Seite, die Arme auf dem Rücken gefesselt. Er wirkt verunsichert. Jetzt erst wird ihm klar, dass er mit vier Personen allein in einem Zimmer ist, die alle stinksauer auf ihn sind und ausnahmslos bestätigen würden, dass er 15 Mal gegen eine Tür gelaufen ist. Wen schnappen? Cole? Er war bereits hier. Er ist schon wieder weg. Ach ja? Woher weißt du das? fragt Schroder. Jessica hat es mir erzählt, sagt er. Der neues Buch soll sich ja schlecht verkaufen, sagt Schroder. Offensichtlich glauben dir viele Menschen nicht, Jones, und ich bin einer davon. Heute Nacht hierher zu kommen war nur ein PR-Gag, oder? Du versuchst, die Werbetrommel zu rühren. Das hier ist großartige Publicity für dich, was? Nur ein echter Widerling würde die Entführung dieser Mädchen benutzen, um die Verkaufszahlen seiner Bücher hochzutreiben. Du wusstest, dass wir hier sind, sage ich. Du warst kein bisschen überrascht. Du wolltest, dass man dich festnimmt. Du egoistischer Scheißkerl, sagt Schroder. Du hast unsere bisher beste Chance versaut, diese Menschen zu retten. Wenn wir sie nicht lebend zurückkriegen, ist das deine Schuld, sagt Kent. Nein, ist es nicht. Ich versuche zu helfen, sagt Jones. Woher wusstest du, dass wir hier sind? fragt Schroder. Das habe ich bereits gesagt. Bezahlst du irgendjemanden für die Informationen? fragt Schroder. Es kann gar nicht anders sein. Darum wusste er auch, dass Schroder suspendiert und nicht gefeuert worden ist. Allerdings hätte jeder, der die Nachrichten gesehen hat, zu demselben Schluss kommen können. Ich bin Hellseher, sagt Jones. Das ist eine ganz spezielle Gabe. Schroder ballt seine rechte Hand zur Faust und während Jones das Ergebnis noch anstarrt, ballt Schroder auch die Linke. Nur zu, sagt Jones zu Schroder. Bin gespannt, wie die Medien darüber berichten werden, wenn ich mit Prellungen im Gesicht hier rausmarschiere, sagte er und klingt selbst nicht ganz überzeugt. Glaub bloß nicht, ich würde es nicht darauf ankommen lassen, sagt Schroder. Du hast vorsätzlich eine polizeiliche Ermittlung behindert. Wenn wir Beweise dafür finden, dass du uns gefolgt bist oder jemanden für die Information bezahlst, hast du eine Klage am Hals. Sollte Stanton sterben, bist du wegen Beihilfe dran. Schwachsinn, sagt Jones. So oder so, ihr könnt mir nichts beweisen. Jessica hat mir gesagt, ich solle herkommen. Ich habe sie befragt und sie hat mich hierher geführt. Wir können es beweisen, sagt Schroder. Wir leben in Zeiten des Internets, Jones. Wir werden zurückverfolgen, wo dein Handy heute überall war. Wir werden die Verkehrskameras überprüfen und Augenzeugen befragen und so all deine kleinen Geheimnisse ans Tageslicht befördern. Jones schüttelt den Kopf. Keine Chance, so ist das nicht gelaufen. Ich rede mit den Toten, so ist das. Sie müssen nur offen dafür sein. Weißt du was, sagt Schroder. Ich freue mich schon darauf, der Sache nachzugehen. Scheiße, Mann. Selbst wenn ich nicht mehr in meinen alten Job zurückkehren kann, werde ich es mir zur Aufgabe machen, zu beweisen, was für ein Arschloch du bist. Vielleicht schreibe ich sogar ein Buch darüber. Was meinst du, Theo? Ich finde, du solltest es als Komödie vermarkten, denn dieser Typ hier ist ein Witz. Sehr komisch, sagt Jones. Du hast die Medien benachrichtigt, sage ich. Das ganze Land macht sich Sorgen um Octavia, sagt er. Ich wollte die Menschen beruhigen. Mit deiner Gabe, sage ich. Genau. Mit den Stichwunden lag ich doch richtig, oder? fragt er mich. Ich sollte es auf jeden Fall als Komödie schreiben, sagt Schroder. Oder vielleicht als Tragödie, denn die Hauptfigur merkt gar nicht, wie kaputt sie wirklich ist. Gehen in einer Tragödie die Figuren am Schluss nicht alle drauf? fragt Detective Kent. Klar, sagt Schroder, greift in seine Tasche und sieht die Wake-E-Tabletten heraus. Stimmt doch, Jones, oder? Leck mich, sagt Jones. Mag ja sein, dass dir deine Fans den Schwachsinn glauben, den du so absonderst, sagt Schroder. Aber wenn keiner von ihnen in der Jury sitzt, wanderst du für das, was du je getan hast, in den Knast. Ihr könnt nichts beweisen und habt keinen triftigen Grund, mich zu verhaften, sagt er. Ich bin ein echtes Medium. Schön, sagt Schroder und wirft deine Tablette ein. Dann wird dir auch der Mist, der dich im Knast erwartet, keine Überraschung für dich sein. Ich will meinen Anwalt sprechen, sagt er. Vorher sage ich kein Wort mehr. Die beiden Beamten draußen drängen sich durch die Medienmeute und betreten das Haus. Wir lassen sie Jones bewachen, während ich mit Schroder, Kent und Hatten in die Küche gehe. Was meint er damit, fragt Schroder mich, als er von den Stichwunden gesprochen hat. Er wusste, dass die Opfer 19 Stichwunden hatten. Das hat er mir kurz vor der Einsatzbesprechung erzählt. Er wusste es, bevor wir es wussten. Und das hast du uns nicht erzählt? Ich dachte nicht, dass ihn das zum Verdächtigen macht. Wenn überhaupt, dann zu einem großartigen Detektiv oder zu einem Glückspilz. Das mit den Stichwunden kam also von ihm, sagt Kent. Und nicht von ihnen. Ich merke, wie ich rot werde. Laut Jones kam es nicht von ihm. Angeblich hatte sie meinen Toter erzählt. Vielleicht ist er wirklich hellseher, meint Hatten und beweist damit, dass sein Body Mass Index höher als sein IQ ist. Wir starren ihn alle an. Also er wusste, dass das Mädchen hier ist, sagt Hatten. Kommt schon, es gibt Millionen von Hellsehern. Da müssen doch auch ein paar echte drunter sein. Das würde auch erklären, warum er von den Stichwunden wusste. Einiges von dem, was diese Typen erzählen, stimmt tatsächlich. Das kann nicht geraten sein. Vor einem Monat ist meine Schwester zu einem Hellseher gegangen und er hat ihr gesagt, Mensch Hatten, wir haben's kapiert, okay? Du glaubst an Hellseherei, sagt Detective Kent. Ich meine ja nur, sagt er und zuckt die Achseln. Was verdammt nochmal sollen wir jetzt tun? Sie bringen es bereits in den Nachrichten, sagt Schroder. Caleb wird hier nicht auftauchen. Keine Chance. Er sieht nicht an, damit ich ihm zustimme und ich nicke langsam. Er hat recht. Und das bedeutet nichts Gutes für Katie und ihren Vater und für Schroders Karriere und die zukünftigen Kinder und Opfer, denen er hätte helfen können. Man hat ihn dabei erwischt, wie er trotz seiner Suspendierung an einem Fall arbeitet und nicht dabei, wie ich Stevens belogen habe, als ich behauptet habe, Schroder sei nicht hier. Jonas Jones hat uns alle in die Scheiße geritten. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich brauche einen Wagen, sage ich zu Schroder. Meiner wurde zum Revier gefahren, weit weg von hier, denn Caleb weiß, wie er aussieht. Schroder gibt mir seine Autoschlüssel. Er ist in zwei Minuten hier, sagte er und greift nach dem Handy, um den Wagen anzufordern. Caleb war bereits auf dem Weg zum Haus, als die Meldung kam. Eine Eilmeldung. Mehrere Fernsehteams und die Polizei seien vor dem Haus aufgetaucht, in dem er Octavia zurückgelassen hatte. Er ist sofort rechts rangefahren und hat den Bericht gelauscht, dann hat er kehrt gemacht. Jetzt sitzt er wieder im Schlafzimmer vor dem laufenden Fernseher, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie zwei Autos vor Tabithas Haus halten. Sieben Personen treten aus der Tür und steigen in die Fahrzeuge. Zunächst kapiert er nicht, warum sie so lange gebraucht haben, doch dann wird ihm klar, dass es eine Wiederholung ist. Das alles ist schon vor zwanzig Minuten passiert. Die Polizei hat also doch gelogen und er hat nie in Betracht gezogen, dass es sich um eine Falle handeln könnte. Irgendwie haben sie Octavia gefunden. Sie haben sie benutzt, um ihn an den Tatort zu locken. Sie haben ein Kind benutzt, um ihn zu schnappen und er kann das verstehen, denn er hat die Kinder ebenfalls für seine Zwecke eingesetzt. Er ist erleichtert, dass es Octavia gut geht. Aber gleichzeitig ist er besorgt. Wie hat die Polizei sie gefunden? Hinterlässt er Spuren? Wenn dem so ist, wird die Polizei dann bald auch hier auftauchen? Oder hat Tabitha es geschafft zu entkommen? Sollte er von hier verschwinden? Aber wo soll er hin? Und was würde das überhaupt für einen Unterschied machen? Er starrt auf den Fernseher und mustert den Mann, mit dem er heute gekämpft hat und dem er neulich Nacht auf dem Friedhof begegnet ist. Dann erscheint ein weiterer Detektiv, den er in den letzten Tagen öfter in den Nachrichten gesehen hat und da ist Jonas Jones, der Hellseher, den er aus dem Frühstücksfernsehen kennt. Der Hellseher, den er von allen am liebsten aufgesucht hätte. Als Caleb anfing, sich mit den Hellsehern zu treffen, hat er auch Jones kontaktiert, nur um festzustellen, dass dieser keine Termine frei hatte und mehr verlangte, als Caleb sich leisten konnte. Er sitzt mit dem Messer in der Hand auf der Bettkante. Die Nachrichten springen in der Chronologie der Ereignisse noch weiter zurück. Es sind jetzt mehrere Männer zu sehen, die aus dem Haus herauskommen und auf Jonas Jones zurennen. Jones fasziniert ihn. Ist es möglich, dass der Mann ein echter Hellseher ist? Es kommt zu einer Auseinandersetzung und Jones erklärt, warum er dort ist. Caleb hält das Messer noch fester umklammert, als der Name seiner Tochter fällt. Jonas Jones sagt, Jessica habe ihn dort hingeführt. Warum sollte Jessica das tun? Wie zur Antwort auf seine Frage erzählt Jones der Polizei und den Kameras, Jessica habe ihn dorthin geführt, damit er das Mädchen beschützt. Caleb lässt das Messer auf das Bett sinken. Würde sie wirklich so etwas tun? Er glaubt schon. Man hat Jessica wehgetan. Und das Letzte, was sie wollen würde, wäre, dass einem anderen Mädchen Schmerzen zugefügt werden. Mein Gott, ist er so tief gesunken, dass nicht mal seine eigene Tochter mehr an ihn glaubt? Jones werden Handschellen angelegt, dann wird er ins Haus gezerrt. Die Polizeibeamten sind so wütend, dass Caleb die nächsten zehn Sekunden nur darauf wartet, dass ein Lichtblitz aufzuckt und ein Schuss ertönt. Doch das passiert nicht. Dann ist der Bericht zu Ende. Und es gibt die neuesten Nachrichten vom Ort des Geschehens. Er lauscht dem Reporter, dann fängt er an, durch die Programme zu zappen, um eine andere Sichtweise auf die Ereignisse zu hören. Aber die Reporter sagen alle das Gleiche. Jonas Jones habe sie zu Octavia Stanton geführt, nachdem ihm Jessica Jones ein zehnjähriges Mädchen, das vor 15 Jahren ermordet wurde, erschienen sei. Jessica, seine eigene Tochter, versucht ein anderes Mädchen vor ihm zu beschützen. Der Gedanke macht ihn traurig. Sollte Jonas Jones allerdings wie all die anderen Hellseher sein, würde ihn das wütend machen, denn dann würde er Jessicas Namen für seine Publicity missbrauchen. Aber was, wenn er nicht wie all die anderen ist? Zu Octavia Stantons Zustand wird nichts gesagt. Die Reporter hätten nicht gesehen, wie sie das Haus verlassen habe und da die Polizei die Aktion offensichtlich abgeblasen habe, sei es fraglich, ob sie überhaupt da gewesen sei. Trotzdem habe Jones das richtige Gespür bewiesen, allerdings nicht beim Timing. Da sind sich die Reporter einig. Caleb ist sich nicht sicher, ob das Jones Fähigkeiten irgendwie in Frage stellt. Es ist keine exakte Wissenschaft, sagt einer der Reporter, sondern eine ganz spezielle Gabe. Es folgen Aufnahmen des Mannes, mit dem Caleb gekämpft hat. Der Moderator gibt ein paar Informationen zu ihm, unter anderem, dass er wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden ist und vier Monate im Gefängnis saß, dass er zwei Serienmörder gefasst und getötet und seine Tochter verloren hat und dass der Mörder seiner Tochter das Land verlassen hat. Caleb schaltet den Fernseher aus. Er schöpft, zieht er sich bis auf die Unterwäsche aus und steigt ins Bett. Er starrt die Decke an. Er ist hundemüde, doch er kann nicht einschlafen, denn er muss an Jonas Jones und Mrs. Whitby denken, aber vor allem an Theodore Tate. Mit eingeschalteter Sirene fahre ich in Schordas Wagen zu meiner Frau. Zu meiner Frau, die zu sich gekommen und nun lebendiger ist als in den drei Jahren zuvor. Ich rase durch die Straßen von Christchurch, während ich das Lenkrad umklammert halte und mir durch das offene Fenster der Wind ins Gesicht bläst. Es herrscht kaum Verkehr, aber ich komme an jede Menge roter Ampeln, die ich einfach überfahre. Ich lächle und wahrscheinlich wird das Lächeln ein Monat lang nicht mehr aus meinem Gesicht verschwinden. Von meinem geistigen Auge laufen Bilder meiner Zukunft ab. Ich sehe sie auf der Windschutzscheibe, als wäre meine Fantasie ein Projektor und meine Augen wären die Linsen. Am Anfang wird es schwer werden. Bridget weiß nicht, dass unsere Tochter tot ist, dass die Benzinpreise um das Dreifache gestiegen sind und dass Hip-Hop überall auf dem Planeten seinen Siegeszug angetreten hat. Sie wird in einer neuen Welt zu sich kommen und der letzte Tag, an den sie sich erinnert, liegt drei Jahre zurück. In ihrer Wirklichkeit ist sie noch jünger, hat eine Zukunft und eine Familie. Vor ihr liegt eine schwere Zeit, doch es werden bessere Zeiten folgen. großartige Zeiten. Es wird nicht die Zukunft sein, die wir uns erträumt haben, aber wir werden eine Zukunft haben. Das Haus wird nicht mehr leer sein. Wir können uns eine neue Katze kaufen und vielleicht bekommen wir noch ein Kind. Noch ein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf sowas komme. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Noch ein Kind. Nein, ausgeschlossen. Ich weiß, was in dieser Welt mit Kindern geschieht. Ich werde auf keinen Fall noch ein Kind in diese Welt setzen. Trotzdem. Eins nach dem anderen. Zunächst einmal müssen wir mit dem Schmerz fertig werden. Jeder Gedanke an die Zukunft muss so lange zurückstehen, bis ich ihr die Gegenwart erklärt habe. Ich muss mich mit ihr hinsetzen und ihr von Emily erzählen. Sie in den Arm nehmen, während sie unseren Verlust betrauert. Aus den schmerzlichen Tagen, die vor uns liegen, werden schmerzliche Wochen und Monate werden. Ich werde sie mit auf den Friedhof nehmen und ihr das Grab unserer Tochter zeigen. Ich schüttle den Kopf. Der Spruch auf dem Hemd der Kellnerin in Froggy Steiner hat es auf den Punkt gebracht. Trotzdem sitzt mir mein Lächeln unverändert im Gesicht und mein Fuß hält immer noch das Gaspedal gedrückt. Mann, es ist ein gutes Gefühl. Ja, ein echt gutes Gefühl, zu einem Ort zu rasen, der nicht der Schauplatz von Tod und Verzweiflung ist. Als ich das Pflegeheim erreiche, sehe ich davor einen Streifenwagen. Er ist dort seit letzter Nacht. In seinem Innern hockt ein Beamter und hält Wache. Außerdem steht ein Krankenwagen in der Auffahrt und daneben ein BMW in neueren Baujahrs. Das Blaulicht des Krankenwagens ist eingeschaltet und ich habe keine Ahnung warum. Ich parke neben dem BMW. Am Heck des Krankenwagens steht Forster. Er ist eine 50, hat dunkelbraunes Haar und trägt eine Designerbrille. Er hat seine Krawatte gelockert und die Ärmel hochgekrempelt und sieht aus wie ein Schauspieler, der einen Fernseharzt spielt. Die Türen des Krankenwagens sind geschlossen und im Innern brennt Licht, doch ich habe immer noch das Lächeln im Gesicht. Warum steht er hier? frage ich und deute mit dem Daumen auf den Wagen. Gehen wir rein, sagt er. Ich schüttle den Kopf. Ich werde jetzt zu Bridget gehen, sage ich. Aber wie wäre es, wenn Sie mir erzählen, warum der Krankenwagen hier steht? Theo. Ich schüttle erneut den Kopf. Sie ist wach, Doktor. Sie ist wach und gesund. Bitte lassen Sie uns reingehen. Nein, erst wenn Sie mir sagen, dass es ihr gut geht. Erst wenn Sie mir sagen, dass der Krankenwagen nicht ihretwegen hier ist, erkläre ich und das Lächeln, dieses dämliche Lächeln ist immer noch in meinem Gesicht. Denn solange es dort ist, geht es meiner Frau gut. Der Krankenwagen rollt langsam an. Theo. Verdammt, sage ich, drängle mich ein Forster vorbei zum Wagen und lege die Hand auf den Griff der Hecktür. Theo nicht, sagt er und greift nach meiner Schulter, doch ich lasse mich nicht aufhalten. Ich öffne die Krankenwagentür und jetzt ist mein Lächeln verflogen. Im Innern mit einer Beatmungsmaske vorm Gesicht liegt Bridget. Neben ihr sitzen zwei Männer. Der Fahrer bringt den Wagen zum Stehen. Was zum Teufel, sagt einer der Männer, als ich versuche, in den Wagen zu steigen. Verdammt nochmal, raus hier! Theo, sagt Forster. Und diesmal kriegt er mich zu fassen und zieht mich zurück. Was ist hier los? Schaffen Sie ihn hier raus, sagt einer der Sanitäter, während der andere den Beatmungsbeutel drückt, um meine Frau mit Sauerstoff zu versorgen. Was? sage ich, doch mehr bringe ich nicht heraus. Bridgets Augen wandern in meine Richtung. Ihre weit geöffneten blauen Augen, sie starren mich an und verweilen zum ersten Mal seit drei Jahren auf meinem Gesicht. Sie streckt die rechte Hand ein wenig nach mir aus. Sie hat mich erkannt. Sie kann mich sehen und hat mich erkannt und ich strecke ebenfalls die Hand nach ihr aus und sie schaut mich an und durch mich hindurch in mein Inneres und sie stirbt und ich stehe im Heck des Krankenwagens, während Forster mich zurückzieht und der Wagen abermals anfährt. Raus hier, sagt der Sanitäter und diesmal stößt er mir gegen die Brust. Ich lande auf Forster und wir beide fallen unsanft auf die Auffahrt. Forster fängt meinen Sturz größtenteils ab. Trotzdem kehren meine Kopfschmerzen zurück. Die Tür des Krankenwagens schließt sich und der Wagen fährt davon, rast die Auffahrt hinunter, bis er nicht mehr zu sehen ist. Und als er auf die Straße biegt, fängt die Sirene an zu heulen. Tut mir leid, sagt Forster. Erzählen Sie's mir, sage ich und reibe mir die Schläfe, nur dass mir die Worte nicht so flüssig über die Lippen kommen, sondern gepresst und undeutlich. Bitte? Erzählen Sie's mir, sage ich und reibe mir die Schläfe, nur dass mir die Worte nicht so flüssig über die Lippen kommen, sondern gepresst und undeutlich. Bitte? Erzählen Sie's mir, hast gesagt. Ich reibe mir den Kopf und drücke die Augen zu und in der Dunkelheit sehe ich ein verblassenes Feuerwerk. Ich konzentriere mich auf die Wörter. Ich bin okay, sage ich. Ich versuche es erneut, konzentriere mich auf jedes einzelne Wort. Ich bin okay. Was ist mit Bridget? frage ich, während das Feuerwerk langsam verschwindet. Sie sind nicht okay. Haben Sie sich gerade den Kopf angeschlagen? Verdammt noch mal, Doktor, erzählen Sie es mir. Ihre Frau, sagte er. Sie wissen ja, Bridget ist vor 45 Minuten aus dem Koma erwacht. Sie hat allerdings nicht gesprochen, sagte er, und bewegt den Kopf langsam von rechts nach links, ganz langsam, so wie man es tut, wenn man schlechte Nachrichten hat. Sie ist zu sich gekommen und in den Flur gegangen. Die Schwester, die sie gefunden hat, dachte, sie würde mal wieder herumlaufen, doch dann hat Bridget sie in der Schulter gepackt und versucht, etwas zu sagen, aber sie brachte keinen Ton heraus. Sie war extrem erregt. Ist sie okay? Man hat mich angerufen und als ich hier eintraf, hatte sie sich wieder beruhigt. Sie hatte sich hingesetzt und trank Wasser. Ihre Augen wanderten umher, aber sie verstand nicht was. Sagen Sie mir einfach, ob sie okay ist. Sie verstand zwar nicht, was mit ihr passierte, aber geistig war sie da. Wir sagten ihr, wie sie ist und dass sie einen Unfall gehabt habe und dann wurde sie wütend. Wir dachten schon, wir müssten ihr ein Beruhigungsmittel geben. Verdammt nochmal, Doktor, ist sie okay? Frage ich und spüre Gallenflüssigkeit in meine Kehle steigen. Sollte er meine Frage verneinen, sollte er erklären, dass sie sterben wird, dann macht er besser, dass er hier wegkommt, dann sputet er sich lieber, als wäre der Teufel hinter ihm her. Er steht wieder auf und klopft sich seine Hose ab. Dann nimmt er meine Hand und zieht mich hoch. Sie hat einen Krampfanfall gehabt, sagt er. Bevor ich sie überhaupt untersuchen konnte, fing sie an zu krampfen. Wir konnten es nicht unterbinden. Darum haben wir einen Krankenwagen gerufen und dann hat sie einen Herzstillstand gehabt. Man kümmert sich jetzt um sie und jede Sekunde er hält inne. Er steht ernst um sie, sagt er. Sie wollten sagen, jede Sekunde zählt, sage ich. Theo, Sie haben mir gerade erklärt, dass ich meine Frau 20 Sekunden gekostet habe. so dürfen sie das nicht sehen. Ich hätte früher hier sein sollen, sage ich und denke an Cole und an Jones und ich finde, dass die Stadt mir einen Gefallen schuldet. Mann, 100 Gefallen. Verdammte Scheiß, ich hätte hier sein sollen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass so etwas passieren wird, Theo, und selbst wenn sie hier gewesen wären, wäre alles genauso. Das Einzige, was ich getan habe, ist, den Krankenwagen aufzuhalten. Theo, Sie konnten doch nicht wissen. Seine Worte werden leiser, während ich zurück zu meinem Wagen renne und jeder meiner wuchtigen Schritte heilt in meinem Schädel wieder. Ich habe das Gefühl, als müsste ich mich erneut übergeben. Ich rase ins Krankenhaus, fahre so schnell, wie ich noch nie gefahren bin. Passanten springen zur Seite, die Kopfschmerzen kommen und gehen wie Wellen, die gegen ein Felsen branden, die nächste ein wenig schwächer als die vorangehende, aber immer noch verdammt heftig. Beim Krankenhaus angekommen, parke ich vor dem Haupteingang und renne in die Notaufnahme. Im Empfang drängele ich mich an zwei Leuten vorbei, die mich daraufhin beschimpfen und zeige der Schwester hinterm Tresen meiner Marke. Ich fordere sie auf, mir die Sicherheitstür zwischen Wartezimmer und OPs zu öffnen und sie tut es. Dahinter kommt ein Arzt auf mich zu und sagt mir, ich solle mich beruhigen, dann fragt er, was ich möchte, ich erkläre es ihm. Er fordert mich auf, ihm zu folgen und er führt mich in das Wartezimmer, in dem Schroder und ich gestern mit Mrs. Hayward gesprochen haben. Diesmal bin ich der Einzige hier. Ich gehe im Zimmer auf und ab, setze mich für eine halbe Minute hin und gehe dann erneut auf und ab. Im Laufe der Jahre haben Menschen hier die erfreulichsten oder niederschmetterndsten Nachrichten erhalten. Nachrichten, die ihr Leben verändert haben. Nach fünf Minuten betrete ich den Flur. Hier gehe ich ebenfalls auf und ab und betrachte andere Menschen in unterschiedlichen Stadien des Schmerzes. Ich starre eine Frau auf einer Trage an, deren ausdruckslose Augen weit aufgerissen sind, seitlich an ihrem Gesicht und an ihrem Hals klebt Kotze und aus ihrem Mund hängt ein abgetrennter Schlauch. Eine Schwester zieht ihr einen Laken übers Gesicht. Was war mit ihr? frage ich. Als sich die Schwester zu mir umdreht, zeige ich ihr meine Marke. Meine Überdosis, sagt sie. Wir konnten nichts mehr für sie tun. Es ist wirklich traurig, sagt sie. Es ist immer traurig. Erneut gehe ich im Flur auf und ab, bin aber noch nicht weit gekommen, als Dr. Forster zu mir tritt. Er hat Schnitte und Schürfwunden an den Ballen seiner Hände, mit denen er unseren Sturz abgefangen hat. Theo, sagt er und schnauft leichter, als wäre er auf der Suche nach mir gelaufen. Ich habe mit den Ärzten gesprochen, sagt er. Bridgits Blutdruck ist gefallen und ihr Herz schlägt unregelmäßig, aber sie sind dabei, die Vitalfunktion zu stabilisieren. Was zum Henker soll das heißen? frage ich. Das heißt, ihr Körper ist kollabiert und die Ärzte versuchen gerade sie zu retten. Warum? Ich kapier's nicht, sie war doch bei Bewusstsein, oder? Er schüttelt den Kopf. Schon, aber jetzt nicht mehr. Ich habe keine Erklärung dafür. Sobald wir sie stabilisiert haben und sie untersuchen können, wissen wir mehr. Aber sie wird doch wieder, oder? Wenn das ihr vorbei ist, wird sie doch wieder gesund werden, wieder ganz die Alte sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich möchte sie sehen. Das geht nicht, sie ist gerade im OP, sie können jetzt nichts tun, sagt er. Ich werde hier nicht weggehen. Ich weiß, sagt er. Ich halte sie auf dem Laufenden. Und dann lässt er mich allein. Ich greife nach meinem Handy und stelle fest, dass ich zwei Anrufe von Schroder verpasst habe. Ich habe es nicht mal klingeln gehört. Ich rufe ihn zurück. Wie geht es ihr? fragt Schroder. Ich fange an, ihm von Bridget zu erzählen, muss mich aber setzen, denn meine Beine sind kurz davor, unter mir wegzusacken. Er hört mir zu, ohne mich zu unterbrechen, und als ich fertig bin, sagt er, es tue ihm leid. Was passiert mit Jones? frage ich. Kommst du wieder auf die Beine? fragt er. Es ist eine dumme Frage, aber er muss sie stellen und ich gebe ihm die Antwort, die er braucht. Ich werde schon wieder. Was ist jetzt mit Jones? Keine Ahnung. Man hat mich nach Hause gefahren, ich bin nicht mehr auf dem Laufenden, sagt er. Offensichtlich hast du eine Kopfverletzung, von der du nichts erzählt hast. Man will dir deinen Job zurückgeben und du machst dich aus dem Staub. Sie wollen, dass du zurückkommst. Sobald das hier vorbei ist, sage ich. Theo. Versprochen, sage ich. Es ist dein Gehirn, sagt er. Tu damit, was du willst und wenn du die Abteilung auf den neuesten Stand bringen möchtest, bevor du stirbst, ruf Detective Kent an, sagt er und legt auf. Ich rufe Kent an. Wie geht es ihrer Frau? fragt sie. Es geht dir gut, sage ich. Was ist mit Jones? Für ein paar Sekunden zögert sie. Jones scheint tatsächlich ein echter Hellseher zu sein, sagt sie. Denn obwohl er nicht telefonieren durfte, erwartete uns bereits sein Anwalt, als wir aufs Revier kamen. Ganz schön raffiniert. Aber vielleicht ist der ja auch Hellseher. Der Anwalt meint, Jones habe ein ums andere Mal bewiesen, dass er genau das ist, was er zu sein behauptet. Ein echter Hellseher, dem es ausschließlich um das Allgemeinwohl geht. Und in dieser Funktion habe Jones versucht, mit Hilfe seiner wunderbaren Gabe das Leben eines Mädchens zu retten. Niemand dürfe für so eine Heldentat zur Rechenschaft gezogen werden. Außerdem habe Jones nicht ahnen können, dass er in einen Hinterhalt platzen würde. Wow, wir müssen wohl froh sein, dass es jemanden wie Jonas Jones gibt, sage ich. Sie lacht. Ein kurzes, leises Lachen, so wie früher meine Frau manchmal am Telefon gelacht hat. Das sollten wir tatsächlich, zumindest wenn es nach Jones und seinem Anwalt geht. Wir haben ihn 15 Minuten in die Mangel genommen, ohne Ergebnis. Dann kam Stevens ins Zimmer und hat uns erwischt. Er hat Hutton und mich angewiesen, Jonas Jones, den Menschenfreund Schrägstrich Hellseher, freizulassen. Hutton gab zu bedenken, Jones habe uns daran gehindert, Cole zu schnappen. Doch Stevens meinte, wir könnten es nicht beweisen und hätten keine weitere Handhabe gegen ihn, auch wenn es unser gutes Recht sei, auf ihn sauer zu sein. Wir sollten uns lieber auf die Suche nach Cole konzentrieren, statt unsere Zeit mit einem Typen zu verschwenden, der mit den Toten redet. Hören Sie, ich habe Ariel Chancellor gefunden, sage ich. Was? Wo? Hier, sage ich, im Krankenhaus. Haben Sie mit ihr gesprochen? Nein. Das fällt jetzt eher in Jonas Jones Wirkungsbereich, sage ich und berichte ihr von der Frau mit der Überdosis. Als ich meine Augen schließe, sehe ich den Schlauch aus ihrem Mund hängen und die Kotze an ihrem Hals und dann sehe ich sie, wie sie mir heute Morgen in ihrer Wohnung aus ihrem Leben erzählt. Sie wird auf der Straße sterben, hat ihr Vater zu mir gesagt. Vielleicht hat sie genau in dem Moment, als er das ausgesprochen hat, ihr Leben ausgehaucht. Allerdings hat ihr Sterben schon an dem Tag begonnen, als James Whitby zwei unschuldige Mädchen durch einen Park gejagt hat. Ich schicke jemanden vorbei, der weitere Informationen sammelt, sagt sie. Steht das irgendwie in Zusammenhang mit Cole? Obwohl sie mich nicht sehen kann, schüttle ich den Kopf. Glauben Sie, sie hat es absichtlich getan? Ich lasse die Augen geschlossen und kneife mir mit meinen Fingern in den Nasenrücken. Ich sehe immer noch Ariel in ihrer Wohnung, wie sie sich einen Drink genehmigt, während sie mir erzählt, sie lebe in einem Traum. Wer weiß, sage ich. Und was ist jetzt euer nächster Schritt? Wir machen Schluss für heute, sagt sie. Wir können nichts weiter tun, als möglichst viele Streifenwagen loszuschicken. Was sollten wir auch sonst tun? Und jedem Haus in der Stadt klingeln? Vielleicht solltet ihr ein Paar der Hellseher zurückrufen, die sich bei Schroder gemeldet haben. Meinen Sie, es gibt einen speziellen Ausdruck für eine Gruppe von Hellsehern? Fragt sie. Also sowas wie eine Herde Kühe oder ein Schwarm Krähen? Bestimmt, sage ich. Und suche nach einem witzigen Spruch, nach einer geistreichen Bemerkung, doch mein Gehirn ist zu sehr damit beschäftigt, die Kopfschmerzen in Schach zu halten. Für ein paar Sekunden sagt sie keinen Ton und mich beschleicht das Gefühl, dass sie noch irgendetwas sagen will. Gibt es ein Problem? Die Hellseher, sagt sie. Also wir haben angefangen, sie zurückzurufen, weil wir ja irgendwas unternehmen müssen, nicht wahr? Richtig. Naja, sie haben uns nicht angerufen, weil sie Visionen hatten oder mit den Toten gesprochen haben, sondern als Zeugen. Caleb Cole hat sie einen nach dem anderen aufgesucht. Er wollte mit seiner Frau und seiner Tochter Kontakt aufnehmen. Mein Gott, sage ich und zucke bei dieser Information zusammen. Wenn wir sie früher angerufen hätten, sagt sie und lässt den Rest unausgesprochen. Es war Schrodas Aufgabe, sie anzurufen oder jemanden damit zu beauftragen. Doch sobald sich ein Wahrsager meldet, schaltet der Beamte am Telefon auf Durchzug und macht sich kaum noch die Mühe, Namen und Nummer zu notieren. Wahrscheinlich haben die Hellseher erzählt, sie hätten Caleb Cole gesehen und der Beamte am anderen Ende dachte, sie meinten, Visionen von Caleb Cole. Aber darum ging es ihnen gar nicht. Sie wollen, dass man ihnen Gehör schenkt, hat Schroder gesagt. Bringt uns das irgendwie weiter, frage ich. Wir nehmen Verbindung mit anderen Hellsehern auf, jetzt in diesem Moment und wir behalten Jones im Auge, falls Cole es auf ihn abgesehen hat. Was glauben Sie, was jetzt mit Schroder passiert, fragt sie. Keine Ahnung, sage ich. Und momentan bin ich viel zu müde, um so weit in die Zukunft zu schauen. Vielleicht sollte sie Jonas Jones fragen. Glauben Sie, dass es ein Job los ist, fragt sie. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, sagt sie. Ich muss jetzt losmachen, erwidere ich. Hören Sie, sagt sie, und in diesem Moment klingt sie wie Schroder, wie der gute alte Schroder, der die Hälfte seiner Sätze entweder mit Pass auf oder Hör zu beginnt. Ich soll ihnen was von ihm ausrichten. Er meint, keiner könnte es ihnen verdenken, wenn sie sich hier für ein paar Tage nicht blicken ließen und dass Stevens sehr angetan sei von dem, was sie geleistet haben. Er wird sein Versprechen, sie wieder einzustellen, bestimmt nicht brechen, auch wenn sie jetzt bei ihrer Frau bleiben würden. Und Schroder glaubt auch nicht, dass Stevens auf sie sauer ist, weil sie ihn angelogen haben, um ihn zu schützen. Okay, danke, Detective. Rebecca, sagt sie. Ich bin froh, dass es ihrer Frau gut geht. Wir sprechen uns morgen. Nachdem ich aufgelegt habe, gehe ich erneut dem Zimmer auf und ab, bis mir mein schmerzendes Bein zu verstehen gibt, dass ich mich besser setzen sollte. Ich stütze meinen Kopf in die Hände und starre auf den Boden, bis mir eben dieser Kopf signalisiert, dass die neue Haltung nicht gerade ideal ist, denn ich habe das Gefühl, als würde mein Gehirn gegen die Rückseite meiner Augen drücken. Hinter der Tür ringt Bridget mit dem Tod oder die Arzte ringen mit ihm. Meine Schwester kommt ins Zimmer und bietet mir einen Kaffee an. Das wäre klasse, sage ich, aber dann bringt sie mir doch keinen. Eine Stunde später tritt ein Arzt aus dem OP. Er geht auf mich zu und ich stehe auf und schwanke ein paar Sekunden vor ihm hin und her und in diesen Sekunden ist alles möglich. In diesem Moment verändert sich mein Leben, so wie es bei all jenen war, die vor mir hier gestanden haben. Ihrer Frau geht es gut, sagt der Arzt zu mir, und die Welt ist wieder in Ordnung. Beinahe hätte ich ihn umarmt. Mir kommen die Tränen. Und dann umarme ich ihn tatsächlich. Er klopft mir auf die Schulter und nach ein paar Sekunden drückt er mich fort. Wir haben sie stabilisiert, sagt er. Wir werden sie einige Tage hier behalten müssen. Außerdem möchte Dr. Forster ein paar Tests mit ihr machen, um herauszufinden, was passiert ist. Was ist denn passiert? frage ich. Er schüttelt kurz den Kopf. Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass ihre lebenswichtigen Organe ausgefallen sind und es für eine Weile auf das Messerschneide stand. Und was ist mit dem Koma? Er sieht mir fest in die Augen. Sie ist bewusstlos, sagt er. Und als sie noch wach war, hat sie keinerlei Reaktion gezeigt. Tut mir leid, aber mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber es ist doch gut, dass sie aufgewacht ist, oder? Hirnverletzungen sind eine komplizierte Sache, sagt er. Ich habe im Lauf der Jahre viele Fälle gesehen und in gewisser Weise sind sie wie Fingerabdrücke. Jeder ist anders. Kann ich zu ihr? Wir werden sie bald in ein Krankenzimmer verlegen, dann können sie für ein paar Minuten zu ihr, sagt er. Morgen wissen wir bestimmt mehr. Er dreht sich um und geht zurück in den OP und ich lasse mich auf den Stuhl fallen. Bridget geht es gut. Nach allem, was passiert ist. Sie wird wieder gesund. Ich lehne mich zurück und als ich mit dem Hinterkopf die Wand berühre, fängt der Raum an, sich um mich herumzudrehen. Ich werde von einem Gefühl tiefer Erschöpfung überwältigt. Die Decke über mir verschwimmt, wird scharf und wieder unscharf, bis nach 15 Minuten eine Schwester hereinkommt und mich zu meiner Frau bringt. Caleb Cole starrt an die Decke und schließt dann für ein paar Sekunden die Augen, bevor er sie wieder öffnet und erneut die Decke anschaut. Der Anblick ist fast unverändert. Er denkt über Jonas Jones nach. Ob der Hellseher ein Betrüger ist oder nicht, spielt keine Rolle. Er wurde verhaftet. Er kommt an ihn genauso wenig heran wie an Mrs. Whitby. Er denkt über sie nach, darüber, wie befriedigend es wäre, sie zu zerstückeln. Mit dieser Vorstellung schläft er häufig ein. Vor allem aber denkt er an den Mann auf dem Friedhof, Theodore Tate. Und dann kommt ihm eine Idee. Sie ist gut. Er hatte sie, als er während seines Gesprächs mit Tabitha meinte, sie solle Mrs. Whitby für ihn töten. Er steht vom Bett auf und geht in die Küche. Auf dieser Seite des Hauses fällt von den Straßenlaternen etwas Licht ins Innere, sodass er mehr erkennen kann. Er füllt ein Glas mit Wasser, setzt sich ins Wohnzimmer und geht nur kurz mit seinem Handy ins Internet. Sollte die Polizei seine Nummer nicht schon vorher gehabt haben, dann hatte sie sie spätestens, nachdem er die Pizza bestellt hatte. Es ist schon erstaunlich, wie viel Technik in so ein kleines Telefon passt. Allerdings ist es eine Qual, es zu benutzen. Er gibt Theodore Tates Namen ein. Sie waren zur gleichen Zeit im Gefängnis. Vier Monate haben sie im selben Knast gesessen. Caleb kann sich jedoch nicht erinnern, ihn je gesehen zu haben. Sie müssen in unterschiedlichen Flügeln untergebracht gewesen sein. Ein Ex-Korb hätte man nicht in einem Bereich untergebracht, wo man ihm Tag für Tag die Seele aus dem Leib geprügelt hätte. Tate hat bestimmt eine tolle Zeit gehabt, zumindest im Vergleich zu ihm. Er weiß also gar nicht, wie es im Knast tatsächlich zugeht. Caleb beneidet ihn darum. Vor drei Jahren hat Tate bei einem Unfall seine Tochter verloren. Ein Betrunkener hat sie zusammen mit ihrer Mutter überfahren, als sie aus einem Kino kam und über einen öffentlichen Parkplatz liefen. Die Mutter überlebte, falls man das so nennen kann. Und der Mann, der die beiden überfahren hatte, kam auf Gaution frei und verschwand. Den Artikeln zufolge hat er das Land verlassen. Caleb liest weiter. Er stößt auf den Fall eines Friedhofsmörders aus dem letzten Jahr, bei dem ein Psychopath beerdigte Leichen durch seine Opfer ersetzt hat. Und dann gibt es da noch den Fall aus diesem Jahr, bei dem ein Irrer Leute entführt und nach Grover Hills gebracht hat. Dieselbe Anstalt, in der einst James Whitby untergebracht war, die allerdings vor einigen Jahren geschlossen wurde. Theodore Tate. Er ist Polizist, dann Privatdetektiv, darauf Häftling, dann wieder Privatdetektiv und schließlich Polizeiberater und außerdem der Mörder böser Menschen. Je mehr er liest, desto mehr kann er sich mit ihm identifizieren und desto aufgeregter wird er. Die Sache sieht besser aus, als er gedacht hätte. Theodore Tate. Ehemann und Vater und so viel mehr, vielleicht sogar ein Mann, der sein ganz eigenes Monster in sich trägt, der den Mörder seiner Tochter zur Strecke gebracht hat. Ja, Theodore ist bestens geeignet für das, was er vorhat. Ich fahre durch die Stadt und wenn ich in eine Kreuzung komme, weiß ich manchmal nicht mehr, wie ich überhaupt dorthin gelangt bin. Für zehn Minuten stehe ich im Stau, doch das ist mir egal. Autos hupen, fädeln sich ein und wieder aus. Ich habe die Augen halb geschlossen und ich möchte nichts weiter, als nach Hause zu kommen und mich ins Bett fallen zu lassen. Mein Kopf tut etwas weh und ich massiere ihn, doch das hilft kaum. Schroder fährt einen Automatik, Gott sei Dank, denn wenn ich geistige Energie aufs Schalten verwenden müsste, würde ich einen Heulkrampf kriegen. Als ich mein Haus erreiche, lasse ich Schroders Wagen in der Auffahrt stehen. Im Gegensatz zu meinen Autoschlüsseln, die irgendwo in meinem Wagen auf der Wache liegen, habe ich meine Hausschlüssel noch bei mir. Ich schließe auf und trete ins Innere. Und das einzig Essbare, was ich hier finde, ist ein Brot im Gefrierfach, das sich dort seit letztem Jahr befindet. Ich schiebe mehrere Scheiben davon in den Toaster und während ich esse, starre ich durch das Hinterfenster auf die Stelle, wo ich meine Katze vergraben habe, nachdem ein Psycho sie einen Tag nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis getötet hatte. Ich stopfe den Toast in mich hinein, um das bohrende Hungergefühl zu bekämpfen. Für einen Kaffee ist es zu spät in der Nacht und die Zubereitung ist mir sowieso zu kompliziert, also begnüge ich mich mit Wasser. Ich greife in die Tasche und hole die Schmerztabletten hervor, die mir die Schwester nach dem Hundebiss gegeben hat. Ich nehme zwei davon und kippe den Rest in den Ausguss, denn ich möchte nicht das Risiko eingehen, davon abhängig zu werden oder irgendwelche Symptome zu unterdrücken, falls mit meinem Körper irgendetwas nicht stimmen sollte. Ich kann im Fenster mein Spiegelbild erkennen und ich sehe immer noch das Krankenhorstzimmer und meine Frau vor mir, die wie vor drei Jahren, als wäre das hier ein Science-Fiction-Film an medizinische Geräte angeschlossen ist. Ich saß an ihrer Seite und habe ihr die fünf Minuten, die man mir gewährt hat, die Hand gehalten in der Hoffnung, sie würde ihre Augen öffnen, obwohl mir klar war, dass das nicht passieren würde und genauso war es auch. Ich esse den Toast zu Ende und gehe ins Schlafzimmer. Dort lege ich mich ins Bett. Dann schalte ich die Lampe aus, schließe die Augen und warte darauf, dass die Pillen anfangen zu wirken. Heute Nacht spüre ich Bridgets Abwesenheit besonders stark. Die medizinischen Geräte, die Schleiche, all die Wissenschaft, die sie am Leben erhält. Es war so knapp. Sie war so knapp davor, wieder zurückzukehren. Was kommt als nächstes? Schlafen. Das kommt als nächstes. Morgen überlege ich mir alles Weitere. Noch bevor es an die Haustür klopft, höre ich draußen bereits Schritte. Ich werfe einen Blick auf den Wecker und stelle fest, dass ich erst seit zwei Minuten im Bett liege. Ich schließe die Augen und versuche, das Geräusch zu ignorieren. Aber es will mir nicht gelingen, obwohl ich mir große Mühe gebe. Ich ziehe mir das Kissen über den Kopf, aber das Klopfen hört nicht auf. So als hätte ich einen Specht in meinem Schädel. Da es Viertel vor drei ist, muss es wohl wichtig sein. Dann fällt mir plötzlich ein, dass es sich um einen Reporter handeln könnte oder noch schlimmer um einen Hellseher. Der Specht lässt keinen Zweifel daran, dass wer auch immer da klopft, sich nicht ignorieren lässt. Ich ziehe mir was über und schlurfe in die Diele. Dabei falle ich fast über meine eigenen Füße. Ich schaffe es kaum, meine Augen aufzuhalten. Als ich die Außenbeleuchtung einschalte, verstummt das Klopfen. Obwohl ich lediglich zwei Minuten im Dunkeln gelegen habe, tut das Licht weh. Ich stütze mich mit der Hand an der Wand ab. Wer ist da? Frage ich. Theodor Tate? fragt eine Stimme und ich kenne diese Stimme. Zunächst glaube ich, es wäre jemand aus dem Krankenhaus, der mir persönlich sagen will, was er mir auch telefonisch hätte mitteilen können. Doch mich beschleicht das Gefühl, dass mir diese Stimme von woanders her bekannt vorkommt. Und es ist ein unheilvolles Gefühl. Ja, sage ich, inzwischen etwas wacher, wenn auch nur unmerklich. Hier ist Caleb Cole, sagt die Stimme. Und bei der Antwort zieht sich mir der Magen zusammen und ich nehme meine Hand von der Wand und richte mich auf. Wenn Sie innerhalb der nächsten fünf Sekunden nicht die Tür öffnen, lege ich Ihnen ein totes Mädchen auf die Schwelle, dann können Sie sich darum kümmern. Mein Handy liegt im Schlafzimmer und ich bin unbewaffnet. Ich habe nichts weiter als zwei Arme, die ich kaum hochhalten kann und zwei Augen, die sich nur für einen Sekundenbruchteil blinzelnd öffnen. Ich meine es ernst, sagt er. Ich strecke die Hand aus und öffne die Tür. Sie schwingt nach innen auf. Caleb hält, wie er bereits angedeutet hat, Katie Stanton umklammert und er hat ein Messer in der Hand. Bei diesem Anblick bin ich schlagartig wach. Ich gehe rückwärts ein paar Schritte in die Diele und er folgt mir ins Haus. Egal, was jetzt passiert, ich sollte von ihr wegziehen und mir eine Geheimadresse besorgen. Während des letzten Jahres standen Serienmörder, verrückte Anwälte, Reporter und sogar meine Eltern vor meiner Haustür. Er tritt mit dem Fuß hinter sich und die Tür schwingt zu. Sie fällt allerdings nicht ins Schloss, sondern öffnet sich wieder einen Spalt breit. Hätte ich Ihnen bloß nicht mit dem Wagen geholfen, sage ich, denn dadurch habe ich es ihm ermöglicht, zu seinem nächsten Opfer zu fahren und Stanton und die Kinder zu entführen. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch offensichtlich weiß er nicht was. Also schließt er ihn wieder und nickt zustimmend. Machen Sie das Licht an, sagt er. Ich strecke die Hand aus und drücke auf den Lichtschalter. Und jetzt, frage ich, kann ich mich irgendwo hinsetzen? Ich nicke. Da lang, sage ich, drehe mich um und gehe los. Machen Sie keine? Ja, ich weiß, unterbreche ich ihn. Das sagten Sie bereits. Ich führe ihn ins Wohnzimmer. Ist das okay? Frage ich. Sicher. Setzen Sie sich auf die andere Seite des Tisches. Sie müssen Sie nicht mit dem Messer bedrohen, sage ich und starre auf die Klinge, die in den letzten Tagen so vielen Menschen so viel genommen hat. Ich werde nichts versuchen. Setzen Sie sich. wiederholt er. Dann sehen wir weiter. Haben Sie sie betäubt oder schläft sie? Frage ich und nehme Platz. Ihr geht's gut, sagt er und setzt sich ebenfalls. Das Mädchen legt er auf seinen Schoß. Sind Sie derjenige, der Octavia gefunden hat? Ich nicke. Und wie? fragt er. Ich bin zu Tabithas Haus gefahren, um mit ihr zu reden, aber sie hat nicht aufgemacht. Sie sind also bei ihr eingebrochen? Hören Sie, Caleb, ich bin viel zu müde und nicht gerade bester Laune. Wie wär's also, wenn Sie mir einfach sagen, was Sie wollen? Sie sind nicht der Einzige, der hier müde ist. Ja, aber ich bin der Einzige hier, der nicht ein Mädchen mit dem Messer bedroht. Was wollen Sie? Im Moment möchte ich, dass Sie mir erzählen, warum Sie zu Tabitha gefahren sind. Weil Sie Ariel Chancellor einen Brief geschrieben haben, in dem stand, dass sie Victoria Brown ins Koma befördert hat. Er denkt darüber nach, während er unablässig nickt. Das war dumm von mir, sagt er. Richtig, sage ich. Und nicht nur das, sondern auch das hier, sage ich mit ausgebreiteten Armen. Das alles hier ist dumm. Sie tun den falschen Menschen weh. Nein, es sind die Richtigen. Bis jetzt ist kein Unschuldiger gestorben. Was verdammt nochmal ist mit Ihnen los? Vier Menschen sind gestorben, sage ich. Drei davon haben lediglich ihren Job gemacht. Einen kannten sie nicht mal. Sie hätten ihren Job eben nicht auf diese Weise machen sollen, sagt er. Und dieses andere Arschloch hätte seinen Schwanz in der Hose behalten sollen. Was passiert eigentlich mit Tabitha jetzt, wo Sie wissen, was sie getan hat? Ich zucke die Achsel. Das liegt nicht in meiner Macht, erkläre ich. Wollen Sie, dass sie ins Gefängnis wandert? Nein. Warum? Weil es sinnlos wäre, sage ich. Was sie getan hat, war illegal, sagt er. Sie hätte fast eine Frau getötet, in gewisser Weise hat sie das sogar. Und Sie wollen, dass sie damit durchkommt, weil es aus Rache war. Ganz und gar nicht, sage ich. Nein, warum dann? Ich weiß keine Antwort. Bei den anderen ist das dasselbe, sagt er. Für mich jedenfalls. Ich tue es wie Sie, aus Rache. Und was ist mit Brandt Hayward, mit seinen Kindern? Haben die ihre Rache auch verdient? Diesmal ist es er, der keine Antwort weiß. Ich habe sonst keinen Menschen mehr, sagt er schließlich. Und Sie, frage ich und deute mit dem Kopf auf Katie, werden Sie ihr auch wehtun, um sich zu rächen? Falls es nötig ist, aber es muss nicht so weit kommen, wenn Sie mir helfen. Wie soll ich Ihnen helfen? Haben Sie den Mann getötet, der Ihre Tochter umgebracht hat? Er hat das Land verlassen. Haben Sie ihn getötet? Nein, ich glaube Ihnen nicht. Das ist mir egal. Sie haben drei Menschen getötet, sagt er. Ich fünf. Und alle waren Sie schlechte Menschen. Ich habe einen Menschen getötet, sage ich, obwohl es genau genommen vier waren. Und Sie sechs, darunter ein Polizeibeamter. Er war ein guter Mensch. Ich weiß, sagt er. Und ich bedauere es sehr, aber ich habe dafür bezahlt. Wir sind gar nicht so verschieden, wissen Sie? Wir bestrafen Menschen, die Böses getan haben. Nehmen Sie das Messer runter, sage ich. Wir stehen auf entgegengesetzten Seiten. Er tut es. Wir beide sind verschieden, erkläre ich, weil mir sein Vergleich nicht gefällt. Sehr verschieden sogar. Vielleicht, vielleicht auch nicht, sagt er. Wenn es Ihre Tochter gewesen wäre, hätten Sie mit James Whitby das Gleiche getan. Ich zeige Ihnen nicht, was ich denke, aber natürlich hätte ich es getan. Allerdings auf andere Weise. Es wäre niemand sonst in Mitleidenschaft gezogen worden. Und niemand hätte je davon erfahren. Es war nicht nur James Whitby, der Jessica getötet hat, sagt er. Sie alle zusammen waren es. Und was wollen Sie von mir, frage ich, denn ich weiß, dass es keinen Zweck hat zu diskutieren. Wissen Sie, was man James Whitby angetan hat, als er ein Kind war? Es steht alles im Gerichtsprotokoll des Tabitha-Jenkins-Prozesses. Ich weiß, dass seine Mutter ihn kaputt gemacht hat, sage ich, und dass James Whitby ihretwegen nie eine Chance hatte. Ich weiß, dass sie eine Anwärterin auf den Titel Schlimmste Mutter des Jahrhunderts ist und dass Sie sie umbringen wollen. Nicht mehr. Mit der Antwort hatte ich nicht gerechnet. Nein? Nein, sagt er. Ich will Sie nicht töten. Ich will, dass Sie es für mich tun. Bei dem Vorschlag muss ich fast lachen, doch er meint es ernst. Kommen Sie, Caleb. In Ihren Akten steht nichts davon, dass Sie verrückt sind. Warum glauben Sie, sollte ich das tun? frage ich und betrachte Katie und dann das Messer und ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt und das ist nicht schön. Sie werden es tun, weil Mrs. Whitby für all das ebenso verantwortlich ist wie die anderen auch, sagt er. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass sie es nach allem, was passiert ist, verdient hat, frei herumzulaufen. Dass sie eine Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte ziehen darf, das wäre nicht gerecht. Scheiße, das wäre nicht gerecht, sagte er und schlägt mit seiner flachen Hand auf den Tisch. Katie rührt sich nicht. Ich hatte gehofft, sie würde meine Sichtweise teilen. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen, sagte er und hält Katie erneut das Messer an die Kehle. Caleb. Es ist schon erstaunlich, was es heutzutage für Telefone gibt, sagte er und sein Themenwechsel verwirrt mich. Man kann so viel damit machen. Hier. Er schiebt mir ein Handy über den Tisch zu. Es gehört dem Arzt, ich möchte, dass Sie es nehmen. Ich habe schon ein Telefon. So eins wie das hier? fragt Cole. Ich betrachte das Handy. Nein, meins ist völlig anders. Mit meinem kann man telefonieren, vielmehr nicht. Kann man damit Videoanrufe machen? Ich schüttle den Kopf. Dann nehmen Sie es, sagt er. Sie haben 30 Minuten, um zu Mrs. Whitby zu fahren und sie zu töten und ich, sagt er, möchte dabei zusehen, wie Sie es tun. Ich werde Sie in 30 Minuten anrufen und dann zeigen Sie mir mit dem Handy, was Sie getan haben. Und Sie sollten es auch tatsächlich tun, denn wenn ich das Gefühl habe, dass sie noch lebt, werde ich dieses kleine Mädchen hier töten. Nein, das werden Sie nicht, sage ich. Sie ist genau wie Ihre Tochter. Er legt Catys Hand auf den Tisch und hält das Messer darüber, sodass die Klinge einen ihrer Finger berührt. Nicht, sage ich. Sie glauben nicht, dass ich ihr was antue, sagt er und runzelt die Stirn, während er den Kopf schüttelt. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, denn heute Morgen hätte ich genauso gedacht, doch jetzt sieht die Sache anders aus. Er fängt an, das Messer herunterzudrücken. Ich glaube Ihnen, sage ich und stehe auf. Meine Beine sind jetzt keineswegs mehr schwer und müde. Er richtet das Messer auf mich. Keine Bewegung, sagt er laut. Scheiße, Mann, keine Bewegung, setzen Sie sich wieder hin. Ich tue, was er verlangt. Meine Beine sind gespannt, bereit zum Sprung, aber sie zittern auch. Sie müssen nichts beweisen, sage ich. Sie irren sich. Ich bin ganz auf mich gestellt. Tabitha wollte mir nicht helfen, obwohl sie selbst Opfer war. Sie haben etwas Ähnliches durchgemacht und Sie wollen mir auch nicht helfen. Er drückt das Messer erneut gegen Katies Finger. Halt, halt, verdammt nochmal, Sie verstehen das alles falsch, sage ich. Sie tun den falschen Leuten weh, darum will Ihnen keiner helfen und wenn Sie ihr was antun, dann... Caleb drückt das Messer fester nach unten. Verdammt, hören Sie zu, tun Sie es nicht, sage ich und bewege mich erneut. Er schaut zu mir auf. Scheiße, Mann, wenn Sie sich nochmal bewegen, ist Sie tot. Doch ich setze mich nicht wieder, sondern bleibe stehen, die Beine gegen den Stuhl gepresst. Caleb! Ich mein's ernst. Scheiße, was habt ihr alle nur? Man bittet euch auf Knien und keiner will mir helfen, will mir glauben, was bleibt mir dann noch? fragt er mit hoher Stimme. Hä? Was? Bevor ich etwas erwidern kann, gibt er sich selbst die Antwort, die er hören möchte. Nichts, es gibt sonst nichts, das hier ist also deine Schuld. Er drückt das Messer fest nach unten. Caleb, Sie müssen das... Das Messer stößt auf Widerstand. Nicht tun! Mit einem dumpfen Geräusch durchtrennt die Klinge den kleinen Finger. Mein Gott, Caleb! brülle ich und stoße mit der Hüfte gegen den Tisch, als ich auf ihn zustürze. Aus Katys Hand spritzt Blut. Doch sie wacht nicht auf, zuckt nicht einmal zusammen. Sie schläft nicht bloß, sie ist betäubt, wie Melanie es heute Nachmittag war. Er hält ihr das Messer an die Kehle und während er sich bewegt, bewegt sich Katie mit ihm und ihr Finger mit ihr. Er hängt an der Unterseite an ein paar Hautfäden, die nicht durchtrennt wurden. Scheiße, keine Bewegung, zischt er. Und ich bleibe mit schmerzender Hüfte ein paar Schritte vor ihm stehen. Ich koche vor Wut. Sie, sage ich und weiß nicht weiter. Kein Schimpferhund würde für ihn ausreichen. Setz dich wieder hin, los! Oder du erlebst, wozu ich sonst noch fähig bin. Ich trete zurück zum Stuhl, den Blick auf Caleb gerichtet. Als ich mit den Beinen den Stuhl berühre, falle ich mehr auf die Sitzfläche, als dass ich mich setzen würde. Die Erschütterung lässt meinen Kopf vibrieren und hätte beinahe die Bestie geweckt, die ihre Hand auf dem Kopfschmerzknopf hat. Ich lege meine Arme vor mich auf den Tisch. Caleb! Er bemerkt ihren herabbaumelnden Finger, legt ihre Hand wieder auf den Tisch und lässt das Messer über die Hautfetzen gleiten. Ich kann nicht hinschauen und starre auf meine eigenen Hände mit ihren unverletzten Fingern. Würde ich damit jetzt eine Pistole umklammernd halten, wäre die Sache hier erledigt. Ich habe Mühe, stillzuhalten. Nichts zu tun, während ich dabei zuhöre, wie die Messerklinge über den Tisch gezogen wird. Aber was bleibt mir anderes übrig? Dazwischengehen? Nein. Ein Mann, der bereit ist, einem kleinen Mädchen einen Finger abzuschneiden, ist zu allem fähig. Das will er mir damit demonstrieren. Fertig, sagt er. Und der Finger ist ab. Ich habe nicht die Kraft, irgendetwas zu sagen. Ich starre ihn bloß an. Meine ganze Zuversicht ist verschwunden. Vorhin dachte ich noch, wir würden die Mädchen alle wohlbehalten zurückbekommen, aber jetzt? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Er steht auf und richtet das Messer auf mich. Von Katies Hand tropft Blut auf die Vorderseite seines Hemdes. In der Tischplatte ist eine Furche und sie ist voller Blut. Dreißig Minuten, sagt er. Und sollte Mrs. Whitby noch leben, wenn ich dich dann anrufe. Ich schwöre's dir. Dann gehen der Kleinen hier die Finger aus und das ist erst der Anfang. Caleb legt das Mädchen auf den Beifahrersitz des Wagens und hockt sich hinters Steuer. Er hat das Gefühl, als wäre seinem Magen ein Finger gewachsen, der ihn hinten an der Kehle kitzelt. Sein Hemd ist voller Blut, ebenso sein Gesicht und die Vorderseite von Katies Kleid ist ganz und gar davon durchtränkt. Seine Hände zittern so heftig, dass er beim Versuch, den Wagen anzulassen, den Schlüssel nicht ins Zinschloss kriegt. Er schaut zu dem Mädchen hinüber, auf ihre Hände und den Finger stumpf. In der Haustür steht Tate. Caleb ist kurz davor, sich zu übergeben. Nicht, ermahnt er sich. Dann startet er den Wagen. Er lässt den Motor aufheulen und wendet. Bevor er das Ende der Straße erreicht hat, steigt aus seinem Magen Gallenflüssigkeit auf. Ihm bleibt keine Zeit, rechts ranzufahren und er öffnet die Tür. Die Kotze sprudelt aus seinem Mund vorbei an der Hand, die er hochgenommen hat, um den Schwall zurückzuhalten, spritzt seitlich heraus zwischen seinen Fingern hindurch und verteilt sich über seinen Schoß und das Lenkrad, über die Tür und das Mädchen und kleine Brocken klatschen gegen die Windschutzscheibe. Sein Mund und sein Rachen brennen und für einen Moment kriegt er keine Luft mehr. Trotzdem fährt er weiter und zwingt sich, um die Ecke zu biegen, bevor er am Straßenrand hält, denn er will vor Tate keine Schwäche zeigen. Mein Gott, sagt er, und all die Menschlichkeit, die ihm im Laufe der Jahre abhandengekommen ist, kehrt jetzt wieder zurück. Die anderen hatten recht. Er tut diesen Kindern weh. Im Innern des Wagens stinkt es und er lässt das Fenster herunter. Und während er zu Katie rüberschaut, wischt er sich die Kotze vom Kinn, dann schüttelt er den Kopf und fängt an zu weinen. Es tut mir leid, sagt er, beugt sich zu ihr hinüber und nimmt ihre Hand. Es ist ein sauberer Schnitt, er kann den Knochen sehen, der an den Rändern allerdings gesplittert ist. Er sucht dem Wagen nach etwas, um es um den Finger zu wickeln, kann jedoch nichts finden. Also schaut er im Handschuhfach nach. Ebenfalls nichts. Schließlich schneidet er mit dem Messer ein Stück von seinem Hemd ab und bindet es so fest, er kann um den Stummel und die Hand. Er will ihr nicht länger wehtun. Er hat nicht den Nerv dazu. Aber ohne irgendeine Alternative, was soll er da tun? Sie hat einen Finger verloren. Und vielleicht verliert sie noch ein paar weitere, damit eine böse Frau von dieser Welt verschwindet. Das ist kein besonders hoher Preis. Er fährt weiter, bevor ihm nach einer Minute wieder schlecht wird und diesmal schafft er es, rechts ranzufahren. Er öffnet die Tür und beugt sich hinaus. Als er fertig ist, steigt er aus und zieht sein Hemd aus. Er knüllt es zusammen und schmeißt es auf die Straße. Dann wirft er einen Blick auf die Uhr. Es sind inzwischen fünf Minuten vergangen. Er braucht weitere zehn Minuten, um zu dem Haus mit den Mustermöbeln und dem gefesselten Doktor zu fahren. Er parkt in der Auffahrt und trägt Katie ins Innere. Nur damit du weißt, dass das hier nicht bloß ein Albtraum ist, aus dem du wieder aufwachst, sagt er zu Stanton und hebt dessen Tochter hoch, sodass er ihre Hand sehen kann. Stanton übergibt sich beinahe ins Klebeband und Laute, die eigentlich Wörter sein sollen, werden davon erstickt. Das ist alles deine Schuld, sagt Caleb. Ganz und gar deine verdammte Schuld, sagt er, und es ist wahr, so wahr. Er verlässt den Raum und trägt Katie in eines der anderen Schlafzimmer. Dort legt er sie vorsichtig hin, bettet ihren Kopf auf ein Kissen und deckt sie zu. Ihre Hand hat aufgehört zu bluten. Er ist froh darüber. Wenn sie aufwacht, wird sie wahrscheinlich ein paar Wochen lang ihre wirre Version des Alphabets vor sich hinsummen, während die Leute sie anlächeln und sagen, was für eine Schande. Aber sie wird darüber hinwegkommen. In zehn Minuten wird Theodore Tate Mrs. Whitby töten. Oder auch nicht. In dem Fall wird er Katie weitere Finger abschneiden, bis dieses böse, alte Miststück tot ist. Er muss. Er will nicht, aber er muss. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Mrs. Whitby muss bestraft werden. Und dann ist das hier alles zu Ende. Keine Frage. Denn dann gibt es nichts mehr zu tun. Als erstes gehe ich ins Schlafzimmer und hole mein Handy. Ich rufe Schroders Nummer auf, doch ich wähle nicht. Darf ich Mrs. Whitby töten, um das Leben eines fünfjährigen Mädchens zu retten? Es ist eine einfache Frage. Ja oder nein? Falls ja, wie soll ich es tun? Falls nicht, kann ich dann damit leben, dass Cole das Mädchen tötet? Ich setze mich im Wohnzimmer auf den Platz von eben und starre über den Tisch auf den Finger, der sich jetzt nicht mehr an Katie Stantons Hand befindet. Cole ist fort, meine Kopfschmerzen ebenfalls. Und ich tue das, wozu Cole mich zwingt. Ich frage mich, was das Geringere der beiden Übel ist. Ich frage mich, ob ich Mrs. Whitby töten kann, um Katie Stanton das Leben zu retten. In einer rationalen Welt wäre das eine einfache Rechnung. Man würde die ältere, böse Frau opfern, um das unschuldige kleine Mädchen zu retten. Mrs. Whitby hat ihren Sohn beinahe zu Tode geprügelt. Sie hat seine Brust und seine Beine mit einem Bügeleisen entstellt. Sie hat auf seinen Armen Zigaretten ausgedrückt und ihn mehrere Tage lang im Wandschrank eingesperrt. Sie hat einen Mörder aus ihm gemacht. Es ist also eigentlich eine einfache Rechnung, zumindest auf dem Papier. Aber das hier ist nicht auf dem Papier. Das hier ist die Realität und da kann man ein Menschenleben nicht gegen ein anderes eintauschen. Und selbst wenn man es könnte, würde die Person, die das tut, in den Knast wandern. Ich rufe erneut Schroders Nummer auf. Doch statt zu wählen, lege ich das Handy auf den Tisch. Dann gehe ich in die Küche, wo auf der Arbeitsfläche immer noch die Krümel liegen. Ich drehe den Hahn auf, fülle meine Hände mit Wasser und bespritze damit mein Gesicht. Meine Augen öffnen sich etwas mehr, doch mein Hirn ist immer noch genauso benebelt wie vorher. Ob ich nun müde oder munter bin oder voll auf Adrenalin, für die Lösung des Problems macht das keinen Unterschied. Wenn Mrs. Whitby in 30 Minuten noch am Leben ist, wird Cole Katie dann töten? Ich weiß nur, dass ich noch vor 5 Minuten dachte, er würde ihr keinen ihrer Finger abschneiden. Jegliches Verständnis, das ich für ihn hatte, ist verloren gegangen, als er die Klinge runtergedrückt hat. Und mit ihm das Profil, das wir von ihm erstellt haben. Cole ist verzweifelt. Und ein verzweifelter Mann ist zu allem fähig. Ich spritze mir noch mehr Wasser ins Gesicht, klammere mich an der Arbeitsfläche fest, bis meine Finger anfangen zu pochen, dann drücke ich mich nach oben und mein Spiegelbild im Küchenfenster, tut es mir gleich. Ich ziehe meine Schuhe an, lasse beide Handys in meine Tasche gleiten, schnappe mir eine Jacke und die Autoschlüssel. Und als ich auf die Haustür zugehe, höre ich, wie im Esszimmer die Katzenklappe aufschwingt. Ich laufe durch den Flur zurück und sehe, wie die Katze des Nachbarn auf den Tisch hüpft. Hey! brülle ich. Sie springt wieder herunter und rennt mit einem Ausdruck nackter Panik auf die Katzenklappe zu im Maul den Finger. Ich versuche, sie aufzuhalten, doch sie wechselt die Richtung und läuft ins Esszimmer zurück, und von dort ins Wohnzimmer. Ich stürze ihr hinterher, aber sie versteckt sich unter dem Sofa. Mensch, ich habe keine Zeit für sowas, die Uhr läuft! Ich kippe das Sofa um und die Katze stürmt an mir vorbei zur Tür. Ich greife nach ihr, kriege sie aber nicht zu packen. Doch sie dreht sich zu mir um und rennt gegen die Wand, worauf ihr der Finger aus dem Maul fällt. Sie schnappt danach, aber inzwischen bin ich fast bei ihr und sie faucht mich an. Ich klatsche laut in die Hände, worauf sie sich umdreht und nach draußen verschwindet. Ich hebe den Finger auf. Er ist leichter als gedacht, aber ich habe mir bisher wohl noch nie Gedanken darüber gemacht, wie schwer so ein Finger ist. Ich wickele ihn in eine Plastiktüte und lege ihn in den Kühlschrank. Ich nehme an, man sollte ihn kühl lagern, falls man noch eine Chance haben will, ihn wieder anzunähen, und im Gefrierfach würde er womöglich zu sehr Schaden nehmen. Womöglich kristallisieren die Zellen oder sowas. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ich weiß nicht, der Kühlschrank ist wohl immer noch besser, als wenn die verdammte Katze darauf herumkaut. Ich gehe raus zum Wagen und schalte das Blaulicht ein. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Shoulder anrufen? Und das Leben des Mädchens gefährden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass der Wagen die Distanz zwischen meinem Haus und dem von Mrs. Whitby immer weiter verkürzt. Ich sehe vor mir, wie das Messer durch Katies Finger schneidet und den Gesichtsausdruck, den Cole dabei gemacht hat. Und es war nicht das Gesicht eines Mannes, dem Spaß bereitete, was er da tat. Er wollte etwas deutlich machen. Würde er sie zu diesem Zweck auch töten? Ich weiß es nicht. Wenn ich Verstärkung anfordere, wird Cole sie dann töten? Und wenn er es tut, werde ich damit leben können? Und wenn ich Mrs. Whitby umbringen würde, könnte ich auch damit leben? Käme ich damit zurecht, wieder in den Knast zu wandern? Obwohl es egoistisch ist, auf diese Frage läuft es hinaus. Nein, ich käme nicht damit zurecht. Nicht, wenn Bridget wieder bei mir leben würde. Während ich weiterfahre, ziehe ich mein Handy aus der Tasche. Ich erreiche die Außenbezirke und rase hindurch, bis ich auf eine der Hauptstraßen komme, auf der mindestens 200 Autofreaks parken und den Verkehr blockieren. Scheiße! Ich fahre über den Mittelstreifen auf die leere Gegenfahrbahn. Weiter hinten kann ich die Blaulichter eines Feuerwehrautos und den orangefarbenen Schein eines Feuers erkennen. Ich rufe Schroder an. Es klingelt einige Male, bevor er abhebt. Theo, sagt er. Und im Hintergrund kann ich seiner Frau und ein schreiendes Baby hören. Sein Tonfall verrät mir, dass er mit schlechten Nachrichten rechnet. Dass ich ihm mitteile, Bridget sei gestorben. Ich brauche deine Hilfe, sage ich. Was ist los? Ich habe keine Ahnung, ob ich dich als Freund oder als Cop anrufe. Als Freund, Theo. Ich bin kein Cop mehr. Zumindest nicht heute Abend. Vielleicht sogar nie wieder. Dann also als Freund. Okay, Theo. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Was ist passiert? Caleb Cole war bei mir. Bitte was? Gerade eben. Ist er immer noch da? Nein, er ist wieder gefahren. Du hast ihn laufen lassen? Ich erzähle ihm, was passiert ist. Dafür brauche ich drei der dreißig Minuten, die Cole mir gegeben hat. In diesen drei Minuten komme ich an zwei brennenden Autos vorbei und an Schaulustigen, die einer Prügelei beiwohnen, sowie an einem lilafarbenen Wagen, der im Schleichtempo ebenfalls auf der falschen Seite fährt. Er hat zwei platte Reifen und dort, wo sich die Gummifetzen von den Felgen lösen und gegen die Neonlichter unten schlagen, sprühen Funken. Als ich's zu Ende erzählt habe, sagt Schroder keinen Ton, aber ich kann hören, wie er seine Packung Wake East aufschnippt und einen Moment später kaut er auf einer Tablette herum. Und? Also, du solltest Detective Kent anrufen oder direkt Stevens. Natürlich kannst du sie nicht töten, sagt er. Wann ist er weggefahren? Vor 18 Minuten, sage ich. Mir ist schon klar, dass ich das nicht tun kann. Wenn dir das klar wäre, hättest du mich vor 18 Minuten angerufen. Hör zu, Carl, ich weiß auch nicht, warum ich mich nicht gemeldet habe, okay, aber darum geht es nicht, sondern darum, was jetzt zu tun ist. Du kannst sie nicht umbringen. Ich weiß, das hast du bereits gesagt und ich hab dir erklärt, dass mir das klar ist. Wir müssen irgendwas inszenieren. Was anderes können wir nicht tun. Wir müssen Cole weismachen, dass wir sie getötet haben. Darauf wird er nicht reinfallen. Wenn er mich anruft, wird er einen Beweis sehen wollen. Und dann wird er von mir etwas verlangen, was wir nicht inszenieren können. Scheiße, Theo. Du hättest mich sofort anrufen sollen. Ich weiß, tut mir leid. Also, du kannst sie nicht töten. Mein Gott, Carl, hör auf, so zu tun, als würde ich das in Betracht ziehen. Okay, okay, tut mir leid, aber das kannst du nicht tun. Aber wenn ich es nicht tue, wird er Katie töten. Als er ihr den Finger abgeschnitten hat. Scheiße, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Siehst du, du ziehst es doch in Betracht. Sag mir, was ich tun soll. Wo bist du jetzt gerade? Ungefähr zwei Minuten von ihrem Haus entfernt. Okay, ich sitze jetzt in meinem Wagen, ich bin unterwegs. Das sagt mir aber immer noch nicht, was ich tun soll. Ich weiß es doch auch nicht. Scheiße, wir brauchen mehr Zeit. Ich sollte jedenfalls zu ihr fahren, oder? Selbst wenn wir irgendwas inszenieren, muss ich zu ihr. Okay, hör zu, ich verständige die Beamten vor Ort und sage ihnen, dass du unterwegs bist. Ich bin in zehn Minuten da. Sie werden nicht auf dich hören, schon vergessen? Lass das meine Sorge sein. Verdammt, Theo, du hättest früher anrufen sollen. Ich melde mich, sagte und legte auf. Mrs. Whitby wohnt in einem Viertel mit hübschen Häusern, hübschen Autos. Es ist keine wirklich teure Gegend, aber alles ist ordentlich und gepflegt. In einer ähnlichen Gegend wohnen auch meine Eltern, dort, wo ich aufgewachsen bin. Hier ist niemand reich und niemand arm. Hier wohnen ganz normale Familien, gefangen in den Mühlen des Alltags, einige mehr, andere weniger erfolgreich. Eine durchschnittliche Gegend. Es sind keine Streifenwagen zu sehen, denn das Haus dient immer noch als Köder. Allerdings ist es sinnlos, so zu tun, als wäre keine Polizei vor Ort. Cole weiß, dass Mrs. Whitby bewacht wird. Ich parke in der Auffahrt. Ich habe noch acht Minuten. In acht Minuten kann man eine Menge tun oder auch nicht. Ich klopfe an die Haustür und ein Officer öffnet und lässt mich herein. Sie ist im Schlafzimmer, sagt er. Ich muss mit ihr reden. Detective Schroeder hat gesagt, wir dürfen sie nicht mit ihr allein lassen. Detective Schroeder ist suspendiert, erkläre ich. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er uns angewiesen hat, sie nicht mit ihr allein zu lassen. Okay, sie ist betrunken, sagt er. Okay, voll bis oben hin, sagt er. Hab kapiert, sag ich. Ich glaube nicht, sagt er und schüttelt den Kopf. Da lang, sagt er und führt mich den Flur hin unter denselben Flur, durch den James Whitby gegangen ist, bevor er von seiner Mutter misshandelt wurde und bevor er dann Tabitha Jenkins misshandelte. Wir gehen am Partner des Officers vorbei, der im Wohnzimmer mit seinem Handy telefoniert. An den Wänden hängen weder Gemälde noch Fotos, nur Tapeten, die sich an den oberen Rändern lösen. Die Einrichtung im ganzen Haus sieht aus, als hätte sie schon 30 Jahre auf dem Buckel. An den Türen ist der Teppich ausgefranst von einer Katze, die hier mal gelebt hat oder immer noch lebt. In diesem Moment klingelt mein Handy. Es ist Schroder. Ich habe eben ein bisschen rumtelefoniert, sagt er. Und? Ich habe mit Barlow gesprochen, sagt er und er klingt panisch. Ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Er wollte es nicht glauben. Das gehe über das hinaus, wozu er Cole für fähig hielt. Er meinte, die Tatsache, dass er Katie einen Finger abgeschnitten hat, werfe all unsere Überlegungen über den Haufen. Was schlägt er vor? Nichts. Ich meine, warum sollte er was vorschlagen? Er würde seine Karriere riskieren. Also habe ich Stevens angerufen. Und? Er hat gesagt, dass du Mrs. Whitby nichts antun darfst. Sonst nichts. Ihm ist auch nichts Besseres eingefallen, wahrscheinlich aus demselben Grund wie Barlow. Wenn er einen Vorschlag macht, könnte er seinen Job verlieren. Er hat gesagt, weitere Kollegen seien unterwegs zu dir und ich solle mich dort nicht blicken lassen. Die Zeit ist fast um, sage ich. Ich weiß, ich weiß. Er wird sie töten, sage ich. Er wird dir die Finger abschneiden und dir dann das Messer in die Brust rammen. Ich weiß. Wir dürfen das nicht zulassen. Verdammt, Tate, geh nicht allein in das Zimmer. Das ist eine Anweisung. Von einem Freund? Warte. Warte einfach auf mich, okay? Ich bin fast da, nur noch ein paar Minuten. Okay. Ich mein's ernst, Tate. Warte auf mich. Mach ich. Versprich's mir. Ich versprich's. Gib mir mal den Officer. Ich reiche dem Kollegen das Handy. Er nimmt es ans Ohr und lauscht, sagt okay, während er nickt, dann gibt er es mir zurück. Man hat mich gerade abgezogen, sagt er. Was? Cole, komm nicht hierher. Es gibt keinen Grund mehr, hierzubleiben. Er wirft mir einen erleichterten Blick zu. Er hat keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber er weiß, dass es etwas Schlimmes ist und er hat gerade erfahren, dass er und sein Partner nichts damit zu tun haben werden. Er geht den Flur hin und ins Wohnzimmer. Ich höre, wie er seinem Partner mitteilt, was man ihm gerade gesagt hat, dann zuckt er mit den Schultern. Was sein Partner erwidert, kann ich nicht verstehen. Ein Moment später treten die beiden ins Freie. Sie schließen gerade die Haustür hinter sich, als draußen ein weiterer Wagen vorfährt. Ich schaue zur Schlafzimmertür, dann auf meine Uhr. Wir bleiben noch drei Minuten. Da wird die Haustür geöffnet und Schroder kommt herein. Ich kann meinen Wagen draußen am Straßenrand sehen. Ich bin mit seinem gefahren, also muss jemand Schroder zum Revier mitgenommen haben, wo er in meinen Wagen umgestiegen ist. Er trägt eine kurze Hose und sein Schlafanzugoberteil und er ist barfuß. Er schnauft. Seine Hände zittern, aber wohl nicht aus Angst oder weil ihm kalt ist. Es scheint eher, als stünde er unter Strom. Er kaut eine weitere von seinen Tabletten und er trägt wie immer seine Waffe. Sind wir alleine? fragt er, während seine Augen nach links und rechts wandern. Biss auf Mrs. Whitby. Warum hast du die Pistole dabei, Karl? Cole ist nicht hier. Ist sie da drin? fragt er und nickt hinüber zur Schlafzimmertür. Jep, die Pistole, Karl. Das Mädchen, sagt er und ignoriert weiter meine Frage. Wird Cole sie wirklich töten? Ich weiß es nicht. Er wird dir auf jeden Fall die Finger abschneiden, da bin ich mir sicher. Ich auch, sagt er. Wenn er fähig ist, einen abzuschneiden, dann bestimmt auch zehn. Schroder deutet mit dem Kopf erneut auf die Schlafzimmertür. Was für ein Miststück, Mrs. Whitby. Ich kann mich noch an sie erinnern. Ich weiß noch, wie ich mit ihr gesprochen habe. Schlimmer geht's nicht, sagt er. Hast du dir die Fallakte mal angesehen? Sie ist ein Monster, sage ich. Eins von der schlimmsten Sorte, sagt er und starrt mich an und ich kann förmlich die elektrische Ladung spüren, die aus ihm herausströmt. Die Haare auf seinem Arm haben sich aufgerichtet und er kaut immer noch an der Tablette. Seine weit aufgerissenen Augen wandern unruhig hin und her. Sie hat ihren Sohn ins Koma geprügelt, sage ich. Sie hat mit dem Bögeleisen auf ihn eingeschlagen. Er hätte dabei draufgehen können, sage ich. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Ich nicke, es geht mir genauso. Du weißt, dass sie nur ein paar Monate im Knast gesessen hat, fragt er. Ich weiß, sage ich. Das ist keine sehr harte Strafe, sagt er. Absolut nicht. Sie hätte mehr dafür kriegen sollen, man hätte sie nie wieder freilassen dürfen, sage ich. Das hier, mit ihr hat das alles angefangen. Es wäre nicht richtig, wenn sie ungeschoren davon kommen würde. Ganz genau, stimme ich zu. Die Dinge müssen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, Theo. In diesem Moment klingelt eines der Handys, ich senke den Blick. Es ist Stantons Handy. In unserem Job, sagt Schroder, erleben wir die abscheulichsten Sachen. Ja. Mein Gott, sagt er und legt den Kopf in den Nacken. Für ein paar Sekunden starrte die Decke an und als er mich wieder anschaut, habe ich das Gefühl, er kämpfe gegen seine Tränen an. Ich werde nicht, sagte er, dann schüttelte den Kopf. Ich könnte nicht, ich könnte es nicht ertragen, dass noch mehr Kinder sterben. Letzte Weihnachten habe ich mir geschworen, dass in meiner Schicht keine weiteren Kinder mehr sterben, sagt er. und ich weiß, dass er erneut jenen Moment durchlebt, als er wieder mal die schreckliche Erfahrung machen musste, dass ein Kind getötet wurde. Damals in der Badewanne, als ich fast ertrunken bin. Ich hätte damals den Dienst quittieren sollen, ich hätte alles hinschmeißen sollen. Karl, keine toten Kinder mehr, sagt er, kein einziges mehr. Das Telefon klingelt immer noch. Ich werfe einen Blick auf die Uhr, 30 Minuten sind jetzt um. Ich schüttle den Kopf und Schroder nickt. Er lächelt. Ein sehr, sehr trauriges Lächeln und dann kommen ihm die Tränen, nur ganz wenige. Nicht in meiner Schicht, sagt er und lächelt noch mehr. Gib mir das Handy, sagt er. Warum? Weil die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten sind, Theo. Darum, gib mir das Handy. Ich reiche es ihm. Er schaut es einen Moment an, als hätte er vergessen, wie man es benutzt. Im Display leuchtet die Nummer des Anrufers auf. Vier Minuten lang war ich tot, sagt er. Vier Minuten und da war nichts, gar nichts. Wenn diese Kinder sterben, kommen sie nicht an einen besseren Ort. Wir möchten das gerne glauben, aber das stimmt nicht. Das Einzige, was uns erwartet, ist ein gigantisches Nichts. Er nimmt den Anruf entgegen. Hier spricht Detective Inspector Karl Schroder, sagt er ins Telefon, während er sich streckt und sich die Augen reibt. Er hält jetzt seine Pistole so, dass er ein paar Finger frei hat, um sein Schlafanzug Oberteil zurechtzuzupfen, so als wollte er darin gleich zu einer Besprechung gehen. Ich höre Coles Stimme aus dem Lautsprecher. Wo ist Theodor Tate? Direkt neben mir. Geben Sie ihn mir, sagt Cole. Nein, ich bin jetzt Ihr Ansprechpartner. Wenn Sie ihn mir nicht geben, werde ich... Halt die Klappe, Caleb. Halt einfach die Klappe und schau dir das hier an, sagt Schroder und fummelt an dem Handy herum, schaltet es auf stumm und einen Moment später kann man auf dem Display sehen, worauf das Telefon gerichtet ist. Nämlich auf meine Füße, dann auf die von Schroder und auf den Türrahmen. Schließlich sieht man, wie Schroders Hand nach dem Knauf greift. Die Aufnahme ist unscharf und verwackelt. Beim Anschauen von Schroders Home-Videos muss man sich bestimmt übergeben. Karl, sage ich. Er schüttelt den Kopf und lächelt immer noch, dann zuckt er die Achseln. Manchmal müssen anständige Menschen schlimme Dinge tun. Karl! Halt den Mund, Theo. Das ist nicht deine Entscheidung. Du musst nicht damit leben, sagt er, und ich versuche nicht, ihn aufzuhalten. Ich halte mich zurück und sehe dabei zu, wie ihr die Schlafzimmertür öffnet und hineingeht. Im Zimmer brennt Licht. Ich kann erkennen, wie Mrs. Whitby sich im Bett aufsetzt. Sie hat den Mund geöffnet und die Augen geschlossen. Auf dem Nachttisch neben ihr steht eine leere Wodkaflasche und im Zimmer stinkt es nach Alkohol, Zigaretten und Katzenpisse. Sie trägt einen Morgenrock, der vorn über und über mit Flecken übersät ist. Schroder dreht sich zu mir um. Ich war es, sagt er. Was? Das mit dem Haftstrafenregister. Ich war es, der Coles Register überblättert hat. Ich meine, ich habe es mir schon angesehen, aber scheiße, ich war noch halb betrunken und verkatert. Du hattest recht. Ich hätte niemals in diesem Fall ermitteln dürfen. Ich habe mir die Fallakte zwar angesehen, aber ich war zu fertig, um zu merken, dass sie relevant war und jetzt... Tja, jetzt muss ich tun, was nötig ist, um das kleine Mädchen zu retten. Karl! Es stimmt und du weißt es. Wenn mir die Verbindung aufgefallen wäre, hätte das meiste von dem hier verhindert werden können. Wir hätten ihn schnappen können, als er sich Victoria Brown vorgenommen hat oder als er den Arzt entführt hat. Das weißt du nicht. Er seufzt. Doch, wir beide wissen es. Karl! Ich bin müde, Theo. Sehr müde. Und ich will einfach nur, dass das hier vorbei ist, sagt er. Dann schaltet er den Handy-Lautsprecher wieder an und schließt die Tür. Ich bleibe im Korridor stehen, schließe die Augen und warte auf den Schuss. Es dauert nicht lange. Fünf Sekunden. Aber sein Hall wälzt sich noch eine Weile wie eine Bowlingkugel durch meinen Schädel. Caleb schaut auf das Handy-Display und betrachtet wortlos die tote Frau auf dem Bett. Nur ein Schuss. Direkt ins Herz. Sie hat dabei die Augen aufgerissen und das Telefon angestarrt und es schien, als würde sich ihr Mund nach innen stülpen. Ihr blieb nicht mal die Zeit, sich mit der Hand an die Brust zu greifen. Stattdessen ist ihr Kopf dorthin zurückgesackt, wo er lag, als sie schlief und der Hals drückt gegen ihre riesigen Brüste. Sie liegt ungefähr so da wie vor einer Minute. Caleb hat keinen Zweifel, dass sie tot ist. Trotzdem. Ihm ist klar, dass alles auch nur inszeniert sein kann. Auf dem Nachttisch steht eine leere Flasche, sagt er. Was? Ich kann sie nicht hören. Auf dem Nachttisch steht eine leere Flasche, habe ich gesagt. Ich kann sie immer noch nicht hören, sagt Schroder. Geben Sie mir eine Minute. Sie wollen mich wohl verarschen. Was? Sie wollen mich wohl verarschen, habe ich gesagt. Caleb schreit es fast ins Telefon. Verraten? Was soll ich verraten? Verraten? Caleb antwortet nicht. Er betrachtet weiter die tote Frau auf dem Display und dann fängt das Bild an zu wackeln und das Handy wird höher gehalten. Er sieht, wie die Wand rauf und drunter schwankt und begreift, dass sich der Detective mit dem Finger im Ohr herumstochert. Wegen des Schusses, keine Frage. Durch den Schuss kann der Detective vorübergehend nichts hören, darum kann er ihn nicht verstehen. Darum muss er eine Minute warten. Die Minute zieht sich und er ist ganz aufgeregt. Der Richter ist ihm zwar durch die Lappen gegangen. nicht bei einem Mann, den alle für einen guten Menschen halten. Schließlich wird das Handy erneut bewegt und er kann die Seite von Schroders Gesicht erkennen, bevor dessen Ohr das Display ausfüllt. Offensichtlich hat er vergessen, dass Kamera und Freisprecheinrichtungen eingeschaltet sind. Was haben Sie gesagt? Auf dem Nachttisch steht eine Flasche. Und? Ich möchte, dass Sie sie nehmen und sie auf Ihrem Kopf zerschlagen. Was? Sie haben schon verstanden. Das werde ich nicht tun. Müssen Sie aber. Nein, muss ich nicht. Sie ist tot. Dann kann sie auch nichts spüren und es wird ihr egal sein. Nein. Ich muss sicher gehen, dass sie tot ist. Ach ja? Warum kommen Sie doch nicht einfach vorbei und schauen Sie sich verdammt noch mal an? Ich werde Sie nicht mit der Flasche schlagen. Caleb denkt darüber nach, nickt. Denkt weiter darüber nach, nickt erneut. Er glaubt dem Detective. Haben Sie einen Filzstift? Was? Einen Stift. Suchen Sie einen Stift. Ich habe einen dabei. Ich möchte, dass Sie ihr etwas auf die Stirn schreiben. Das werde ich auch nicht tun. Das werden Sie, Detective, weil ich Ihnen dann nämlich sagen werde, wo ich bin. In der Leitung ertönt ein Knurren. Aber klar doch. Sie können mir glauben, sagt Caleb und schaut hinunter auf das kleine Mädchen, dem er nie wieder etwas wird abschneiden müssen. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie ihr etwas auf die Stirn schreiben, können Sie und Theodore Tate mich mitnehmen. Ich gebe ihm ein Wort. Und Sie können damit Katie Stantons Leben retten. Und was ist mit Ihrem Vater? fragt Schroeder. Da habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Wenn Sie ihm nichts tun, kommen wir ins Geschäft. Wenn Sie schreiben, was ich will, krumme ich keinem der beiden ein Haar. Abgemacht? Was soll ich schreiben? Ich bin ein übles Miststück. Warum? Weil sie das war. Das wissen Sie. Das wissen wir alle. Warum sich da noch die Mühe machen, es hinzuschreiben? fragte Detective. Schreiben Sie es jetzt endlich hin? Oder gilt unsere Abmachung nicht mehr? Ein Moment. Erneut verändert sich das Bild. Caleb sieht Schroeders Hemd und dann für eine Weile nur das Bett. Schließlich wird das Handy wieder hochgenommen. Die Kamera zeigt jetzt Mrs. Whitbees Gesicht. Für ein paar Sekunden ist das Bild verwackelt und unscharf, dann kann man es deutlich erkennen. Auf ihrer Stirn stehen die fünf Wörter. Die Handschrift ist ordentlicher als seine, eine hübsche Blockschrift, doch Schroeder hat die Abstände nicht richtig hingekriegt, sodass die letzten Buchstaben in einem Bogen über ihr linkes Auge verlaufen und dabei kleiner werden. Gut, sagt Caleb. Und wo sind Sie? Werden Sie allein kommen, wenn ich es Ihnen sage? Nur Sie und Tate? fragt er, weil Schroeder das so von ihm erwartet. In Wirklichkeit ist ihm egal, ob er und Tate allein kommen oder in Begleitung einer Hundertschaft Polizisten. Ja. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Keine Spielchen mehr, Caleb. Sagen Sie uns einfach, wo Sie sind. In Ordnung, sagt er und entschuldet die Adresse des zum Verkauf stehenden Hauses, dann legt er auf und wählt die Nummer des Journalisten, den er vorhin schon hat, anrufen wollen. Er sagt ihm, wer er ist, doch er merkt, dass der Mann ihm nicht glaubt, also macht er ein Foto von Katie und schickt es ihm. Dann führt er ein paar weitere Telefonate mit einer Radiostation und einem Fernsehsender, dann führt er ein paar weitere Telefonate mit einer Radiostation und einem Fernsehsender und nennt ihnen ebenfalls die Adresse. Anschließend geht er zu Dr. Stanton. Er schätzt, ihm bleiben noch fünf Minuten. Fünf Minuten und dann ist alles vorbei. Schroeder öffnet die Tür und gibt mir das Handy. Ich habe den gleichen Blick ins Zimmer wie eben, als er es betreten hat. Mrs. Whitby liegt fast unverändert da in sich, zusammengesackt, als wäre sie betrunken, nur dass Schroeder ihr was auf die Stirn gekürzelt hat. Sag jetzt nichts, sagt Schroeder. Hast es richtig getan, sage ich und greife mir mit der Hand seitlich an den Kopf. Der Schuss rumpelt immer noch darin umher. Er wirft mir einen merkwürdigen Blick zu, dann schüttelt er den Kopf. Theo im Ernst, halt die Klappe, okay? Wir werden jetzt eine kleine Fahrt machen und ich will währenddessen kein einziges Wort von dir hören. Hast du kapiert? Hab kapiert. Wir treten hinaus auf die Straße. In den Nachbarhäusern brennt Licht, der Schuss hat die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Es ist das erste Mal, dass Schroeder einen Menschen getötet hat. Er hätte wahrscheinlich nie gedacht, dass er das mal tun müsste und ganz bestimmt nicht, dass es unter solchen Umständen geschieht. Er glaubte, er habe eine unschuldige Frau getötet, aber das stimmt nicht. Er hat eine gerettet. Die Schlüssel, sagt er und streckt seine Hand aus. Ich reiche ihm die Autoschlüssel und er gibt mir meine. Dann steigen wir in seinen Wagen. Ich frage ihn nicht, wohin wir fahren. Sein Handy klingelt und er greift in seine Tasche und legt auf, ohne überhaupt abzuheben. Darauf klingelt meins. Geh nicht ran, sagt er. Ich werfe einen Blick auf das Display für den Fall, dass es jemand aus dem Krankenhaus ist, doch dem ist nicht so. Es ist das Revier. Ich drücke den Anrufer weg und lasse das Handy in meine Tasche gleiten. Darauf fängt das von Schroder an zu klingeln. Er dreht es um, nimmt den Akku heraus und wirft alles auf den Rücksitz. Als mein Telefon erneut zu klingeln beginnt, starrte es an, bereit mit ihm dasselbe zu tun, doch ich gehe nicht dran und schalte es stumm. Für ein paar Minuten beobachte ich abwechselnd Schroder und starre nach draußen, wo die Nacht allmählich ihren Kampf gegen das Licht verliert. Langsam kehren die Kopfschmerzen zurück. In den letzten paar Minuten hat die Wirkung der Tabletten, die sie in Schach gehalten haben, nachgelassen. In der Ferne schimmerte Himmel dunkelblau. In einigen Stunden werden die Leute aufstehen und zur Arbeit gehen, sich dort schwer ins Zeug legen und produktiv sein. Aber im Moment schlafen die meisten noch, jeder in seiner eigenen Traumwelt. Einige werden von Monstern gejagt, andere begegnen Frauen, die sie aus dem Fernsehen kennen, einige fliegen umher und andere stürzen in die Tiefe. Wo fahren wir hin? Frage ich. Wir werden Caleb Cole verhaften und Katie Stanton retten. Und wie stellen wir das an? Er hat ihr nicht zufällig gesagt, wo sie sich befinden, oder? Er nickt. Zufällig hat er das. Was? Er hat mir die Adresse genannt. Glaubst du ihm? Frage ich und massiere meine Schläfe. Ja. Warum hast du mir das nicht erzählt? Das sagt er der Richtige, erwidert er. Wann bist du das letzte Mal mit deiner Sache gleich zu mir gekommen? Es ist alles Teil des großen Finales, sage ich. Egal, was er vorhat, es wird passieren, sobald wir dort aufkreuzen. Ich weiß, Theo, ich bin kein Vollidiot. Sein großes Finale ist der eigene Tod, damit rechnet jeder. Aber das wird nicht passieren. Dafür werden wir sorgen. Wenn wir dort sind, werden wir uns den Scheißkerl Leben schnappen, denn das ist das Letzte, was er will. Verstanden? Sicher doch. Was? Sicher doch, habe ich gesagt. Dazu, ich meine es ernst, Tate. Wir lassen diesen Wichser nicht so einfach davonkommen. Er wird wieder in den Knast wandern. Sicher, habe ich gesagt, okay, aber sollten wir nicht lieber Verstärkung anfordern? Hast du vergessen, dass man dich suspendiert hat? Er hat gesagt, wir sollen allein kommen. Das ist gefährlich, Karl, und dumm. Damit bringst du dich, um die letzte Chance, deinen Job zu behalten. Behalten? Was? Er schüttelt den Kopf. Ich kann dich hier absetzen, wenn du willst. Ich nehm's dir nicht übel. Karl, du baust gerade Scheiße, so läuft das nicht, wir sollten Verstärkung rufen. Schließlich schaut er zu mir rüber. Für etwa fünf Sekunden, was eine lange Zeit ist, wenn man bedenkt, dass er gerade einen Wagen steuert, der mit Vollgas durch die Gegend rast. Ich massiere mir noch fester die Schläfe. Mann, Theo, bist du okay? Und du? Hör zu. Wenn es anders herum wäre, würdest du dich auch nicht davon abhalten lassen, es auf deine Art zu machen. Das hast du immer getan, selbst dass du noch ein Kopf hast. Es musste immer auf Tates Art gemacht werden. Tate weiß alles besser. Tate muss sich nicht an die Vorschriften halten. Und jetzt machen wir es auf Schroders Art. Okay? Okay, verdammt nochmal, okay. Bist du sicher, dass bei dir alles okay ist? Ja, schnauze ich und reibe mir den Kopf. So langsam mache ich mir Sorgen, dass die Prophezeiung in Erfüllung geht, die mir der Arzt in der Notaufnahme auf das Rezept geschrieben hat. Schroder drosselt das Tempo und wirft einen Blick auf die Straßenschilder. Dann biegt er nach rechts ab und beschleunigt wieder. Hört nach einem Zu-verkaufen-Schilder-Ausschau, nach der Nummer 92. Okay, sage ich. Doch ich kann die Nummer nur verschwommen erkennen, wie alles um mich herum. Das Ding in meinem Kopf erwacht immer mehr zum Leben. Zehn Sekunden später entdeckt Schroder das Schild in einem Vorgarten. Ich sehe es erst, nachdem er abgebremst hat. Vor dem Haus kommt er zum Stehen. Ich reibe mir die Augen und kann nun etwas mehr erkennen. Ich hätte diese blöden Pillen nicht in den Ausguss kippen sollen. Wir brauchen gar nicht erst zu versuchen, unbemerkt hineinzukommen, sagt er. Er erwartet uns. Was sollen wir also tun? Wir gehen zur Haustür und klopfen an, ganz einfach. Und dann? Und dann machen wir es auf Schroders Art, sagt er. Doch bevor wir aussteigen können, tauchen hinter uns weitere Fahrzeuge auf. Die Medien sind hier, um Caleb Coles Verhaftung beizuwohnen. Stanton ist jetzt wach. In Kürze wird die Polizei hier eintreffen. Caleb hatte zunächst mit dem Gedanken gespielt, nur die Medien zu verständigen. Er konnte die Cops hier nicht brauchen. Andererseits kam er zu dem Schluss, dass sie den Lauf der Dinge nicht aufhalten konnten. Sie wissen nicht, was sie erwartet und müssen vorsichtig sein. Ihre Anwesenheit sollte kein Problem sein. Wenn überhaupt, dann besiegelt sie nur Stantons Schicksal. Caleb beugt sich über Stanton und entfernt seinen Knebel. Es hat mir Spaß gemacht, deine Töchter zu töten, sagt er. Du bist ein Tier, erwidert Stanton. Er weint und sein Gesicht ist rot. Aufstehen. Was? Aufstehen, habe ich gesagt. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Fick dich. Fick dich, du. Du. Tier. Das hast du bereits gesagt. Willst du mich etwa vor den Augen deiner letzten noch verbliebenen Tochter töten? Fick dich, habe ich gesagt. Das gefällt, Caleb. Stanton wird mutiger. Er ist wütend. Wenn du nicht aufstehst, werde ich Katie ausziehen und Nacktfotos von ihr ins Netz stellen. Stanton kniet sich hin. Ich bring dich um, sagt er. Scheiße, ich bring dich um. Caleb nickt. Falls ich dich am Leben lasse, Doktor, würdest du dann bei meinem Prozess den braven Leuten von der Jury erzählen, dass es nicht meine Schuld war, dass ich einfach nur durchgedreht bin? Du bist wahnsinnig, sagt Stanton. Gut. Caleb packt ihn an den Haaren und zieht ihn daran hoch. Und jetzt auf mit dir. Ihr führt den Arzt den Flur entlang vorbei an dem Schlafzimmer, wo Katie schläft, ins Wohnzimmer. Dort schaltet er das Licht an. Er drückt das Messer, das er fest um Klammert hält, an Stantons Kehle und dreht sich nicht. Worauf wartest du noch? fragt Stanton. Klappe, sagt Caleb. Es vergeht nur eine Minute, dann fährt ein Wagen vor. Er weiß nicht, ob es die Reporter oder die Bullen sind, aber das spielt auch keine Rolle. Vorwärts, sagt er und schiebt Stanton Richtung Tür. Der stolpert vorwärts und als er die Tür erreicht, bleibt er stehen. Caleb dreht sich zusammen mit dem Arzt herum, sodass er selbst mit dem Rücken zur Tür steht und Stanton in den Flur blickt. Und jetzt, fragt Stanton, Jetzt solltest du um dein Leben flehen, sagt er und durchschneidet die Fesseln an Stantons Handgelenken. Sofort nimmt der Arzt die Arme nach vorn und reibt sich die Wunden stellen. Ich werde dich töten und dann deine Tochter, sagt Caleb. Dreh dich um. Stanton dreht sich um. Sie stehen nur einen Meter auseinander. Cole tritt zu ihm und lässt das Messer fallen. Mit einem dumpfen Geräusch landet es auf dem Teppich, vielleicht etwas näher bei Stanton als bei ihm. Beide Männer halten einen Moment inne und starren einander an. Cole wartet auf eine Reaktion von Stanton. Und mit einer blitzartigen Bewegung greift dieser nach dem Messer. Caleb tritt danach, sodass es hinter Stanton in den Flur schlittert. Der Arzt stürzt hinterher. Und Caleb lächelt. Er greift hinter seinem Rücken nach dem Knauf und öffnet die Tür. Es läuft perfekt. Einfach perfekt. Stanton schnappt sich das Messer und richtet es auf Caleb. Ich werde dich töten, sagt er triumphieren und schüttelt den Kopf. Scheiße, Mann, ich werde dich zerstückeln. Caleb tritt durch die Tür auf die Veranda und wendet sich zur Straße. Dort stehen zwei Transporter und davor Leute mit Kameras. Er hebt die Arme in die Luft, die Hände ein gutes Stück vom Körper entfernt, die Innenflächen nach vorn gedreht. Auf dem Fußweg kommen Tate und ein Detektiv auf ihn zu. Er hat Stanton immer noch den Rücken zugekehrt und wartet. Er wartet darauf, dass dieser Wichser auf ihn einsticht, wartet auf den Tod, den ihm das Messer bringen wird. Vor den Augen der Cops und der Reporter wird Dr. Nicholas Stanton einen unbewaffneten Mann töten. Einen Mann, den er für den Mörder seiner Töchter hält. Er wird sich dafür verantworten müssen und es wird einen Prozess geben. Man wird ihn für schuldig befinden, so wie man Caleb vor 15 Jahren für schuldig befunden hat. Und dann wandert er ins Gefängnis. Und dort wird man ihn zusammenschlagen und vergewaltigen und dieselben Arschlöcher mit einer Abneigung gegen Körpersymmetrie werden ihm immer wieder die Finger brechen. Und dann wird Nicholas Stanton endlich begreifen, was es bedeutet, sich in Caleb Coles Rolle zu versetzen. Woher zum Henker wussten die Bescheid? fragt Schroder. Wir steigen aus dem Auto. Hinter uns stehen zwei Übertragungswagen und wir wissen nicht, ob Cole im Haus ist, wer tot ist und wer lebt oder ob Cole sich widerstandslos ergeben wird. Wie auf ein Stichwort öffnet sich die Haustür. Und Cole macht vier Schritte vorwärts und hebt die Arme. Er schaut in unsere Richtung, doch die Scheinwerfer der Übertragungswagen und Kameras leuchten ihm ins Gesicht, sodass er uns nicht von den Journalisten unterscheiden kann. Die anderen gehen auf ihn zu. Cole hat die Schultern hochgezogen, als ob ihm kalt wäre oder er damit rechnen würde, dass man auf ihn schießt. Schroder hebt seine Waffe und ich gehe zur Seite. Doch Cole beachtet mich nicht und tritt auch nicht weiter vor. Er hat den Blick nach vorn gerichtet und blinzelt heftig, um etwas erkennen zu können. Keine Bewegung, brüllt Schroder ihn an. Ich bin unbewaffnet, schreit er zurück. Ich stelle mich nicht schießen. Detective, brüllt einer der Reporter, dürfen Sie überhaupt hier sein? Ich werfe einen kurzen Blick über die Schulter, um mich zu vergewissern, dass Schroder nicht das Feuer auf die Reporter eröffnet. Dann renne ich über den Rasen auf das Haus zu. Ich erreiche die rechte Vorderseite des Hauses, die nicht mehr in Coles Sichtfeld liegt. Gegen die Wand gedrückt, schiebe ich mich in Richtung Haustür. In diesem Moment tritt Dr. Nicholas Stanton ins Freie. Er taumelt, macht große Schritte. Er trägt einen Schlafanzug, ähnlich wie der von Schroder, nur das seiner voller Blutflecken und Kotze ist. Seine weit aufgerissenen Augen blicken wild umher und sein Gesicht ist zur Grimasse erstarrt. Er hält ein riesiges Messer in der Hand, das ich erst sehe, als er den Arm hebt, um seine Augen vor dem Licht der Scheinwerfer abzuschirmen. In ihrem Schein hebt er sich von der Umgebung ab und wirkt in seiner Pose wie ein Geistesgestörter. Angesichts des Trubels und der vielen Leute weicht er ein wenig zurück, er scheint verunsichert. Dann entdeckt er Cole, fixiert ihn mit seinem Blick. Sein Gesicht ist jetzt noch angespannter und er geht vorwärts. Er stampft laut auf. Cole muss ihn hören, doch er dreht sich nicht um, rührt sich nicht. Er hat die Schultern immer noch weit hochgezogen. Dann kapiere ich. Das hier ist das große Finale. Cole will, dass man ihn ersticht. Er will, dass Stanton ihn vor den Augen aller tötet. Er will, dass der Doktor in den Knast wandert, weil er einen unbewaffneten Mann umgebracht hat. Schroder brüllt Cole weiter zu, er solle sich nicht bewegen. Von seiner Position aus kann er Stanton nicht erkennen, denn Cole versperrt ihm die Sicht. Ich arbeite mich weiter vor. Alle sind wie in den Schein der Kameralichter getaucht und werden für die Nachwelt festgehalten. Schroder muss brüllen, damit man ihn bei dem geplapperten Reporter versteht. Mir dröhnt der Schädel, doch ich weiß, in einer Minute ist das hier alles vorbei. Tun Sie es nicht, rufe ich Stanton zu. Hände oben lassen, sagt Schroder zu Cole und bewegt sich langsam vorwärts. Ebenso die Nachrichtenteams. Sie stellen die Scheinwerfer und Kameras bereit, während wir für die Action sorgen. Ihre Kinder sind noch am Leben, erkläre ich Stanton. Ich bin jetzt nur noch drei Meter von ihm entfernt. Cole wirft mir einen Blick zu, runzelt die Stirn, dann schaut er wieder Richtung Kameras. Ich habe sie umgebracht, sagte so laut, dass Stanton und ich es zwar hören können, aber die Reporter nicht. und eine von ihnen vergewaltigt. Er hat ihn nicht geschahen, sage ich und merke, dass ich nicht richtig sprechen kann. Scheiße! Du hast meine Kinder getötet, sagt Stanton, der mich nicht hört und nur Augen für Cole hat. Und es hat mir Spaß gemacht. Stanton macht einen letzten Schritt nach vorn. Ich versuche ihn zu erreichen, doch ich schaffe es nicht, nicht in der Zeit, die Stanton braucht, um zuzustechen. Falls er Cole mitten im Rücken erwischen wollte, hat er fast ein Volltreffer gelandet. Falls er so kräftig zustoßen wollte, dass die Klinge bis zum Griff in seinen Körper dringt, ist ihm das weniger gut gelungen, denn sie bleibt an einem Knochen hängen und dringt nur bis zur Hälfte ein. Er zieht das Messer wieder heraus, während Cole auf die Knie sinkt und jetzt hat Schroder freie Sicht auf das Geschehen. Lassen Sie das Messer fallen, ruft er und richtet die Waffe von Cole auf Stanton, dann wieder auf Cole und schließlich erneut auf Stanton. Ich nähere mich dem Arzt bis auf zwei Schritte. Ich schreie und konzentriere mich ganz auf meine Worte, um ihm zu sagen, dass es seinen Kindern gut geht. Ich strecke meine Arme aus, die Handflächen nach außen und er dreht sich zu mir um, dieser wilde Mann mit seinen wilden Haaren, dem die Augen fast aus dem Schädel treten. Schicke, schicke, sage ich. Er sieht mich an und hatte ich die geringste Ahnung, was ich sagen will. Er hebt das Messer und diesmal zielt er auf Coles Nacken. Ich mache einen letzten Schritt, packe mit meiner linken Hand sein Handgelenk und ziehe ihn nach vorn, worauf wir beide zu Boden gehen. Ich spüre, wie die Nähte an meinem Bein aufplatzen und wie der Druck in meinem Schädel zunimmt. Die Warnung des Arztes treibt in meinem Kopf auf einem Meer aus Schmerz. Stanton stößt mich von sich herunter und ich rolle auf die Seite. Er setzt sich halb auf und merkt, dass er das Messer immer noch in Händen hält. Er schaut zu Cole, dann zu mir und krabbelt auf Cole zu. Ich rapple mich auf und versuche ihn festzuhalten. Er sieht mich erneut an, dann holt er mit dem Messer nach mir aus. Mir bleibt keine Zeit mehr auszuweichen und Schroder eröffnet das Feuer auf ihn. Der Schuss setzt in meinem Kopf mehrere Kettenreaktionen in Gang. Zunächst stellen die Nervenverbindungen zwischen meinen Augen und dem Gehirn die Arbeit ein. Ich stehe im Dunkeln, ohne zu wissen, was gerade passiert. Dann wird ein Schalter umgelegt und ich kann wieder sehen, habe aber schreckliche Schmerzen. Ich taumle seitwärts und halte mir den Kopf, als wäre ich es, der die Kugel abgekriegt hat. Die Scheinwerfer der Nachrichtenteams leuchten in unterschiedliche Richtungen, während alle in Deckung gehen. Ich lehne mich gegen die Hauswand. Cole dreht sich zu uns um. Nein, schreit er, immer noch auf den Knien. Nein, ruft er erneut und zwischen seinen Lippen bläht sich eine Blase aus Blut und zerplatzt. Er verliert das Gleichgewicht und fällt von über. Die Rückseite seines Hemmles ist blutdurchtränkt. Er stürzt zu Boden und bleibt mit dem Gesicht auf dem Fußweg liegen. In der Zwischenzeit versucht Stanton sich hochzurappeln, aber es will ihm nicht recht gelingen. Die Vorderseite seines Schlafanzugs hat sich an der rechten Schulter rot verfärbt. Ich halte mir die Hand vor eines der Augen, denn das lindert die Schmerzen von dem, was auch immer mein Hirn gerade anstellt. Stanton versucht, das Messer aufzuheben, doch sein Arm verweigert ihm den Dienst. An seinem Gesicht kann ich erkennen, dass er Koordinationsschwierigkeiten hat. Er versucht es trotzdem weiter und benutzt seinen unverletzten Arm, um es aus der unverletzten Hand an seinen verletzten Arm zu nehmen. Er schaut sich um und fuchtelt mit dem Messer herum, richtet es auf die Medien, Leute auf Schroder und dann auf mich. Offensichtlich bemerkt er Cole nicht. Als er das Messer auf mich richtet, gibt Schroder einen zweiten Schuss ab. Ich kann nicht sehen, wo Stanton getroffen wird, aber die Kugel lässt ihn augenblicklich innehalten. Er schaut an seinem Körper herunter, dann zu mir und seine Augen werden wieder klar. Ich versuche mit ihm zu reden, ihm zu sagen, dass es seinen Kindern gut geht, doch ich bringe die Wörter einfach nicht heraus. Sie wiegen zu schwer und was ich herausbringe, ergibt keinen Sinn. Schroder tritt zu uns. Er kickt das Messer fort und hilft mir unter Stanton hervor. Bist du okay? fragt er. Ich nicke. Er nimmt sein Handy und ruft einen Krankenwagen. Zwei Krankenwagen. Die Pistole hält er weiter umklammert. Einige der Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet, andere auf mich und einige auf Cole und Stanton. Überall ist Blut, das macht sich gut im Fernsehen. Er hatte nie vor, ihren Kindern etwas anzutun, sagt Schroder zu Stanton, nachdem er aufgelegt hat. Ich, ich verstehe nicht, stammelt der Arzt und er wirkt, als wäre er gerade aus einem Traum erwacht. Es geht ihnen gut, erklärt Schroder. Und Katie? Ihr auch, da bin ich mir sicher. Er, er hat dir einen Finger abgeschnitten. Ich weiß, aber mehr nicht, sagt Schroder, als wäre ein Finger eine Lappalie. Er, er hat sie nicht getötet? fragt Stanton. Nein, sage ich, und es ist das erste Wort, das ich wieder deutlich ausspreche. Ich hätte, sagt er und fängt an zu husten. Als er wieder zu Atem kommt, lächelt er. Ich hätte es wissen müssen, sagt er, und dann sagt er nichts mehr, sondern schaut er leichter zu uns hoch und das Lächeln ist immer noch da, als fünf Minuten später der Krankenwagen eintrifft. Bist du sicher, dass mit dir alles okay ist? fragt Schroder. Mir geht's gut, sage ich, obwohl ihm klar sein dürfte, dass dem nicht so ist, wenn er mich vorhin hat, sprechen hören. Okay, sagt er und klettert zu Caleb Cole in Sack des Krankenwagens. Ich fahre mit Schroders Wagen hinterher. Ich habe einen der Sanitäter um das stärkste Schmerzmittel gebeten, das sie haben, und er hat mir zwei Tabletten gegeben, doch die Kopfschmerzen wollen nicht verschwinden. In meinen Ohren klingelt es immer noch von den Schüssen. Einige der Reporter bleiben beim Haus, andere folgen uns und es tauchen weitere Übertragungswagen auf, nachdem sich die Geschichte herumgesprochen hat. Als wir die Klinik erreichen, halte ich hinter dem Krankenwagen, in dem Cole liegt, und sehe dabei zu, wie der Wagen in der umgekehrten Reihenfolge entladen wird, indem man ihn beladen hat. Zügig wird Cole in die Notaufnahme gebracht. Dann fährt der zweite Krankenwagen vor und man macht mit Dr. Stanton dasselbe. Seine Tochter wird herausgetragen und ebenfalls schnell ins Gebäude gebracht. Bei Katies Anblick fällt mir ein, dass ich noch ihren Finger im Kühlschrank habe. Ich starte den Wagen und mache mich auf den Weg nach Hause. Die Autofreaks sind offensichtlich heimgefahren. Die einzigen Leute, die jetzt noch unterwegs sind, kommen von der Nachtschicht oder müssen früh zur Arbeit. Zu Hause sehe ich gerade noch den flauschigen Schwanz und die zwei schwarzen Beine der Katze, die vom Hintereingang fortrennt. Ich nehme den Finger aus dem Kühlschrank. Er fühlt sich kalt und fest an und ich stopfe ihn in meine Tasche. Doch das ist keine gute Idee, denn meine Körperwärme könnte ihn beschädigen. Ich schenke mir einen Schluck Wasser ein und stehe mit geschlossenen Augen an der Spüle, während ich versuche, Kraft meiner Gedanken die Kopfschmerzen zu vertreiben, doch es will mir nicht gelingen, denn das Ding, das dort haust, möchte nicht länger ignoriert werden. Ich habe immer noch das Klingeln in den Ohren. Mit dem Finger auf dem Beifahrersitz fahre ich zum Krankenhaus zurück und unterwegs bietet sich mir derselbe Anblick wie eben, nur in umgekehrter Reihenfolge und vor hellerem Hintergrund. Als ich das Krankenhaus erreiche, kann ich keinen freien Parkplatz finden. Überall stehen Polizeifahrzeuge und Übertragungswagen, sodass ich mein Auto auf der anderen Straßenseite am Rand des Hagley Parks abstellen muss, jener riesigen Grünfläche inmitten der Stadt, auf der selbst um diese Zeit ein paar Jogger gemächlich ihre Runden drehen. Die Schwester, mit der ich bereits gesprochen habe, als ich meine Frau besucht habe, öffnet mir die Türen. Ich halte den Finger in die Höhe und zeige ihn dem ersten Arzt, der mir über den Weg läuft, während ich ihm erkläre, wem er gehört. Er nimmt ihn an sich und eilt davon. Ich suche das Wartezimmer auf, in dem ich vorhin schon einmal war. Dort hockt Schroder, zusammen mit ein paar anderen Cops. Ich setze mich neben ihn. Wir wechseln kein Wort. Einige der Kollegen unterhalten sich. Schroder starrt bloß vor sich hin und ich weiß, dass er vor seinem geistigen Auge immer wieder die Schüsse abspult. Erst den auf Mrs. Whitby, dann die auf Dr. Stanton und ich rufe sie mir ebenfalls noch einmal ins Gedächtnis, während ich mich frage, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. So verstreicht eine Stunde. Niemand kommt, niemand geht. Das, was ich von meinem geistigen Auge sehe, wird nicht besser, aber die Kopfschmerzen verschwinden wieder. Und mir fällt kein anderes Szenario ein, das funktioniert hätte. Schroder starrt weiter die Wand an. Schließlich schaue ich auf meinem Handy nach, ob ich einen Anruf verpasst habe. Es sind einige, die meisten vom Revier und einen von Dr. Forster. Beim Anblick seiner Nummer wird mir ganz mulmig. So wie diese Woche gelaufen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es gute Neuigkeiten sind. Ich rufe ihn nicht zurück, ich kann nicht. Egal, was er mir zu sagen hat, egal, wie schlimm es ist. Wenn ich nicht höre, wie er es sagt, dann ist es vielleicht auch nicht passiert. Nach einer weiteren Stunde erscheint ein Arzt. Inzwischen gehe ich im Zimmer auf und ab und greife alle paar Minuten nach meinem Handy, nur um mir jedes Mal zu sagen, dass es keinen Zweck hat, dass die Nachricht, die auf mich wartet, nur Schmerz bereithält. Auf dem Kittel des Arztes ist etwas Blut. Er schaut uns zwar an, doch sein Gesichtsausdruck lässt sich nicht deuten. Der Zustand von Caleb Cole ist ernst, sagt er an uns alle gerichtet, aber vor allem schaute Detective Kent an. Wer kann es ihm verdenken? Aber so wie es aussieht, wird er durchkommen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Schroder sagt keinen Ton. Kent nickt und der Arzt wirft einen flüchtigen Blick auf ihre Brust, bevor er sich wieder uns zuwendet. Als der Arzt merkt, dass es keine weiteren Fragen gibt, dreht er sich um und verschwindet durch dieselbe Tür, durch die er gekommen ist. Was meinst du, wie viel wird er kriegen? frage ich Schroder. Was? Cole? Meinst du, dass er den Knast je wieder verlassen wird? Wortlos schüttelt Schroder den Kopf. Er setzt sich bequem hin und starrt erneut die Wand an. Und jetzt wirkt er zum ersten Mal müde. Ich denke an Coles Schlachtplan und daran, wie wütend er sein wird, wenn er zu sich kommt und feststellt, dass er noch lebt. Er wird wieder in den Knast wandern und sich erneut verprügeln lassen. Als er das letzte Mal gesessen hat, hat er sich nicht umgebracht. Wird er es diesmal tun? Und sollte er in 20 Jahren wieder rauskommen, was dann? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er es 20 Jahre durchhält. Eine weitere Stunde verstreicht. Die meiste Zeit habe ich die Augen geschlossen und den Kopf an die Wand gelehnt. Dann tritt ein anderer Arzt aus dem Flur hinter uns ins Zimmer. Er schüttelt den Kopf. Wir konnten Ihren Finger nicht retten, sagt er. Aber abgesehen davon geht es Katie gut. In ein paar Stunden können wir sie entlassen. Okay, sagt Kent und der Ablauf ist der gleiche wie beim letzten Arzt. Er steht da und wartet darauf, dass wir irgendetwas sagen und als nichts kommt, geht er dorthin zurück, woher er gekommen ist. Ich frage mich, was jetzt mit dem Finger passiert. Einige der Detektives verlassen das Zimmer und kurz darauf sind wir nur noch zu fünft. Keiner sagt ein Wort. Dann erscheint Dominic Stevens. Während er den Raum betritt, lässt er seinen Blick über die Gesichter wandern. Unter irgendeinem Vorwand geht Detective Kent mit den anderen in den Flur und lässt mich und Schroder im Zimmer zurück. Bevor uns Stevens die Leviten lesen kann, kommt ein dritter Arzt herein, durch dieselbe Tür wie der erste. Die Schulterverletzung von Nicholas Stanton ist nichts Ernstes, sagt er. Aber die zweite Kugel ist unter seiner Achselhöhle in den rechten Lungenflügel eingedrungen. Er hat viel Blut verloren. Wir haben ihn wieder zusammengeflickt und sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, müsste er durchkommen. Gut, sagt Stevens und nickt langsam. Sehr, sehr gut. Er legt Schroder die Hand auf die Schulter. Vertreten wir uns ein wenig die Beine, sagte zu ihm. Schroder und Stevens gehen in den Gang und ich bleibe allein mit dem Arzt zurück. Als ich versuche aufzustehen, verliere ich das Gleichgewicht und plumpse zurück auf meinen Stuhl. Ich brauche Schlaf, denn plötzlich kann ich meine Augen kaum noch aufhalten. Alles in Ordnung? fragt der Arzt. Mir geht's gut, ich bin nur müde, das ist alles, sage ich. Danke, dass Sie sein Leben gerettet haben. Er nickt. Er ist noch nicht über den Berg, aber es sieht gut aus. Okay, sage ich. Doch er bleibt stehen und mustert mich. Ihr rechtes Auge, sagt er, Sie haben sich verletzt. Was? Er geht vor mir in die Hocke und leuchtet mir mit einer Taschenlampe unvermittelt ins Auge, worauf mein Gehirn einen Salto macht. Trotzdem bleibe ich Herr meiner Sinne. Die Pupille zeigt keinerlei Reflexe. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja. Seit wann? Seit sechs Wochen. Wie bitte? Immer mal wieder, sage ich. Ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen. Wie stark? Sehr stark, sage ich und reibe mir die Beule. Man hat mir was dagegen verschrieben, sage ich und greife in meine Tasche, doch ich bin zu müde, um nach dem Rezept zu suchen. Meine Hand gleitet aus der Tasche, fällt zur Seite und baumelt schlaff neben dem Stuhl herab. Warten Sie hier, sagte und verschwindet. Trotzdem verlasse ich das Wartezimmer. Mein rechter Arm hängt seitlich an mir herunter. Im Flur unterhält sich Dominic Stevens mit Schroder. Stevens trägt Jeans und Hemd. Ich habe ihn noch nie so salopp gekleidet gesehen. Er macht einen ruhigen Eindruck. Beide reden mit gedämpfter Stimme und ich lehne mich gegen die Wand und beobachte sie. Schroder schüttelt den Kopf, dann fängt er an zu nicken. Schließlich grüßt mich Stevens mit einer kurzen Kopfbewegung, richtet erneut das Wort an Schroder und verschwindet dann. »Und, wie lautet das Urteil?« frage ich, denn es ging in dem Gespräch um Mrs. Whitby. »Ich werde nicht gefeuert«, sagte er. »Aber?« »Aber man hat mir nahegelegt, zu kündigen.« »Tut mir leid.« »Ja, mir auch.« »Obwohl ein Teil von mir das wollte.« »Und Mrs. Whitby?« Stevens meinte, der Tatort sei noch nicht freigegeben, aber ihr Tod werde vielleicht als Selbstmord deklariert. Er sagt, es könne durchaus sein, dass man Mrs. Whitby mit der Waffe in der Hand gefunden hat. Dass sie sich umgebracht hat, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte und glaubte, dass alles wäre nur ihre Schuld. »Kannst du damit leben?« Er schüttelt den Kopf, sagt dann aber, »Doch, ich kann damit leben.« »Wir haben das Mädchen gerettet, oder?« »Und es gibt eine böse, alte Frau weniger auf der Welt.« »Ja, ich kann damit leben.« »Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.« Außerdem hängt Stevens Plan ganz davon ab, ob sie es schaffen, Cole zum Schweigen zu bringen. »Und Stanton?« Er schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht. Das liegt nicht in unserer Macht, Theo. Stanton hat vor laufenden Kameras einen unbewaffneten Mann niedergestochen. Das müssen die Anwälte klären. Ich gehe jetzt nach Hause,« sagt er, »bevor meine Frau mich auch noch feuert.« Ich schaue ihm hinterher, während er den Flur hinuntergeht. Ich schätze, Katie, Cole und Stanton, sie werden alle wieder auf die Beine kommen. Ich schätze, das ist ein gutes Omen, doch dann fällt mir das Gleichgewicht der Kräfte ein, von dem Shoda vorhin gesprochen hat, und dass meine Frau dieses Gleichgewicht wiederherstellen wird. Ich starre einen Moment auf mein Handy. Dann wähle ich die Nummer, doch ich weiß bereits, was man mir erzählen wird. Wann hat mich zuletzt jemand angerufen, um mir eine gute Neuigkeit zu überbringen? Ich rufe Dr. Forster zurück, und nach den zweiten Klingeln hebt er ab. Ich höre ihm schweigen zu, lausche seinen Ausführungen. Bridget ist nicht tot. Sie liegt auch nicht im Koma. Sie ist wach und bei Bewusstsein, aber es gibt ein Problem. Er versucht es mir zu erklären, doch ich verstehe es nicht. Ich drehe mich im Flur herum, um mich zu orientieren, um herauszufinden, auf welcher Station meine Frau liegt und wie ich dort hinkomme. Nachdem ich mich einmal im Kreis gedreht habe, sinke ich auf die Knie und übergebe mich. Der Arzt, der vor ein paar Minuten meine Augen untersucht hat, bemerkt mich und kommt zu mir herübergeeilt, doch ich rapple mich wieder auf und betrete den Aufzug. Die Türen schließen sich, bevor er mich erreicht hat, und ich fahre mehrere Stockwerke nach oben. Als ich vor das Zimmer meiner Frau trete, kann ich kaum noch gerade gehen. Zunächst glaube ich, die Hälfte der Lichter sei ausgeschaltet worden, aber dann merke ich, dass es an mir liegt, dass ich Probleme habe, etwas zu erkennen. Ich öffne die Tür und Bridget schaut mich an. Ein Lächeln macht sich auf meinem Gesicht breit, doch dann kommt der Fußboden auf mich zugerast. Ich knalle mit dem Kopf gegen die Bettkante und das Ding in meinem Schädel zündet den Rest seiner Notruf-Leuchtkugeln. Ich liege auf dem Boden und begreife, dass in dieser Stadt für jedes positive Ereignis etwas Schlimmes passiert. Das ist das Gleichgewicht, von dem Schroder gesprochen hat. Cole Stanton, meine Frau, ich bin das Gegengewicht zu ihrem Überleben. Ich kann hören, wie sich hinter mir die Tür öffnet und jemand ins Zimmer eilt, wie jemand sagt, da ist er und sich über mich beugt. Ich höre, mein Gott, er sieht nicht gut aus und dann verschwindet alles. Die Lichter, der Schmerz, meine Frau und ich spüre Tränen auf meiner Wange und dann gar nichts mehr.